Lass mich einen Satz ausreden. Dann kannst du weiter den schwulen Vogel, deinen Arschbogen sehen. Darf ich den Satz bitte ausrechnen, verdammt? Zwing mich nicht, Alter. Sonst rass ich aus. Sag's hier. Dann lässt du mich kennen, Alter. Du lässt mich kennen. Hör zu. Hey, dann fang doch an. Rede doch. Ich kann mich nicht... Ich kann... Ja, geh das jetzt mal. Ich kann mich nicht erinnern, dass Shapeshifter, auch wenn er im Streit war, irgendwo, irgendwann ein Familienmitglied oder irgendwelche Freunde oder Bekannte reingezogen hat. Tut mir leid. Seit ich hier bin, ist das nie passiert. Das wollte ich sagen. Dankeschön. Ja, bitteschön. Und ich dachte dir, vorgestern hatte ich den Cap5 hier drin, hatte ich den Shaphi drin, da habe ich den Cap5 rausgeborgen. Und da habe ich gesagt, das ist ja mittlerweile sowas von... Du kriegst mal ein Bundesverdienstkreuz, Werner. Ich habe das Shaphi, hol ihn rein. Aber ich halte eine Ehrenmedaille, kriegst du so weiter. Eine Ehrenmedaille kriegst du dann? Also wirklich? So, er zauberhaft. Ey, wenn ich... Die Fahrzeug gehört hier weggeflext, Alter. Dann haust du mich fünfmal in den Forum, aber so ein Cap5, Alter, da wartest du erst ab, Alter. Wie so eine zögerliche Hure. Und dann denke ich mir auch... Der treut sich als durcheinander, dann kommt er rein und sagt, er war im Hotel, er sagt, zuholt gerade und geht wieder raus. Und du checkst das nicht, oder was? Wirst du erpresst, oder was ist da los? Ja, genau. Ich meine, er presst, weil Adam das, was wir uns losgelassen hat. Ja, oder hast du... Du musst echt erpressen. Weil der Typ hat nichts. Sag mir mal bitte eine... Ich stelle dieselbe Frage wie Shaphi. Du kannst mich ja gerne rausschmeißen, Werner. Aber du hast die Frage von Shaphi immer noch nicht beantwortet. Was? Was macht deine Sympathie zu Cap5 aus? Begründe das mal. Was magst du an diesen Typen so sehr? Erkläre das doch bitte mal. Ich kam bis jetzt eigentlich relativ gut mit ihm klar. Ich hatte ja keine Sympathie. Ja, ich komme hier auch mit ihm gut klar. Ja, hallo, hallo. Was magst du denn so an ihm? Was magst du denn so an ihm? Nochmal, ich schmeiße ihn ja auch hier raus. Was magst du? Wieso kannst du nicht antworten, Werner? Was magst du an diesem Typen? Ja, nimm mir eine Eigenschaft, die dir... Oh, du, Popo, halt du dich doch mal raus. Ich bin doch gerade mit Andi. Eine Charaktere. Ja, sag mal. Ist es... Kannst du dich geil mit ihm unterhalten? Ist er lustig? Ist er so... Manchmal kann ich es nicht mehr halten, aber... Wollen wir mal die ganze... Soll ich hier gleich mal die ganze Scheiße aufräumen? Was die Vergangenheit von diesem Typen hier angeht? Was du hier rufierst, Alter? Das weißt du doch alles. Oder warst du mit... Oder, Werner? Oder warst du mit dabei? Nee, hallo. Du holst dir doch an deinen HO auch manchmal Leute rein. Die weißt du, die ein bisschen komisch sind. Ey, Werner. Zwing mich nicht, dass ich gleich ein HO aufmache. Ich sag's dir, Alter. Das geht nicht gut für dich. Das geht nicht gut für dich auch, Junge. Wirst du erpresst. Nein. Ich sag dir, ich geh... Dadurch, wie du nicht antworten kannst, Werner, antworte ich für dich. Es gibt nichts. Das ist auch wieder so eine komische Charaktereigenschaft von dir, Werner. Also du lässt dir von... Hopp, 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 du halt dich doch einfach mal da raus. Lässt dich von ihm beleidigen und alles. Oh, ich mag den... Halt du dich doch einfach mal raus, okay? Nein, lass... Was soll der Scheiß? Lass Suat ausreden. Suat... Selbst Suat versteht, was ich meine. Wir wissen, Leute... Werner, du weißt auch, was ich meine. Ey, guck mal. Der Enzo und ich haben auch Streitigkeiten manchmal und so. Und dann biefen wir... Aber dann scheiße ich drauf. Aber am nächsten Tag ist alles wieder anders. Aber trotzdem, in dem Moment bin ich dann... Auf Riefkurs mit ihm. Das habe ich ja vorgestern getan. Das war dann eben... Der Kerl fliegt bei mir, wenn ich keinen Bock mehr auf dem habe. Wenn der mir auf den Sack geht. Weil jedes Tag, ich weiß, er kommt rein, er freut so die Leute, er will einen Haar-O-Ton-Gerde. Aber auch so... Magst du gerne mal rum? Popo, ausreden lassen. Wenn das ein Enzo oder ein Kap 5 ist. Popo, halt doch einfach mal die Fresse, meine Frau. Popo, halt doch einfach mal die Bubble. Nochmal. Ja, ich weiß, dieser Kerl kommt bei mir ständig rein. Er freundet hier Leute. Deswegen habe ich ihn vorgestern rausgeschmissen. Was meinte Schrebi vorgestern? Ja, lass ihn wieder rein. Heute habe ich ihn wieder... Werner... Soweit wie gesagt, der Kerl... Werner, bitte zu deinen Strohmann an. Dein Strohmann-Argument zieht nicht. Du kannst dich jetzt nicht damit rausgehen, dass du den Typen in Absprache mal rauswirfst, damit der Eindruck entsteht, dass der Typ dich nicht irgendwie in der Hand hat. Durch eure gemeinsame Vergangenheit. Hashtag Mimon. Hashtag Grachenlord. Hashtag noch eine ganz andere Geschichte. Ja, was weiß ich, wo er da unterwegs war. Das weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass er... Ja, okay. Dass er mit dem kleinen Gift schlägt, wie Dolo war. Ich hab ihn da unterwegs. Alter, hättest du ein Stück Charakter. Hättest du. Und schon für... Sorry. Ja, aber dann dürftest du dich auch mit Dolo nicht mehr unterhalten. Uwe Donat hat dir gesagt, Alter, wenn da was stückte... Selbst Uwe hat sich gefragt, ob du erpressen wirst. Warum du solche Fotzen wie General Butt-Head und Cap 12 und so die ufierst. Was ist da los? Wofür? Dann geht es nicht darum, Werner, ob du die ab und zu mal rausspeist. Das geht darum, dass man solche Leute erst gar nicht reinlässt. Ich hab eben gerade diesen General, hab ich hier geblockt, wo der geschrieben hat. Ja gut, das reinlassen würde ich denen jetzt nicht vorwerfen. Ich würde das eher umgekehrt formulieren, Ente. Also, dass er andere Leute, die halt korrekt sind, regelmäßig in den Forum gelegt oder weißt du. Aber bei genau diesen Leuten, die du gerade erwähnt hast... Welche Leute sind das denn? Da hat er irgendwie so einen... Ey, komm, du sei ruhig, ey, Popo. Du alle... Du hast wahllos die Leute deinen Forum verschoben wie kein anderer. Was? Das hab ich schon nie gemacht gerade. Ganz kurz, Stuart, bitte, ganz kurz. Eine Antwort. Ich fahre mich gerade... Ich fahre mich gerade runter. Raven wurde noch... Werner in den Forum schoben. Alter, bis der Zutritt, kann ich mal einen Satz sagen, bitte. Wo musst du mal die Frage... Werner... Das ist mein persönlicher Eindruck und ich weiß, ich hab meine Macken, ich bin psychisch krank, ich nehme Medikamente und tralala. Alles okay. Aber ich... Das ist mein persönliches Empfinden und das kann falsch sein. Ich... 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 Ich klicke jetzt nicht auf meinen Tisch und sage, dass das stimmt, was ich... Was ich empfinde. Aber ich empfinde es so. Äh... 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 Wenn du diesen Typen reinlässt, diesen Kapptreuf... Ja. Äh... Ich... Ich fühle da irgendwie nicht so, dass du dich freust, dass er da ist. Äh... Äh... Ihr habt gar keine gemeinsame Unterhaltungsbasis. Es kommt mir immer so vor, als ob du dich... Als ob du dich dazu zwingen musst. Das ist wie Arbeit... Also wie eine Arbeit, die man nicht mag. Der ist da, du musst ihn reinlassen, warum auch immer. So kommt mir das vor. Ich kann falsch liegen, Werner. Aber es kommt mir so vor, als ob... Was? Die Frage habe ich jetzt noch mal. Die hat JP gestellt, die hat Zuh hat eben nochmal gestellt und ich stelle sie nochmal. Welche Charaktereigenschaften magst du an diesen Menschen? Ja, ich lasse einfach grundsätzlich erstmal so gut wie alle sein. Hier in meinem Stream. Ja, aber du lässt ihn ja andauern. Werner, bitte... Okay, dann schmeiß ich ihn raus. Okay, dann sag doch einfach, dass du die Frage nicht beantworten möchtest. Also du möchtest die Frage umschiffen. Okay, alles klar. Du willst es nicht beantworten. Willst du denn? Ich habe keine Beziehung zu diesem Kerl. Du lachst, hör mal zu. Du lachst nicht mit ihm. Du hast keine Gemeinschaftlichkeiten mit ihm. Er ist bösartig. Ich habe auch keine Gemeinschaft. Ich habe keine Gemeinschaft. Aber du kannst die Frage ja nicht beantworten, Werner. Also wirst du wohl doch erpresst, wie es aussieht. Ja, genau. Ich werde erpresst. Laut einer Aussage. Ja, anscheinend. Ja, aber welche Adresse denn? Du kannst nicht eine Eigenschaft sagen, die dir an ihm gefällt. Nicht eine einzige. Kannst du denn von Leuten, die die über die Kirche einlässt? Ja, kann ich. Ich kann zu jedem. Ich kann bei Suat sagen, dass ich mit Suat gerne rede, weil Suat mich durch seine Art auf Lachen bringt. Weil Suat lacht, dass das ehrlich ist und dass ich mitlachen kann. Und es gibt auch viele Sachen, die ja Suat verschränkt. Ja, ich frage auch mal ab und zu mal mit ihm und er hat ihn. Werner, dann fragt mich. Ich kann dir zu jedem sagen, den ich reinlasse. Ich kann dir zu jedem sagen, was ich an ihm mag und nicht mag. Dann fragt mich. Dann drehen wir es um. Nee, ich will dir da gar nicht umdrehen. Ich sag ja auch. Ich kann mich auch sagen. Ja, aber du kannst nichts sagen. Du kannst nicht eine Sache. Werner, du kannst nicht eine Sache bedenken. Bla, 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 bla. Ja, du kannst dich überlabern, wie du willst. Aber bla, bla, bla. Du kannst dich überlabern, wie du willst, Werner. Aber du kannst dich eine Sache bedenken, wie du an ihm cool findest. Was findest du an ihm cool, dass du ihn reinlässt? Sag ein Punkt nur, bitte. Ja, ich kann mich einfach ab und zu mal mit ihm über Baugram oder so unterhalten. Aber meistens, wenn ich mal mit ihm alleine bin. Natürlich, wenn Gäste drin sind, er frontet natürlich die Gäste. Aber das geht so mittlerweile nicht mehr. Ja, okay, Werner. Werner, ich werde nicht mehr weiterfragen. Ich habe keine Laufzeit draufhabe. Ich frage nicht mehr weiter. Du kannst nicht antworten. Alles gut. Ja, von mir aus. Also, weil du dich über Baugram unterhalten hast. Genau. So, bist du klar. Ey, nochmal, wie gesagt, der Kerl juckt mich keins dabei so. Aber ist ja das... Ey, ich sag dir eins. Hey, Werner, was du hier abziehst mit diesen Fotzen? Aber wenn ich mit ihm alleine bin, sind andere Leute dabei. Ach, ihr seid privat und so. Und dann bist du mit ihm alleine und es sieht dann nicht gespannt aus. Deswegen schmeiß ich ihn auch ganz deswegen jetzt hier raus. So eine Fotze gehört boykottiert, du Werner. Hör mal zu. So eine Fotze, die sowas mit JP abgezogen hat. Ob man JP mag oder nicht, gehört boykottiert. Ganz einfach. Auch wenn er so behindert ist, wie er ist, aber ich mag ihn. Das Ding ging zu weit. Und mit so jemand, so jemand kann man nicht hochführen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber mach es weiter, Werner. Mach es weiter. Ich bin da auch eher Team Shade. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auch wenn das Biene ist. Ich weiß den, ihr müsst doch beide raus, Mann. Alter, echt. Mittlerweile hat er das Weitere gemacht. Wenn Shadey einfach mal die Fresse halten. Shadey meint noch vorgestern noch so genauso. So weiß der Elay, hol den doch wieder rein, Mann. Ja, natürlich. Du solltest auf Shadey. Egal, wie du zu Shadey stehst. Du solltest, du müsstest auf Shadeys Seite sein. Ganz einfach. Egal, um wen es geht. Es ist eine Grenze überschritten worden. Eine Grenze. Und diese Grenze ist überschritten worden. Und das hat nicht nur Cap Tröf betroffen. Es hat auch hier unsere Prinzessin betroffen. Julia. Die noch sagte, sie würde ihn gerne einblasen. Ob das sie gemacht hat oder nicht. Und General Bartlett hat das auch gefeuert. Diese ganzen Fotzen-Armee von Drachenlord und Kopftus, Kalin. Diese ganzen Fotzen. Wenn du die hufierst, Werner, dann tu es. Dann tu es weiterhin. Aber sei doch mal bitte mal ehrlich. Was ist denn da los bei dir? Ich will doch nicht. Ja gut, ich kann das verstehen, dass du das so sagst. Aber Werner, du bist doch derjenige, Werner, der sagt. Werner, du bist derjenige. Werner, du bist derjenige. Okay, das habe ich ja nachvollziehen. Das ist doch stimmt. Werner, es gibt einen Unterschied zwischen Leuten im Chat, wo das passiert mit Shaping. Also das war schon eine Zäsur bei mir. Es gibt einen Unterschied zwischen Leuten, die im Chat sagen, okay, das feiere ich ganz kurz. Es war auch eine Zäsur bei mir, was da mit Julia passiert ist, mit diesem Leak und tralala, was ich echt absolut verurteilt habe und zu kotzen finde. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den Leuten, die im Chat, wenn sie jemanden nicht mögen, sich hinreißen lassen. Wie zum Beispiel Joe, der sagt so, geil, jetzt hat JP was auch auf die Fresse gekriegt. Aber der Unterschied ist, Joe selber würde sowas niemals tun, was ein Cap 5 getan hat. Und das ist der große Unterschied, ob man jetzt im Schritt ein bisschen Stimmung macht und das so, hat er verdient. Er hat sich jetzt im William angelegt, der ein Psychopath ist. Aber ein Joe selber würde nie, niemals im Leben, und kein Suat, und ich nicht, und du auch nicht, Werner, und kein Uwe Dodat, wenn er noch leben würde. Und sonst hier, kein Albaner, keiner, niemand. Jetzt haben wir jetzt, lass mich bitte ausführen, lass mich das bitte noch zu Ende führen. Das ist der große Unterschied, ob man das eventuell lustig findet, wenn jemand mal was auf die Fresse kriegt, wenn er es verdient hat. Auch wie Shapey, ich bin jetzt nicht der Verteidiger von Shapey. Es geht mir um das Prinzip, tatsächlich, ja. Dass die Leute, die wir hier aus dem HO-Dorf kennen, seit über Jahren, ich bin ja jetzt auch schon seit fünf oder sechs Jahren hier am Start, dass solche Sachen nicht gehen. Ich weiß, was du meinst, was du meinst. Und was Cap 12 gemacht hat, ist eine Sache, die nicht geht. Die muss verurteilt werden. Und ich verstehe nicht, Werner, ich verstehe es nicht. Und Uwe würde es auch niemals verstehen, warum du dich überhaupt, dass du überhaupt guten Tag zu dir sagst. Warum tust du das? Ja, das ist halt, wenn wir das jetzt... Wenn du dich über Zement unterhalten kannst, oder was? Ey, sehr gut, Andi, dass du das jetzt eigentlich immer sagst. Sagst du eigentlich, wir sollten wir das eigentlich wirklich mal so betrachten eigentlich. Weil du gerade das mit dem HO-Dorf da sagtest, weißt du auch, jetzt wird schon... Guck mal, wir fotzen, wir... Keine Ahnung, wir gehen uns an und und, aber wir gehen niemals ins Re-Life der Leute. Und kacken die dann an und und und, das ist ja nett oder so, ne? Ey, Werner, es gibt ja, man kann ja immer sagen, so, okay, wenn man... Werner, ich gebe dir insofern recht, dass man sagen kann, also, okay, man kennt hier niemanden wirklich, wenn man ihn nicht persönlich kennt. Das ist hier das HO-Dorf. Das ist das eine, also, so. Aber trotzdem, äh, das ist doch nicht ganz richtig, äh, weil ich hundertprozentig weiß, dass so eine Aktion, die dieser Cup drauf gemacht hat, niemals ein Zuhaar tun würde, niemals ein Joe machen würde, niemals ein Werner machen würde. Ich nicht, kein Raven, keine Foxen-Aktion, macht man nicht, verdammt! Und solche Foxen, die lässt man nicht rein, und solche Foxen gehören digital gesteinigt, Mann! Ich kann das nur, ich kann das nur... Der Homegründe, der Homegründe, der Homegründe... Ey, Alter, ich sag dir, ich mach dieses Foxen-Dorf, so bekannt, ey, ihr wisst, ihr wisst gar nicht, was ich gerade mache. Ich mach dieses Foxen-Dorf, so bekannt... Du hast natürlich recht, ey, das geht nicht, dass man auch... Ihr werdet bald berühmt, Alter, ihr werdet bald richtig berühmt, so. Und dann werden auch ein paar andere... Aber, äh, das ist scheißegal. Aber, äh, ich... Äh, Werner, du bist... Du hast... Also, charakterlich bist du für mich absolut tot, und du bist für mich gestorben, Alter, dass du mit so einer Foxen redest. Gestorben, Alter! Wäre das okay, wenn das für dich okay ist? Ich mein, ich geb dir natürlich recht, weil was er... Ja, Uwe ist ja schon tot, ne? Also, Uwe ist ja schon gestorben, ne? Uwe geht natürlich auch, das geht, was du... Lass mal jetzt... Also, Uwe würde das... Also, Uwe würde deine Kumpelein mit dieser Foxen verdienen, oder was? Sie reden jetzt nicht über das Spur. Hallo, ich hab's ja jetzt... Ey, Popo, halt du dich doch mal ganz kurz da raus. Na, ich stimme dir natürlich zu, was er natürlich macht, das stimmt natürlich. Sondern das sind Sachen, die gehen einfach nicht. Und immer wieder. Und deswegen schmeiß ich auch diesen Kerl mittlerweile raus, weil der mit mir... Nein, du sagst zu Shepi... Nein, du sagst zu Shepi, er hat einen Kaptröpf-Trauma. Äh, ja, ja, tschu... Ey, Alter! Äh, wäre das... Hallo, hallo, das war doch hier vor... Ey, warte mal! Zum Glück... Ey, Alter! Zum Glück! Zum Glück, ey, hör auf zu leiden, Alter! Zum Glück leben meine Eltern ja nicht mehr. Das war denn vorgestern, das war denn vorgestern, das war denn vorgestern? Gar nicht ruhig, wenn... Bleib mal locker, wenn... Keine Angst. Ja, keine Angst, Baby. Hol den doch rein. Und weiter die... Ja, hol doch die Fotze rein. So. Ihr, das hat er doch gemeint damit. Er, hol den rein. Darum geht es nicht, Werner. Es geht darum, dass du ihn reinholst. Sag ihn doch nochmal. Hallo. Der Trupp hat... Hallo. Ich höre jedes Mal, wenn der... Ich habe den Brief gelesen, den er an die Firma geschrieben hat. Und ich... Und egal, ob ich es gelesen hätte oder nicht... Es ist egal, ob ich ihn raushöne oder nicht. Es geht darum, dass du ihn reinlässt. Und dazu nichts sagst. Darum geht es. Ich weiß nicht, ob du mal schneidest. Also, Flur versteht mich sogar. Also, nicht. Ey, Alter, ich sag wohl was. Es geht mir nicht auf den Sack. Ich mach's dich raus. Mach ich auch. Darum geht es nicht, Werner. Ja, du musst ihn nicht rauschmeißen, wenn du ihn nicht reinlässt. Wie kann man so jemanden reinlassen, der in die... Du sagst doch selber. Deine moralische Grenze ist da... Er kann ihn reinlassen, aber... Deine moralische... Werner, bitte, noch Einsatz. Deine moralische Grenze ist da, wo es in die Familie geht. Und du hast den Typen, der wirklich real in die Familie geht, den lässt du an der Hand rein. Erklär mir das doch mal, bitte. Ich kann euch ein gutes Beispiel nennen. Ich hab den auch schon öfter reingelassen. Aber wenn ich halt einen Stream aufgemacht habe, was themenbedingt war, und der kommt rein und redet irgendeine andere Scheiße, dann sag ich, hast du was beizutragen? Und dann fängt er an, irgendeine Scheiße zu singen oder irgendwas. Aber Suat, Suat, bitte. Aber dann weg mit dem. Suat, ganz kurz. Suat, versteht ihr mich denn nicht? Ich bitte euch. Wollt ihr mich nicht verstehen oder verarscht ihr mich? Suat, es geht darum, was ihr getan habt. Es geht darum, dass... Ja, ich weiß, aber es geht nicht um mich. Ja, ich weiß, viele... Viele mögen mich um die... Nein, wir nehmen mal den Namen Shapey, damit ihr versteht, was ich meine. Nehmen wir den Namen Shapey mal raus, ja. Ja, es geht darum, dass... Ja, keiner Konzept hätte das getan, was... Ihr wollt es nicht, ihr wollt mich nicht... Ihr wollt... Was stimmt euch nicht? Es geht darum. Es geht um Grundsätze. Und Moral und die sogenannte Ehre von mir aus, wenn das so kennenglässig klingt. Es geht darum, dass hier jemand überhaupt irgendwo reingelassen wird, der es gewagt hat. Egal, wie dumm Shapey ist oder schlau oder wie auch immer. Was der getan hat, einen Brief aufzusetzen. Wenn du den gelesen hast, Alter, der Typ muss in die Klasse und kriegt ordentlich was auf die Fresse, Mann. So. Das gehört verurteilt. Es gibt hier auch Grenzen, verdammt verdammt, meine Damen und Herren. Wir können uns hier beschützen, auch gegenseitig in die Fresse hauen. Das können wir alles gerne mal machen. Aber ich schreibe keinen Brief an die Scheißeltern, Verwandte, Freunde oder sonst was. Ich will jetzt nicht hier... Ekelhaft. Andi, verstehst du auch mein Argument? Die Lösung wäre, meines Erachtens nach, wenn wir einfach nur unsere Streams so benennen, auch themenbedingt. Und dann kann auch nicht jeder reinkommen und da irgendeinen Scheiß labern. Ich fühle mich genötigt, gleich ein Hau aufzumachen. Und ich versuche es zu erklären, was ich daran so verwerflich finde. Und ich hoffe, dass mich jemand versteht. Das habe ich ja mittlerweile verstanden. Was ist los mit dir, Alter? Hallo, Popo. Popo, ich verstehe das. Guck mal, wir fetzen uns. Ich weiß genau, was Andi meint. Weißt du, Alter, wir fetzen uns hier. Bla, bla, bla. Aber wir würden niemals ins Persönliche gehen. Werner, du bist ein Scheißmeister. Sorry, Werner. Du bist ein... Werner, ich verstehe... Du regst eine Doppelmobilie. Sag mal ehrlich, Werner. Was tust du da eigentlich? Warum bist du so verheuchelt? Wenn du wirklich zu dem Prinzip in der Stimme, dass du dich hier selber propagierst, dann dürftest du... Dann müsste geblott werden, der Typ bei dir. Sofort. Ja, normalerweise schon so eigentlich. Ja, aber... Ja, Werner, ich frage noch einmal. Was ist da los bei dir und ihm? Ja, eben. Was ist denn so? Ich einfach so denke, weißt du, das ist ja... Hier lässt jeder jeden zu, weißt du, der jeder... Es gibt hier Leute, die gehen auch live. Ey, so bla. Na gut, warum denn nicht? Es gibt doch hier keine so. Natürlich sind das gegen meine Sachen, die wir irgendwie in den privaten drin sind. Ey, Werner, du willst mir hier verknickern, dass du ihn reinlässt. Ey, aber Werner, du bist der Erste, der... Warte mal ganz kurz, wir sind zu dritt, verdammte Scheiße. Uwe, hier können zehn Leute rein. Hallo, Werner, du schreibst andauernd in dein komisches Laufband, hier können zehn Leute rein. Wir sind zu dritt. Können wir uns mal ausreden lassen. Ja, machen wir doch. Es ist dein Ernst, dass du mir sagen willst, es ist dein Ernst, dass du mir verklickern willst, dass du ihn reinlässt, wenn du dich gerne mit ihm ab und zu über Bausubstanzen unterhalten willst. Es ist dein Ernst. Ja, manchmal kann man sich darüber doch unterhalten. Ja, okay. Dann akzeptiere ich deine Antwort. Ja, hallo, ist doch völlig nötig. Manchmal kann man sich auch gut mit ihm unterhalten. Natürlich, wenn jetzt andere Leute dabei sind, jetzt also eine dritte oder eine dritte Person... Ja, da holen wir die Fortschritte. Da holen wir die Fortschritte. Da holen wir die Fortschritte. Ich möchte das verstehen. Das habe ich jetzt vor mehrfach. Lass mich doch... Nein, Werner, ganz kurz. Um von dir wegzukommen. Es geht ja nicht nur um dich. Es geht auch um Ravy Baby. So. Ravy Baby labert in Live-HOs andauernd, dass er Arzt wird, was er auf die Fresse holen möchte, und dann steht jemand vor seiner Tür, der es wirklich verdient hat. Nämlich jemand, der erpresserisch, oder wie Asgard es richtig gesagt hat, spastisch kriminell und er hier unterwegs ist. So. Und was macht Ravy Baby? Haut ihm was auf die Fresse. Nein, er lässt ihn rein und lässt sich beschenken. Ravy, du bist tot für mich. Charakterlich. Ich bin ultra enttäuscht. So. Und Julia, a.k.a. Dolores Kukulores, fand die Aktion mit JP so schön und so gerecht und so geil, dass sie ihn sogar, das war live, und er, dass sie ihm sogar den Schwanz lutschen wollte. Tot, Alter. Charakterlich tot. So. Was? Also, ich meine nicht nur dich, Werner. Ich meine dich. Ich meine Ravy. Ich meine Julia. Also, okay. Ja, aber Ravy, das Ding. Ja, gut. Die haben sich einfach getroffen da, okay. Ja. Ja, gut, aber ich hätte immer mal nicht hingehen müssen. Alter. Ich muss nie noch rein. Alter. Andrew of Smallhouse. Es geht nicht um eine Vendetta. Hallo, Werner. Es geht nicht um eine Vendetta für Shapey. Schmeiß ich aus, Herr Let's Know. Es geht nicht um eine Vendetta für Shapey oder sowas. Es geht um diesen Charakterzug. Es ist ein No-Go, verdammte Scheiße. Wieso schlägt das denn keiner? Dann pack, ey. Ja, hallo, das ist ja ein absoluter... Ich würde das individuell... Ey, Enta, ich würde das individuell... Ey, Werner, Alter. Du hast eine Zwei-Stunden-Show... Werner, du hast eine Zwei-Stunden-Show gemacht und hast bloß ein Orgasmus, Alter. Weil dir diese Fakze... Weil dir diese Fakze sechs, halbe Liter geschickt hat. Alter. Was sind denn mit dir nicht, Mann? Wir brauchen fünf Liter. Ja, klar. Wenn mir einer Bier schickt, dann muss ich selber schicken. Hör mal zu, Werner. Weißt du, was passieren würde, wenn ich so ein Paket kriege? Egal, was da drin ist. Return to Sender, Alter. Ich würde das so was machen. Die Familie, die die Familie anstreift. Keine Geschenke an, Mann. Warum? Unser Streitpunkt, neulich. Belazio ist eine andere... Belazio ist nur ein Spasti. Belazio ist nur ein Spasti. Der Typ ist spastisch kriminell, Mann. Ja, ja, lass mal. Ich habe ihn auch was zurückgeschickt. Der hat mir wieder was geschickt. Ja, das hätten wir doch. Darum geht's doch jetzt. Der hat mir kein Paket voller Scheiße geschickt oder so. Also, da waren schon... Ich weiß noch nicht, Belazio ist hartlos. Da waren eben... Nein, Belazio ist hartlos. Ist halt nur ein Spasti. Belazio ist hartlos. Aber von jemandem... Hallo. Ihr wisst, was bei Schäpe passiert ist. Das ging so... Hallo, es ging in die Familie. Muss ich noch mehr erzählen? Es ging in die Familie. Es gehört hier verurteilt. Verdammte Scheiße. Die Mutter wurde gestorbt regelmäßig über Skype-Anrufe nachts. Von Kap Bündfeld. Das kennen wir doch. Das wissen wir. Das ist unfassbar. Was ich nicht kenne, hast du ja eben erwähnt. Sorry. Ich hänge hier fünf Jahre im Scheißdorf. rum und bin schockiert, dass ihr mit so einer Fatsi rumtredet. Der wird gesteinigt, Mann. Was stimmt denn mit euch nicht? Hör mal zu. Ich habe jetzt eben von dir zum ersten Mal davon gehört, dass der auch noch Briefe geschickt hat an die Firma, wo er den Shapey sozusagen da schlecht geredet hat oder was weiß ich, was da steht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe jetzt eben von dir zum ersten Mal davon gehört. Also, aber generell habe ich die erste Aktion schon so ekelhaft. Das ist das, was mich hier auch so Hammer Hardcore enttäuscht. Das ist das, was mich hier insgesamt im Dorf, aber auch Hashtag ich alle, auch aus dem Chat. Das ist das, was ich hier auch so mache. Ich bin ein Fatsungslohn, Mann. Oder warst du eine Fatsse? Wie Kukulorris? Wie Duolores? Ich bin das geil. Ich habe nur noch einen Satz. Ich habe nur noch einen Satz. Warte kurz. Ich habe nur noch einen Satz. Warte kurz, bitte. Wenn ich jetzt Betreiber bin, der Hohe Betreiber oder Stream-Betreiber ist auch egal und ich habe den Shapey bei mir zu Gast und ich unterhalte mich gut mit dem, dann würde ich allein wegen der Hintergrundgeschichte, würde ich gar nicht erst so einen K5 einfach so reinlassen, ohne ihn vorher zu fragen, den Shapey, soll ich ihn reinlassen oder nicht? Verstehst du? Und das fand ich auch eine ekelaste Scheiß-Aktion von Werner, weil sowas macht man nicht. Weil der weiß ja den Hintergrund zwischen den beiden, aber der hat sich wahrscheinlich gedacht... Ich habe einen Vorschlag, warte mal. Ich habe echt einen Vorschlag. Ich würde mich dazu hinreißen lassen. Ich habe die Fotzeihe jetzt aber auch mal ganz kurz reingelassen und da habe ich da drei Sekunden rausgeschmissen, weil sie ja wieder ihren Desil-Millionär-Scheiß durchgezogen hat. Aber den psychisch zu ergründen, aber nochmal ein paar anderen Leuten zu ergründen, warum ihr das mitmacht, verdammte Scheiße. Das möchte ich echt mal verstehen. Damit meine ich ja auch dich, Ravy Baby. Und damit meine ich ja auch dich, Julia. Gell? Weil Julia ist auch so eine, die ja dort als CTO-Familie geht über alles und das ist halt scheißegal, ob das Schäppchen ist. Es ist scheißegal, ob wie das geht. Aber garantiert ist Schäppchen hier nicht der Schimpfchenker und der Maul. Nee, irgendwelche Leuten schaden. Der fächst hier ein bisschen rum und trottet ein bisschen und hat Joe getriggert, damit er für ihn arbeiten kann. Aber es ist doch lange keine Legimitation dafür, den Brief, hast du den Brief gelesen, verdammt? Lies hier den Brief durch. So einen Brief aufzusetzen und nonstop, also Alter, ich verstehe euch nicht, verdammt. Ich verstehe es nicht. Kann ich den Hass bitte auf mich richten, weil ich habe nichts zu verlieren. Ich habe keine Eltern mehr. Ich kann den Hass auch. Ich kann den Hass jetzt auch. Meine Oma ist jetzt auch tot und wäre mir auch scheißegal gewesen. Ich habe auch keine. Ich habe auch keine. So. Du brauchst dich auch nicht beschweren, Alter. Du bist auch jemand, der da mitgespielt hat, Alter. Du hast regelmäßig Streams gemacht, wo du da so eingeblendet hast. Satan loves you und so einen Scheiß. Und du hast Videos über mich und Albo und alle möglichen Leute gemacht. Also jetzt mach ich mal jeden Fall. Also du würdest das Pizza-Video jetzt vergleichen mit einer Aktion, wo ich das Privatleben anderer Menschen eingeblendet habe. Ich habe kein, ich habe jetzt nichts gemeint, ne, explizit. Ja, was meinst du denn? Erzähl was du denn. Generell hast du halt auch schon sehr viel so... Also generell hat mich schon Privatleben anderer Menschen eingeblendet, würde ich mir sagen. Habe ich nicht getan. Lächerlich. Oder das Beispiel, was meinst du jetzt? Achso, das ist ein Autisten-Video. Das ist ein Autisten-Video über dich. Das habe ich aber für... Zuat. Hallo. Zuat, ganz kurz. Hallo. Hallo. Das war eine Sache zwischen... Ich habe... Das Video war für dich. Von mir. Und du wusstest den... Du wusstest den Adressaten. Und du warst der Empfänger. So. Habe ich auch was an eine Mutter geschickt? Nein. Ja, was du jetzt sagen willst, ist die Botschaft bestimmte... Ich sage dir ja nicht, dass man... Ich sage dir ja nicht, dass man auf meinen Humor... Ich sage... Ich sage dir ja nicht, dass man auf meinen Humor... Ich sage dir ja nicht, dass man auf meinen Humor klar bekommen muss. Und ich verstehe auch... Das ist auch nicht. Ich verstehe auch... Ich verstehe auch, dass einige auf mich sauer sind. Wie Teufels dann zum Beispiel. Da habt ihr dieses Impfvideo gemacht. Aber es ging immer an euch persönlich. Ich bin niemals an die Familie gegangen. Niemals an Freunde von euch. Niemals an eurem Welt. Ich habe immer Videos gemacht. Und ich habe immer erreichbar... Alter, aber achte doch mal drauf, was du gerade gesagt hast. Wenn du etwas öffentlich... Ich weiß nicht, was ich sage. Ich weiß nicht, was ich für Videos mache. Und das Video ging an dich zu. Die zwei Videos ging an dich... Die Videos an Teufels an. Ging an Teufels an. Aber es ging niemals was an die Mutter. Niemals. Niemals. Da steht nicht so... Da steht Apion oder... Nee, reißerisch. Wenn du... Du willst mich mit Cap Troif... Alter, du willst mich mit Cap Troif verbrechen. Dann bin ich sauer, Alter. Du willst meine Videos vergleichen mit dem, was Cap Troif hier treibt. Indem er private Briefe an die Familie schreibt. Da bin ich... Da bin ich echt... Da fange ich an zu stattern, Alter. Ja, aber wenn jemand das produziert... Hey, du musst das auch von der anderen Seite sehen. Du fühlst es sich provoziert. Aber es ging an dich, Mann. Es ging an dich. Ging an deine Mutter oder was? Ich habe gesagt, ich... Es ging an dich persönlich, du Idiot. Also... Alter, vergleiche mich nicht mit diesem... Alter, zuhört. Alter, vergleiche mich nicht. Alter, hör zu. Kannst du mir ein anderes... Vergleiche mich. Ich vergleiche meine Art, Videos zu machen... Es geht doch gar nicht um dich gerade. Personalisiert sind in diesem Hurensohn, Alter. Vergleiche mich nicht. Ja... Da muss doch ich, Anni, ja schon zustimmen. Es ging ja um dich persönlich. Ey, Popo, da muss ich schon wirklich sagen. Da kann man... Was er auch mit Vanessa mit mir gemacht hat, um den Nachbarn und so. Das ging ja nur um dich persönlich dann. Das war ja wirklich... Da muss ich endlich jetzt gerade mal zu gut halten. Das ging nicht irgendwie... Hat er irgendein Video gemacht, wo irgendwie dort bei dir, Hashtag mit deinen Eltern, irgendwie Liebesnest... Okay, Werner, du erzählst das Thema gerade. Werner, du erzählst das Thema gerade. Und es ging darum, dass der Shapey den Cup 5 auch vorher noch provoziert hat, dass er überhaupt auf die Idee kam, seine Mutter zu zocken. Wovon ich... Ich fasse es nur an dich. Ich fasse es. Hallo, hallo. Du käuflige Fotze, du hast ja auch von Belazio... Steffi hat ja noch provoziert. Na ja, umsonst von Belazio. Ich hab nicht... Nein, nein. Ich habe keine Videos, da macht jetzt kein Video für dich, was mit deiner Mutter oder... Hallo, egal, wie man provoziert wird. Nichts legitimiert das, was der Typ getan hat. Nichts. Überhaupt nicht legitimiert, was der Typ getan hat. Rein gar nichts. Ja, okay. Egal, wie die Bedeutung so ist. Was der imitiert, dass... ...videos macht es über... ...stellt euch über... ...macht nur Sachen über dich und nicht irgendwie... ...ausstellung von deiner Mutter. Ey, ihr labert ja alle. Es ist suat, du auch. Ihr labert alle. Ich hau den oben, ich hau den tot. So. Und bei den größten Laberfotzen... Ne, Ray, wie du bist auch gemeint. Da steht die Fotze vor der Tür. Wieso hast du dem Typ nicht erstmal eine Erziehungsschelle gegeben? Das frage ich mich wirklich. Das hätte ich ja sogar gemacht. Der Gewalt verabscheut. Das hätte ich sogar gemacht. Aber Ray V lässt ihn rein. Ray V fliegt damit. Oh, der süße, der süße, der süße Kleineke Pfeiffer hat mich besucht. Der erpresserische, um Asuka zu zitieren, was er richtig gesagt hat. Kriminelle, Vollidioten, also kriminell veranlagt und Vollspastis hier zu hufieren. Ray V lässt den Typen rein und fliegt damit, dass er eine Flasche Whisky bekommen hat. Ich glaube, ich raste aus. Und Julia hat gesagt, sie möchte für die Aktion sogar entblasen. Ich hoffe, sie hat sich an dem Sperma verschluckt. Warte mal, was kann das reichen? Das Tone, das Tone. Warum? Die Frage ist bei mir, warum? Was? Wo ist denn? Werner, du hattest immer diese moralische Keule hoch. Bei den Eltern ist es finito. Und du, Zuhal, du kannst dann doch Augen ausreißen, auf die Fresse hauen. Ja, bitte. Wir haben ja einen Kandidaten, der es verdient hat. Was sagst du? Bitte, was passiert ist denn, bitte schön. Hallo, weißt du, wie schnell das geht? Weißt du, wie bereifert das geht? Weil diese ganze Drachenlord... Weil diese ganze Drachenlord... Das heißt, Drachenlord und Nima Baraka-Scheiße ist ein Klub. Ich weiß, wer General Bartelt ist. Ich weiß, wer Carl Trott ist. Ich weiß, wer Julia ist. Und ich habe alle Adressen. Und wenn es hart auf hart kommt... Das geht jetzt halt nicht schweig wie Baby. Als erste Fotze, wenn ich eine Anzeige mache, falls der Typ sich einmal wagt, mich zu bedrohen, bin ich bei den Bullen und schicke den Bullen erst mal, zu den Leuten, wo ich genau weiß, dass die die Typen kennen. Genauso wie ich. Mit Namen, Adresse und tralala. Aber ich schicke die erst mal zu den Leuten, die Dinge schwanzlutschen. Ich schicke die Bullen zu Rayby. Ich schicke die Bullen zu Julia. Und ich schicke die Bullen zu dir, Werner. Auch zu dir. Ja, immer her damit. Und da ist mit der Loyalität nämlich vorbei. Weil Rayby wird ans Erste einknicken, dann knickt Julia ein. Ja, ja, mimimi. Hollala. Fotzen. Fotzen-Club. Ja, aber sie hat doch mit dem Cap Pfeiffer und so, jetzt Dolo, ey, ganz, ganz, sie hat doch da gar nichts. Was? Sie kommt halt gerne in HO rein, wenn er da ist. Und dann kommt Shalom, Kawaii oder so. Das ist ja wohl klar, ne? Weißt du, was... Weißt du, was... Weißt du, was ich bin normaler Kritik, die ich jetzt auch ganz normal äußere? Normaler Kritik... Ich zitiere nur, was Julia hier gesagt hat und was Rayby gesagt hat. Rayby hat damit gefaxt. Oh, ich hab nicht... Oh, er war mir zu Besuch. Er saß mir auf der Couch. Wir haben uns so toll unterhalten. Ich hab nicht flaschen Whisky gekriegt. Tralala. So. Und ich rede hier über Julia, die on-screen kein Privat-HO gesagt hat. Oh, das hat mich so geil gemacht mit Shopey. Die finden die in Schwanzblasen. Ich zitiere nur, was hier on-screen passiert ist. Was ist on-screen passiert? Und das sind die Leute, die als erstes einknicken. Ich wär viel zu schaul dafür. Ja. Ja, aber... Hier geht's ja jetzt um groß und ganz so, wie... Wo sind die Fotze? Ey, Werner, wo sind die Fotze? Oder? Wo doch mal die Fotze? Oder? Nein, nein, nein. Werner? Andi, Andi, jetzt lass mich auch mal. Du hast jetzt die... Nein, hol doch die Fotze hier kurz rein. Hol die Kaptroi-Fotze hier mal kurz rein. Wie wär das denn? Ja, hallo, wenn der im V-Raum ist... Ich will, dass wir den reinwohnen wollen, wenn der nicht... Nein, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich sag dir, mittlerweile geht mir das auch wirklich von diesem Kerl mega auf den Sack. Er kommt hier rein, er frontet jeder meiner Gäste, ohne dass sie das getan haben. Der frontet die, ein bisschen geht nicht mehr und so, dann hauen die alle ab. Und das hab ich auch schon mitgekommen. Nein, Werner, ich sag dir... Dolo, halt doch die Fresse, wenn ich mal am Labern bin. Ich war die ganze Zeit jetzt ruhig. Ja, aber mach jetzt nicht den Hase und verlängere deine Sätze. Nein, du hältst jetzt einfach mal die Pappel. Mir ist das auch schon aufgefallen, wenn jetzt gerade hier Dolo dann... Auf einmal ist jetzt halt, wie gesagt, der Cap 5 ist am Start. Dolo kommt direkt rein, dann hier schon Lam Kauwei, den ganzen Grad. Und das sehe ich halt wieder. Jedes Mal, wenn er reinkommt, wenn keiner dabei ist, wenn er alleine ist mit mir, kann ich mich gut mit ihm unterhalten. Sind andere Leute dabei? Er fängt sofort an, die Leute zu fronten. Der Versuch sucht hier... Nein, das stimmt nicht. Ist mir sowas von aufgefallen mittlerweile. Das gibt mir auch mega auf den Sack. Das Ding habe ich ihn auch. Schmeiße ich ihn auch... Hier, Frau, gestern habe ich ihn auch komplett rausgeschmissen. Aber was meinte ich, was man schäbe ich dann, hole ihn wieder rein. Jetzt kommt der wirklich an. Dann habe ich den auch reingeholt und dann habe ich einfach den Preis ausgemacht, weil es mir einfach auf den Sack ging, dieses Scheiße da. Wer, na, vor zwei Stunden oder so, keine Ahnung, da bin ich doch... Nee, vor einer Stunde. Da bin ich doch zu dir reingekommen und wer kam danach? Hey, Ose, das heißt, man kann echt... Man kann echt Foto halten, das Schäppchen... Das Schäppchen... Nein, ganz kurz, ein Satz, ein Satz. Man kann echt froh sein, dass Schäppchen so ein einwilliges Gemüt hat, weil er was Vergleichbares in meinem Realität wäre der Typ tot. Das kommt auch noch jetzt gleich. So, wie gesagt, du kannst ihn ja reinlassen, wäre ja alles in Ordnung, aber du musst halt merken, den Unterschied, kommt der gerade rein, um jemand anderen rauszuekeln oder den zu triggern, oder kommt der rein, um sich zu unterhalten? Also, dann musst du halt... Ja, okay, falsch, und weiß es, kein und leuteste Trigger. Nein, nein, falsch. Hallo, bitte, bitte, darf ich zwei Sätze sagen, um mal kurz mit deiner Legende aufzubauen, auch mit deiner psychischen Erkrankung, die du wohl... Das ist wichtig, bitte, bitte. Ey, Mensch, hallo, ganz kurz, also hier... Der kommt immer rein, der fragt nicht irgendeine Scheiße aus, der sagt auf irgendwas, das ist einfach nur mal so. Wer da, darf ich zwei Sätze aussprechen? Zwei Sätze, bitte, ist mir wichtig. Deswegen schnall ich noch mit dabei dir aus, weil der Wunscher nur noch im Sack geht. Ja, das Hauptproblem ist, bei Cap 12 und auch bei einer Julia Dolores-Cocolores, ist, dass die glauben tatsächlich, dass die irgendwie hier in Mauro-Dorf irgendwie einen Einfluss haben. Dass die jetzt auch gerade glauben, also, dass ich jetzt in Cap 12 so zurückgehe, so, oh, die reden über mich, das habe ich ja alles verursacht, oder so ein General Butt-Head, oh, ich bin eine Sekunde drin und alle streiten sich wegen mir, oder eine Dolores, die auch denkt, oh, ich komme rein in den H.O., und Dennis geht raus, aber Dennis geht raus, weil er keinen Bock hat, sich mit dieser Börder-Bitterten-Kruz zu unterhalten. So, das ist alles. Aber Julia denkt, er geht raus, weil sie so eine tolle Trollin ist. Ist sie nicht. Und die Leute regen sich auf Cap 12, nicht, weil du so ein toller Troll bist, sondern weil du verachtenswert bist. Und weil die Leute nicht verstehen, viele Leute nicht verstehen, warum du toleriert wirst. Und du kannst von Glück reden, Junge, dass du mit Shapey so einen friedfertigen Typen hast, der garantiert zu Sachen fähig ist, wenn du ihn richtig auf die Pfeil bringst. Aber ja, bleib doch ruhig. Bleib doch ruhig. Wir haben deine Fresse, wir haben deine Adresse, und du kannst von Glück reden. Du kannst von Glück reden, dass du auf so einem friedfertigen Typen wie Shapey getroffen bist. Ich fang jetzt nicht an, dieses Shapey mit ihr und wir. Nein, aber ich wollte nur den Zahn ziehen. Ihr seid keine guten Trolle. Nein, Cap 5, du polarisierst eventuell ein bisschen, aber nur dadurch, da muss man dir fast für dankbar sein. Du entblößt den Charakter anderer Fotzen hier im H.O. drauf, die dich tolerieren. Das ist einfach. Dafür muss man dir fast dankbar sein. Dass man sich denkt, was ist denn hier überhaupt los? Und du hast auch eine Julia enttarnt. Und eine Julia ist auch so narzisstisch unterwegs, und die denkt ja auch, eine Julia denkt ja auch, dass ein TTA rausgeht wegen ihr. Oh, ich bin drin, ich gehe raus. Und sie glaubt ja auch, dass eine 1001 rausgeht wegen ihr. Nee, die gehen weg. Ja, die geht schon wegen dir weg, aber nicht, weil du so eine tolle Trolle bist, sondern man kann Bock haben, sich mit ihr zu unterhalten. Und dasselbe geht für dich, CapTrash. Nur, dass du, dass du halt noch kriminell spastisch unterwegs bist. Das ist alles. Ihr seid keine guten Trolle. Ihr seid scheiße. Man hat keinen Bock. Hör mal zu, Julia. Hör mal zu, CapTrash. Ihr seid keine guten Trolle. Man hat keine Lust, sich mit euch auseinanderzusetzen. Das ist mein eigenes Grund. Das ist der Grund. Ihr seid keine. General Fuckhead. Ihr seid nicht gut. Ihr seid scheiße. Und darum gehen die Leute raus. Genauso, wenn ich an der Bushaltestelle angelabert werde und mich labert jemand an. Und ich gehe weg. Hat er mich nicht getreut? Ich gehe weg, weil der Typ mir auf den Sack geht, weil der scheiße ist. Und ihr seid scheiße. Ja, wie gesagt, ich muss einfach nur mal sagen. Nein, ich gehe jetzt auf. Julia hat immer... Ey, hör mal zu. Ey, ganz kurz. Ganz kurz. Hallo. Julia hat jetzt mal angefangen. Julia hat vor ein paar Tagen angefangen. Hallo. Meine Fresse. Ja, bla, 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 bla. Julia hat letztes Mal erzählt. Julia hat letztes Mal... Jetzt lass mich auch mal. Hat Julia dich auch in der Hand oder was? Darf ich jetzt über Julia ganz kurz reden? Ja, jetzt lass mich aber... Du hast eine Prozesse oder was? Äh, moin, Pauli. Hallo. Nein, hallo, du wirst du... Alter, um die Stolz gerade an. Alter, jetzt darf ich auch mal was. Ich möchte das einfach... Was? Du glaubst du so ein Scheiße, Mann. Nee, Alter, das war... Okay, ich komme rein. Nein, sie freundet halt auch nur gerne... Sie freundet halt Dennis zum Beispiel. Bla, bla, bla. Dennis, du was hast du da wieder da? Und, und, und. Dann ist der Dennis da raus. Wette Weiber. Du warst das halt. Aber gut, das ist halt ihr Ding. Ja, ich fasse mich kurz. Ich will nur den Zahnziehen. Äh, weder Julia noch du, Cap5, noch Jill oder Batte, noch eine ganze Fotzenarmee. Ihr seid keine guten Trolle. Die gehen raus. Die Leute gehen weg. Raus nicht, weil du so toll getrollt hast, Julia oder Cap12. Weil ihr... Weil das hört man an der Stimme raus. Äh, TTA geht raus. Weil er genervt ist. Aber nicht, weil er getrollt worden ist. Weil, äh, nee, ich hab keine Bock, mich solchen Behinderten zu unterhalten. So, äh, und Julia und so Cap5 und so General Batte denken, glauben tatsächlich, ernsthaft, so, oh, kaum bin ich da, aber ich bin so ein toller Trolle. Die sind wegen mir weg. Nee, die sind weg. Weil man keine Zeit verschwinden will, sich mit euch zu unterhalten. Also, äh, Julia, den Zahn musst du dir echt ziehen. TTA geht nicht raus wegen ihr. TTA geht raus und seine Zeit nicht verschwinden. Mit deinem dummen Gesülze. Nee, nee, glaube ich. Das selbe für Cap12 und das selbe gilt für General Batte. und die ganze Fotzen an mir. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist ja wirklich erschwassend. Weil, äh, wenn der Dennis... Ey, Werner, Dennis ist tiefen entspannt. Da kommt, äh, Julia rein. Hallo. Und sie denkt irgendwie, dass sich Dennis triggert. Aber Dennis kennt alles von ihr. Dennis kennt die Fotos. Nee, ganz kurz, ganz kurz. Hallo. So, Dennis kennt alles von ihr. Dennis hat alles per TG bekommen. Dennis kennt alle Fotos. Und Dennis kennt auch alle Videos. So, und, äh, und natürlich kann er dann diese Frau nicht mehr ernst nehmen. So, und, äh, mit dieser Legende, Julia, sollte man eventuell auf diesem dünnen Eisen sich so heftig schlichtschuhlaufen. Weißt du? Ja, da muss ich, da muss ich als, 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 als Rollprinzessin sehen. Immer wieder, immer wieder. Du bist, ey, ganz kurz. Trümmer, ganz kurz, Julia. Du willst dir eine... Nein. Trümmer, ja. Ich mag sie auch. Komm, zeig dich doch mal unten. Hallo, ich mag, ja, hallo, ich mag, ich mag Julia auch. Aber was ich nicht an ihr mag, ist, was ich letztes Mal festgestellt habe, weil, dass sie denkt, dass die Leute wegen ihr abholen. Die gehen weg, weil die keinen Bock haben, sich mit so einem Abschwimmen zu unterhalten, wie sie da jetzt gegenwärtig unterwegs ist. Das kommt ja auch durch den Einfluss von Krab 12, General Batet, mit den Leuten, mit denen sie abhängt. So, und sie ist auf dünnem Eis. So, und wenn ich mit so einer Legende, die hierher bekannt ist, würde ich mal etwas, würde ich an ihrer Stelle etwas zurückhalten, wenn sie wirklich was zu verlieren. Ja, ich finde, ich finde immer dieses, wie gesagt, da haben wir ja hier wieder was, weil, das ist ja das Ding, ey, das ist ja, da gebe ich dir komplett recht auf, zum Beispiel hier dieser Cap-Reis, ey, der kommt hier nur rein in den, in den, in den Stream, ohne, wirklich, da kommt ein Stream rein, oder normal, oder irgendwie Fronten und irgendwie, irgendwelche Sachen da verballert. Und das, wir waren mit in letzter Zeit auch, da sind es einfach zwei Stunden, das war einfach, so wirklich, ich halte so schon, verlaufen dabei, verlaufen dabei, das war auch die, war auch die Dolo so, die suchen ja halt da nichts aus, wie, Leute, ja, hallo, ich bin doch gerade am Labern, danach darfst du, das war ja nichts anderes, so wirklich, von den zwei, deswegen geht mir das auch mega auf den Sack. Deswegen habe ich den auch letztes Jahr rausgeschmissen, so. Ey, Alter, geh mir dann mit. Ey, Werner, ich bitte nicht, also das Game, wenn Julia hinterherkommt bei CapTroll und sagt Shalom, weil es ist so asozial billig, also, ja, ich schäme mich selber, dass ich mit ihr Kontakt hatte, tatsächlich. Weil ich dachte, ich dachte echt, sie hat ein bisschen, deswegen kommt jetzt meine Frage. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ich bin getriggert, weil sie letztes Mal geflexiont hat, ich bin, Alter, ich halte mich die Fresse, ich bin getriggert von Julia, weil sie letztes Mal sagte, wo Dennis bei Werner auch mit war, wo ich zugehört habe, dass sie sagte, ich habe so einen hohen IQ und ich bin froh, dass ich so schlau bin, dass ich, dass mir alle Sachen im Leben so leicht fallen, also besser als andere Menschen. Und das Schlimme war, da ich sie ja auch ein bisschen kenne, sie hat es ernst gemeint. Sie hat es wirklich ernst gemeint. Ja, und der Zahn, der Zahn, das, also, hallo, wer mit einem hohen, wer hier mit einem hohen IQ rumflext, muss damit rechnen, dass er an die Vergangenheit um die Ohren geklopft wird, weil es würde niemand mit einem hohen IQ passieren, aus einer Julia mit einem Hallo. Geh los! Darf ich mal zu Ende reden? Darf ich mal kurz zu Ende reden? Warte, Andi. Hallo! Darf ich mal kurz zu Ende reden? Ja, dann komm doch auf den Punkt. Ja, ich will da doch unterbrochen. 138 oder so. Nie, hallo! Aber sie hat auch nie mit Umbeflext. Unfassbar. Das war ihre Aussage. Ich wollte doch dem Andi nur eine Frage stellen, Mann. Ich will doch nur kurz den Satz zu Ende führen. Ich bin doch gleich fertig, verdammt! Ach, du bist immer noch nicht mit einem hohen IQ, wie Julia das von sich selber behauptet. Würde sowas passieren, was ihr in der Vergangenheit passiert ist. Ganz einfach. Das passiert nur blöden Plattmaps. Verblöden. Ganz einfach. Ist das angekommen? Ja, aber vielleicht war das ja wirklich, dass der Jugend von IQ da festgestellt worden ist. Man weiß es nicht. Warum redet er jetzt dazwischen, wenn er einfach nur ausredet und nicht danach sagt? Aber damit hat sie die umgefleckt. Warum redest du jetzt dazwischen, Werner? Warum? Ey, Mann, weil ich dir das wiedergeben wollte, was sie gesagt hat, Mann. Zitate von ihr. Also, halt du doch deinen Boppel, Mann. Wenn ich dir Zitate wiedergebe, was sie wirklich gesagt hat. Sie hat gesagt, dass ihr Jugend so höflich aufgestellt hat, aber sie flext heute nicht damit rum. Das war ihre Aussage. Das war ihre Aussage, Mann, Pobol. Ja, darf ich jetzt fragen. Ja, aber es ist mir neu, dass man mit so einer hohen IQ auf X hat landet. Man muss so sonderlich schlau sein, mit drei Videos auf X hat zu landen. Drei Videos auf X hat zu landen. Drei. Es ist ja nicht nur eins. Es sind drei. Es sind drei Videos. Also, ich wusste nicht, dass das eine IQ ausmacht, auf X hat das so dann ungewollt. eine Frage an dich. Also, höre erst mal zu. Sperre die Lauscher auf, höre zu. Ja, komm, du Bastard, komm, Lager. Wegen, ja, natürlich, ich bin auch das, alles gut. Wegen Julia. Hält dir das nicht auf bei einer Frau, wenn die so von sich selbst überzeugt ist, dass du merkst, dass sie schon irgendwie einen Hintergedanken hat und dass sie nicht aufrichtigt mit dir. Dass du merkst, die ist einfach eine, also, die hat irgendeinen hinteren Plan. Also, irgendwas ist dahinter noch so, weißt du, in ihren Gedanken. Da überschätzt du sie aber mega hoch. Eventuell im Haarodorf kann man einen Plan machen, warum wir alle haben die Null. Ja, deswegen kann ich solchen Menschen, nein, ich wollte sagen, deswegen kann ich solchen Frauen nicht vertrauen. So, ernsthaft, wenn du, wenn hier jemand rumpf, Julia, hast du selber Schuld, wenn du hier damit rumpflegst, wie schlau du bist, dann ist wohl die neue Klugheit, mit drei Hammer-Hardcore-Videos auf Exams zu landen, plus noch tausend andere Sachen, die ich jetzt nicht nennen möchte. Also, das ist sonderlich schlau, als Mutter, das ist super klug. Also, dann hier noch weiter hier rum zu toben, du solltest dich eigentlich vergraben, Alter, du solltest dich vergraben und die Fresse halten. Schon alleine, aus den Gründen, die du eigentlich willst. Ja, ich würde sagen, die soll sich vergraben, aber die Fresse halten, das passt schon. Wenn ich mit 1000 Wix-Videos auf Exams vertreten bin, halte ich mich hier immer sehr bedeckt, dass ich hier sonderlich schlau bin. Ja, sollte man hier sagen... Weißt du, wer die hochgeladen hat? Wisst ihr, wer die hochgeladen hat auf diesen Plattformen und wo die weitergeteilt werden? Wisst ihr, wer das ist? Das ist die Koptos-Kalli-Truppe. Das ist die Drachenlord-Truppe. Das ist die MWO, die sogenannte E-O-U-Tetis. Das sind ihre Freunde. Ja, daher kamen sie von dieser Ecke. Ja, und ihre Freunde haben das hochgeladen. Vermittliche Freunde. Ich gebe es zu, ich gebe es zu, ich war so getriggert letztes Mal bei ihrem überheblichen Geblubber mit Dennis und ja, und leg dich bloß nicht mit mir an, mit mir hammerintelligente Frau, du bist dumm, Alter. So, äh, 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 du musst eigentlich aufpassen, was du hier sagst, Mädchen, wirklich, weil, äh, man muss nur ein paar, äh, Tasten bedienen und, äh, ich wollte es nicht tun und ich hab, und ich hab es getan und was ich, was ich gesehen und gefunden habe, war ich ultra, hab er hardcore geschockt, äh, aber noch mehr geschockt war ich durch die Kommentare und durch die Uploader, das waren alles seine alten Freunde, das ist alles die alte MWO, das ist die Drachenlord-Truppe, und tralala, dass du wohl irgendwie Stress mit den Leuten gehabt hast. Ja, das ist er, das ist er, das ist er, das ist er, weil ich vorgestern, was ich an mir gesagt habe, aus, aus, aus falscher, aus falscher Solidarität, bei Don't, das ist ja, aber hier, aus falscher, noch mal, warte, 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 aus falscher Solidarität, aus falscher Solidarität, habe ich zum ersten Mal, von Bernard B., das Video geguckt, bei Don Pidgee, wo ihr Ex-Rondar am Start war, und, äh, äh, Julia, Alter, halt den Bein flach, Mädchen, ja, und flächseln mit deinem IQ, bloß nicht rum, das ist ja echt Habakko, heftig. Ja, hier wurden ja mehrere Videos, von der, die sind echt nicht ohne, so, das muss man schon sagen, aber noch mal, diese Beute, da stimme ich dir dann natürlich zu, wo sie eigentlich dafür steht, die haben das ja veröffentlicht. Sie hat auch die Aktion mit Adam, äh, da wird dir regiert, aber, äh, ey, Werner, da hört es aber auch auf, äh, 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 da hört es mir den Mikrochen auf, so, das war auch ein No-Go, in meinen Augen, äh, äh, Bilder von Adam in Lüchow aufzukleben, und, äh, äh, Briefe ans Arbeitamt zu schicken, ist ein No-Go. Bei gewissen Weibern, ist ein No-Go, hallo, das ist, das ist, ich bin konisch, als Intelligenzprozessin, ich kann Adam hassen, wie ich möchte, aber, das kläre ich mit Adam persönlich, aber ich, ich, ich mache nicht, ich habe 12, so eine wenige Aktion, und, äh, platziere Lüchow mit dem Bild von Adam, und, äh, schreibe mir Briefe ans Arbeitsamt, das ist ein No-Go, hallo, hörst du, Julia, No-Go's, Fotzenscheiße ist das, das ist eine Fotzenaktion, das ist unehrenhaft, was bist du denn für ein Vorbild, verdammt, kurz, wenn das jemand ist wie Adam, dann hat er das vielleicht schon verdient, weil er selber ist doch einer derjenigen, der, nein, nein, zu was, ich dachte, du als, als Balkanese, was ist am besten, dass man Sachen, direkt, Auge in Auge, persönlich regelt, und niemanden mit reinzieht, so, und durch die Aktionen mit den Bildern, hallo, 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 schnauze, schnauze, durch die Aktion, ich bin ja, hat hier kein Freund von Adam, aber, äh, durch die Aktionen mit, mit Klarnamen und Bildern, und plakatieren, ob er ein Schwerverbrecher ist, zieht automatisch auch seine Familie, die wohnen nämlich auch in Lüchow, das ist ein No-Go, genauso wie bei Shapey, ob ich Adam mag oder nicht, das stimmt überhaupt nicht, das geht nicht, aber wovon geht es so gerade, lass halt, Adam, das ist wundervoll, weil Adam, jetzt haben sie ja auch noch, sie haben sie ja auch noch, ein wenig, also, 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 Cap Tröf, hat Cap Tröf nicht gesagt, dass er Familie hat, und Kinder hat, wenn es überhaupt stimmt, ich habe keine Ahnung, ist mir scheißegal, ja, ihr seid tolle Vorbilder, ihr seid Cap Tröf, und Raven, Baby, Baby, du bist gerade nicht, ultra im Arsch, dass du diese Fotze, und reingelassen hast, das war die, das war die persönlichste, heftigste, ultra-enttäuschung, ist Raven, dass der, der Fotze, noch ein Drink genommen hat, ich habe nie verstanden, warum er in diesen, Gruppierungen da mitgemacht hat, diese, Betontruppe, oder was auch immer, wie ich nenne, ultra-enttäuschung, krass, da tue ich mir halt damit, was mich hier echt verletzt hat, war diese Nummer, ja, Baby, du hast die Augen, dass du, klingelig bei mir, kommt her, ich haue mir auf die Fresse, und dann steht, die größte Fotze, noch nicht mal, vom H.O.dorf, eine Hammer-Hardcore-Fotze, die, äh, 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 was sagt der Passink, äh, man kann die ganze Familie in den Ruin treiben, das ist für eine Fotze in Aktion, aber ready, Baby, du machst die Tür auf, und freust dich um eine Flasche von 15, 16 Euro Whisky, und dann machst du auch noch ein H.O. und sagst, oh toll, er war da, und hat mir was geschenkt, Fotze, Alter. Oder der macht die Wodka, äh, das hat mir mein digital, das hat mir schon mal ein digitales Herz gebrochen, die wurde unter der Flasche noch so, ich hab, weißt du, was mich, weißt du, was mich, was mich beeindruckt hätte, ey, kein Pfeif hat bei mir geklingelt, ich hab die reingelassen, Alter, wollen wir mal schenken, erst mal die Fresse eingeschlagen, das hat mich beeindruckt, so, also kann ich Raving nie wieder ernst nehmen, ich kann auch Raving nie wieder was anvertrauen, weil er hat mit solchen Menschen Kontakt, ich kann auch Julia nichts mehr anvertrauen, weil sie hat mit solchen Menschen Kontakt, die solchen Singeln zu haben, aber scheiße, ich weiß ganz genau, ja, heute, heute ist es eine Woche, alle sind verbrannt, alle sind verbrannt, wer mit solchen Menschen Kontakt hat, sind verbrannt, 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 ich kann auch nicht, Warte mal, Werner, bitte, lass mich noch bitte mit Zuhat reden, Zuhat, ich kann noch niemandem mehr was anvertrauen, was persönlich ist, was ich in der Vergangenheit durchaus getan habe, mit jemandem, der sich mit so einen Typen wie Cap 5 abhängt, der so unterwegs ist, was hier absolut bekannt ist, den kann ich nichts mehr anvertrauen, weil ich automatisch, ich kann nichts mehr erzielen, weil es wird irgendwann eventuell entgegen mich verwendet werden, ich kann das nicht verbrannt. Weil ich vertraue euch allen nicht, glaubt ihr wirklich, guck mal, ich habe doch meinen besten Homie, das ist der Johannes. Homie! Also warum sollte ich euch irgendwas Vertrauliches erzählen? Wer seid ihr denn? Ich habe euch schon nie gesehen. selbst wenn ich nicht gesehen habe, ich habe es schon eine Faktur. Nein, um das zu verdeutlichen, stell dir mal vor, Stuart, wir wären die besten, wir würden uns hier digital, wir wären die besten Buddies und hätten uns auch schon privat getroffen und uns auch schon haben wir viele private Sachen erzählt. So, und dann kommt so eine Fotze wie Cap 12, was hier keiner so richtig aussprechen mag, warum auch immer, warum wir das so sagen, so, und, und dann, fragst du mich, hey, Andy, was sagst du denn mit dieser Fotze am Hut? Ich kenne dich doch, ich kenne deine moralischen Eckpfeiler und wie du drauf bist, wie so, was, wie, wo, da kommst du auch nicht drauf klar und würdest mir nichts mehr erzählen, weil, weil solche Menschen wie dieser Typ, der, also, nein, ich sag dir meine ehrliche Antwort darauf. Ich weiß gar nicht, wo ich das kenne. Andy, ich bin gar nicht so emotional, wie du das von mir jetzt bitte nochmal ganz kurz was hier bei mir im Chat. Das interessiert mich nicht. Mach doch, was du willst. Kannst du das hinbekommen? Worauf du Bock hast. Einfach nur mal hallo. Ich brauche glaube ich ein anderes Beispiel. keine Ahnung. Stell dir mal vor, nee, ich hätte es noch ein gutes Beispiel. Stell dir mal vor, dein Johannes, den hast du ja als Herr O'Dorf, also das Herr O'Dorf nahegebracht und auf einmal erfährst du aus dem Herr O'Dorf, dass der Johannes sich mit Kap 12 getroffen hat und im Wochenende überbracht hat. Wie würdest du dich fühlen, so hat? Keine Ahnung. Also der ist ja nicht mein schwuler Lebenspartner. Nein, aber du weißt doch, wir würden hier gerade reden, was würdest du denn denken? Was würdest du davon halten? Ich fände das erstmal interessant und würde den Fragen so, ey, was ist denn passiert? Was habt ihr gemacht? Also ich würde erstmal Interesse sozusagen nicht vorheucheln, sondern Interesse Interesse halber fragen, was da ist. Ey, nochmal, sei bitte jetzt mal ehrlich. Johannes ist einer der besten Freunde oder sogar dein bester Freund und dann erfährst du Nein, ich bin dir ehrlich die Antwort. Die Antwort war nicht. So, du erfährst, Johannes hat dir nichts erzählt, das ist nur hypothetisch. Johannes hat dir nichts erzählt. Und dann erfährst du, der war ein Wochenende bei Cap 12 und hat gesoffen und Party gemacht und die haben gelabert und der findet ihn voll sympathisch und kommt zurück. Was würdest du, was geht in deinem Kopf vor? Ja, aber du stellst die Frage du stellst die Frage gerade so, als hätte ich mit dem Johannes Heile beziehen. Wenn ich es hypothetisch oder dann dein Fallbeispiel Also ich kann die Frage beantworten. Ich habe doch eben schon darauf geantwortet. Also ich kann dir die Frage beantworten. Ich habe auch eben schon darauf geantwortet. Um das anschauen zu machen. Wenn Mercedes mir erzählt, sie hat ein Wochenende mit Cap und das zu verbindlichen eine Person, die ich real kenne. Wenn Mercedes sich privat mit Cap trifft für ein Wochenende und mir davon begeistert erzählt, dann rappelt sie der Kap 12, Alter. Dann ist Schluss am Gelände. Dann ist er aus, die Maus. Ach man, ey, Andi, ohne Scheiß. Was ist heute los? Ja, du lässt es ja auch vom Bellagio beschenken. Warum bist du so aufgepummern? Nee, du bist... Nee, nee, Suat. Warum bist du denn so? Du bist jemand, dann klingelt das an der Tür. Nee, Suat. Du bist jemand, dann klingelt das an der Tür, da kommt ein Paket vom Bellagio, wenn du gar nicht befreundet bist, kriegst ein paar T-Shirts geschenkt und sagst so, okay, ist umsonst. Ich hinterfrage das nicht. Was? Ein T-Shirts geschenkt? Wer bist du denn, Suat? Ich auch noch in der Geschichte. Ich? Alter, der erste Gedanke, der mir kommt, wenn mir irgendeine Fotze was schickt, die ich gar nicht kenne, würde ich jetzt noch fragen, warum macht er das? Aber die Frage, Suat, hast du dir nicht gestellt? Da ist Hase, bin ich jetzt ehrlich. Hase sagt, geschenkt ein Graul, gucke ich nicht ins Maul und Hase hat auch zugegeben, dass er die Frösse halt mit Kritik gegen Bellagio geht. Und du bist so eine Fotosur, dass du sagst, du nimmst das an, aber du hast keine Gedanken. Ich mach das auch, aber der hat jetzt keinen Grund geliefert, dass ich ihn kritisch sehen kann. Was? Was? Ich bin mal deutsch. Ich bin mal deutsch. Was redest du? Schlüsselst du? Bitte deutsch. Ja, dann musst du auch mal ein bisschen zuhören. Ja, rede deutlich. Die ganze Zeit durchzubabbeln. Ja, rede deutlich. Ja, dann halt doch mal deine Schnauze. Ja, dann rede doch. Dann kannst du auch zuhören. Dann rede doch. Du bekommst ein Paket von Bellagio. Wie hast du dich gefühlt? Zwischen. Wie hast du dich gefühlt? Mach mal was. Ein Paket von Bellagio. Was hast du gedacht? Oder tauchen. Was der Ende ist. Genauso wie bei Cup 5. Du tust lieber mich in den Vorraum, aber wenn jemand weiß, wo es nicht ausgeht, lässt du das einfach. Nee, ich baller hier gar keinen im Vorraum. Alles ist gut. Ja, aber dann mute den wenigsten. Ich versuche, einen Satz zu beginnen und der regelt mir die ganze Zeit. Na, ich mute heute auch nichts mehr. Ja, ist okay. Ich schuze einen auch, der besoffen. Ich bin die ganze Zeit rufen mit dir. Nee, ich bin überhaupt nicht bedruckt. Hallo, lass doch. Ey, guck mal, alle, was du hier lachst. Ja, okay, dann kann ich jetzt meinen Satz beginnen. Oder bist du jetzt der Nächste, der mich die ganze Zeit unterbrechen will? Ja, ich wurde unterbrechen. Ich habe gesagt, der Unterschied zwischen Hase und mir ist, ich habe ihm vielleicht schon wenigstens sofort was zurückgeschickt, nicht sofort abkaufen. Ich habe ihn wenigstens auf... Ja, frag ihn doch. Was denn? Was denn? Ja, er würde das Care-Paket nennen. Ich habe ihm ein bisschen Honig in einem Glas und... Honig? Was? Du hast du vielleicht schon Honig gemacht? Ein paar Süßigkeiten aus dem Azeoten und dann noch ein Dingens... Was war das? Genau, ein Porsche Panamera, also ein Briefbeschwerer. Und den hat er neben seinem Laptop stehen. Kannst du ihn selber fragen? Nein. Es geht schon etwas sexuell, ne? Ist schon klar, ne? Alter. Aber ich habe davon nichts zu sagen. Ey, Suat, also... Ey, Suat, sollte man sich ein paar Gedanken... Entschuldigen... Das ist so schön... Suat, bitte nicht falsch verstehen. Das ist eine schöne Idee, betone ich und Briefbeschwerer sind tolle Ideen. Aber sollte man sich eher einer Braut schenken und einer Frau? Ein Bellagio. Also, das ist... Ja, aber das war einfach nur... Das war einfach nur so ein Paket als Dankeschön, weil er hat mir... Honig! ... damit angefangen... Und er hat mir... Honig! Er hat mir... Er hat mir zuerst was... Ich würde das Frau Honig schenken, damit sie... Damit sie mir den Honig von den Nippeln ablext. Das ist doch kein Kerl, Alter. Ihr seid ein schwules Dorf, Alter. Echt so... Ja, meine Zwiegen, dann sind wir halt homosexuell. Nee, nee. Das ist ja das. Also, warte mal. Also, Honig... Warte mal. Ein Briefbeschwerer... Und was noch? Die sind Honigsexuell. Genau. Nee, warte mal. Briefbeschwerer, Honig und... Flips, Alter. Und Flips. Hast du auch einen Brief geschrieben? Und was war's? Hallo, Belagio. Danke für deine T-Shirt. Warum auch immer. Danke, Belagio. Aus welchen Gründen auch immer du dir diese T-Shirt geschickt hast. Hallo, Belagio. Ambei... Honig, Briefbeschwerer und Flips. Danach kam noch ein Paket von Belagio. Echt? Echt? Scheiße, echt? Das ist so... Oh meinst du... Echt? Da war so kleine Werkzeugstücke, alle Schokolade... Alles mit dem Schick. Was, wie finde ich? Ey, ich fand das cool, Alter. War's nicht. Ich hab den jetzt... Versprochen... Ja. Ich muss ihm demnächst jetzt auch wieder was schicken. Also, spätestens Anfang nicht. Ja, aber... Ey, Suhr... Ey, das... Das ist in der Filmkommunikation noch immer. Das ist eine Stimme. Die Kehle auch antwortet. Irgendwelche sogenannte Kehrpakete mit Süßigkeiten und Filmen und... Aber... Das hat auch einen Sinn. Weil... Die machen das... Der hat mir auch... Genau, der hat mir... Ah, genau. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Vom letzten... Bitte, bitte. Diesen Haselnuss-Schnaps. Den Haselnuss-Schnaps hat der mir noch geschickt. Ey, A.S. Hoolst. Die schicken auch... Der Filmkommunikation schickt uns Zokoladen... Ja, ist ja okay. Ihr schickt euch... Ja, komm. Aber in der Filmkommunikation hat das einen Sinn. Weil, äh... Also, äh... Es geht um Content. Weil, äh... 50% des Contents der Filmkommunikation sind Mystery-Pakete. Und dann packen die die aus. Machen Videos davon. Packen die aus und zeigen, was die geschenkt bekommen. Oh, Gummibärchen. Oh, dies und das. Oh, der Film und das. Und dann kriegen die wieder ein Paket und schicken das hin. Ja. Die man... Also, das ist Content-Erzeugung. Aber, äh... Ich bin von dieser Anbocker. Aber, Suat. Das spielt keine Anbocker. Was mich... Was mich... Was mich über interessiert... Was war dein erster Gedanke... Als du... Was war dein erster Gedanke... Zu... Zu... Ja. Aber was war dein erster Gedanke... Zu... Als du ein Paket bekommen hast? Und du wusstest es von Belagio? Was ging an dir vor? Hast du dich gefreut? Ich habe auch Bier bekommen. Ich habe das direkt erst mal gegönnt. Weil, die sind... Ihr seid alle so käufliche Arten. Natürlich habe ich mich gefreut. Das ist nur noch scheißig. Also, wenn mich einer... Aber das war überraschend. Aber, Werner... Es kommt drauf an. Wer einen das schickt. Wer einen das schickt. Also, äh... Wenn mir jetzt... Ein alter Freund... Oder... Äh... Sagen wir mal so... Äh... Ich kenne ja hier nicht viele Musiker. Aber wenn mir jetzt... Ravy Baby ein Paket schicken würde... Äh... Würde ich mich wahrscheinlich auch freuen. Aber wenn mir jemand... Den ich gar nicht kenne... Und der schickt mir das einfach so... Einfach nur so... Also, das ist auch so... Und ich würde mich fragen, warum? Was soll denn das? Ja, guck mal... Ja, guck mal... Ja, gut, aber... Du kannst ja nicht sagen, was ich mag... Mag... Äh... Was du magst... Nein, nein, Werner... Da kommst du mich irgendwie so... Werner, da mach ich dir auch... Werner, da mach ich dir auch keinen Vorwurf... Weil du bist halt eine käufliche Hartgeld-Nutte. Du bist halt eine käufliche Nutte. Und zu... Und du bist... Also, du hast keinen Vertrag. Nein, du schickst keinen Vertrag. Nein, du schickst keinen Vertrag. Aber... Ihr seid... Ihr seid... Käufliche Putzen. So einfach ist das. Und... Ist das so... Ey, Werner, ich bitte dich. Wenn du dich hinterfragst, wenn du mit jemandem nicht super befreundet bist, würde ich mich erst mal fragen, was soll denn das? Aber du freust dich, du bist ein Nutze. Und ich hab nicht gegen Nutze. Ich kenne viele Huren und einer der geilsten Huren war jahrelang meine allerbeste Freundin. Aber sie wusste, sie war eine Hure und sie hat halt Geld genommen. Also Geld genommen. Ich schicke auch was zurück. Ich schicke auch was zurück. Ja, ihr seid Huren. Ich schicke auch was zurück. Aber die Huren, die ich kenne, die wissen, die wissen, warum das machen. Die anderen können die Emotionen. Die spielen ein bisschen Gefühle vor und lassen sich halt finden. Aber das ist ja echt heftig. Wenn wir einfach Bier schicken, der Herrlo, Liebe geht raus. So in dem ersten Sinne. Achso, Liebe geht raus. Geht auch Liebe raus, Werner, wenn dir, Liebe, Werner, geht auch Liebe raus, wenn du weißt, dass der Absender der Typ ist, der andauernd schreibt, ich pisse auf Uwe, du ans Grab, Liebe geht raus. Hauptsache, Hauptsache, es ist Bier drin. Kommst jetzt mit dem Kram, das natürlich nicht. Werner, hier steckt denn jetzt nur den ganzen Akkord. Wer ist denn? Wer ist denn? Werner, ich bitte dich. das weiß noch ganz genau. Du hast das auch schon angenommen. Du hast das schon angenommen. Du hast schon die Hand, nicht des Teufels, aber eines binnerten Handlangers des Teufels, eines kaputten Typen, angenommen, der dich seit Jahren treut. auch mit Uwe, auch mit Uwe. Das ist dein geliebter Trepppfeifer, aber Lutz, weicherer Werner. Hauptsache, Lutz. Du hast gerade gesagt, Werner, Liebe geht raus, Hauptsache, Bier. Na denn? Du lässt dich ein Bier kaufen. Meine damalige beste Freundin, Rest in Peace, die hat ordentlich Geld genommen, weil die hatte was drauf. Warum ist sie gestorben, dass sie deine Freundin war? Warum ist sie gestorben? Weil sie tot ist, weil sie ermordet worden ist. Achso. Sag mal. Warum geht es ja nicht? die hat wenigstens eine ordentliche Kohle. Jetzt will der das Zimmer wechseln. Nee, du kannst mich gerne fragen, das ist kein Geheimnis. Das hat die Truppe hier schon ordentlich durch die Kau hier gezogen. Da bin ich schon längst drüber weg. aber ich wollte damit sagen, dass das ein Job ist und dass man sich verkauft, so, aber man sieht wenigstens eine Hundertteile in der Tasche und ich sechs halbe. Und das Ding ist nach fünf Stunden abgehakt und ihr seid ewig in der Pflicht. Okay. Ja, bist du doch, Wenner. Warum hast du denn so eine Zwei-Stunden-Show gemacht? Mit diesem benötigten Stress-Drecks-Paket da? Mit sechs Bierchen. Ja, warum das nicht? Ich fand das ein sehr Moment. Ich habe ein Paket bekommen. Warum ist daran so schlimm? Oh, da sind sechs Bier drin. Oh, ich bin keine hoch, Alter. Ja, nur, weil ich geschickt nicht. Ich weiß egal, Alter, ich habe auch Anboxy gemacht, über Uwe mir was geschickt, aber ist mir egal, Alter. Ekelhaft. Ja, wenn du das ekelhaft findest, ist es doch völlig in Ordnung. Ich finde es ekelhaft. Ich fand es auch ekelhaft, wo Hasen das Belatschen ausgepackt hat, über drei Stunden. Ich fand es ekelhaft. Ja, ich weiß ja, ob ihr alle schwul seid. Warum es schwul hat? Warum schwul? schwul? Warum schwul? Warum schwul? Warum ein schönes Paketstück an eine Frau, um die Freude zu machen? Ich habe kein Unboxing-Video gemacht. Also, ich mache keine Unboxing-Videos. Nein, Stuart, das habe ich auch gar nicht gesagt, dass du Unboxing-Videos hast. Das hast du letztes Mal im Gespräch gemacht. Stuart, das bin ich dir gar nicht vor. Du hast es mir nebenbei erzählt, dass du auch Pakete von Belatschen bekommen hast. Aber, es würde mich eher freuen, guck mal, du hast eine gute Fantasie, guck mal, du hast Honig reingepackt und du hast Fantasie spielen lassen, aber schüttest doch einer Braut, um sie zu imponieren. Was möchte ich dich freuen? Weil irgendeine Frau, die du magst, die schüttest ihr ein Paket, da ist Honig drin und was Schönes. So, wow, ey, weil Stuart einfach so, aber du schüttest irgendwelchen Fotzen hier aus und da Honig drauf. Fotzen was? Meine Güte, das ist nochmal das. Wichser wie Belatschio, Mann. Ey, siehst du, was du lässt? Stuart, liest du im Chat, was Belatschio hier schreibt? Was der schreibt? Lies ihr den Chat noch? Lies ihr, liest ihr, Stuart, liest du, was Belatschio hier schreibt? Für einen infatilen Scheiß. Neben Süßigkeit. Was, liest du, was Belatschio hier für den infatilen Scheiß schreibt? Und ihr sollt kaufen mit T-Shirts, mit Bier und da Folgen mit Sohn. Weißt du, was Funfact ist? Ihr nutzt die Folgen mit so gar nicht aus. Da ist so viel möglich. Mit Hintergrund, ihr wisst gar nicht, was da ist. Alles Mögliche ist mit dem Spiel. Ihr habt immer nur ein scheiß Hintergrund Bild. Macht da gar nichts mit draus. Ihr habt tausend Möglichkeiten. Und, äh, ich verstehe es einfach nicht. Ihr könnt einfach nicht zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden und zufrieden Hier passen zehn Leute rein. Hier passen zehn Leute rein. Ja, zehn Leute, die sich auch nicht ausreden lassen. Großartig. Wo solltet ihr damit ansprechen? Ich stream Ja, ihr seht zehn Leute rein, aber ich hole das nicht eure Ehre. Hallo, ihr müsst wie ein Kennex sprechen. Das ist eure Ehre. Äh, hallo, also, äh, sorry, was ihr hier wegballert. Ich habe ja wohl 20 Euro im Monat über für das scheiß Streamert, wenn mir das so wichtig ist. Aber ihr nutzt das doch nicht mal. Ihr habt immer den selben Hintergrund. Das einzige Kreative, was ihr macht, ist HO-Dorf und das Streamert Logos überbieten. Aber ihr macht gar nichts draus, was da alles möglich ist mit Streamert. Da ist so viel möglich und ihr nutzt es nicht. Ihr nutzt es nicht. Ihr nutzt es nicht. Weil ihr gar nicht wisst, wie es funktioniert. Weil ihr gar nicht wisst, worum es geht. Ihr habt vergessen, worum es geht. Also, äh, Werder, äh, warum ist dir diese Vollversorgung so wichtig? Für den scheiß Hintergrund und das Haarunterflogen? Weil sonst machst du ja nichts. Die Videos kannst du auch Jetzt hör mal zu. Ja, tut weh, die scheiß Wahrheit, ne? Nein, aber hör doch mal einfach kurz zu. Das neueste Opfer von Bellagio ist jetzt der Rio, glaube ich. Weil er hat auch diese Vollversion angenommen. Ich glaube, der Rio ist das neueste Opfer von Bellagio. Ja, ist er auch. Ja, das mache ich auch traurig. Weil Rio war der Einzige, Rio war der Einzige, der stabil war, wo Werner die Pizzen geschickt bekommen hat. So, und da kam bei mir das komische Bauchgefühl auf und ich vertraue meinem Bauchgefühl und ich war total irritiert, als Hase ein brennendes Plädoyer gehalten hat für die Leute, die die Pizzen hinschicken zu werden. Ein brennendes, ein flammendes Plädoyer. Was für die Rede auf der Demo. Ich war total irritiert. Jetzt sei los mit der Scheiße. Für oder dagegen? Für. Für die Pizza. Für die Pizza-Besteller. Dass man die schützen müsste und und das äh und er hatte eine Wut auf die Leute, die die Pizza liefern, weil die sind in der Pflicht, kann man darüber diskutieren, die sind in der Pflicht zu überprüfen, ob es richtig ist, aber es ist aber auch die Minderheit, die so eine Psychopathenscheiße macht. Aber Haase hat es ein flammendes und Rio ganz kurz um den Kreis zu schließen. Rio war der Einzige, der gesagt hat, Rio war der Einzige, der gesagt hat, Huren-Solationen. Werner, wie viele Pizzen, wie auch war der Pizzer-Lieferant da bei dir? Ich bin gerade erst wieder gekommen, ich habe gerade eine Gönnung geholt. Du warst live, Werner, mit deiner scheiß Feuertonne und du warst andauernd alle drei Minuten lang scheiß Pizzer-Lieferant da. Wie viele hat Julia und ihre Truppe dir geschickt? Weiß ich, war gestern, gestern hatte ich meine Feuertonne ja nicht. Nein, letztes Mal wo Rio mit dabei war. Letzte Woche ungefähr. eine gute Woche ungefähr. Da kam andauernd Pizzer-Lieferant. Und da war Hase da und Hase hat gesagt, man darf die Leute die Fugelzeilen die da anrufen. Wie viele war das? Also ich habe vier Stück mitbekommen. Viermal war an Pizzer. Also ich alleine habe schon vier Stück mitbekommen. Weiß ich jetzt nicht. Das weißt du nicht mehr. Vergessen, worum es geht. Okay. Ja, keine Ahnung. Ja, okay. Also ich würde es nicht vergessen, wenn die Pizza schon... Die waren ja nicht bezahlt. Ich habe vergessen, worum es geht. Okay. Nein, es war eine Frage. Ich würde darauf rechnen, aber Rio war der Einzige, der gesagt hat, das ist eine Fotzenaktion. Während Hase sagt, das ist... So darfst du immer ein, dass du damit... Ja. Aber Suat, du hast recht. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit Rio los ist. Also ich habe Angst, dass er abstürzt, weil, äh... Wenn er sich kaufen lässt von einer Streamlight-Vollversion, die er sich, glaube ich, locker alleine leisten kann, äh... Äh... Die nächste, die nächste Enttäuschung nach Ray the Baby im HO-Dorf. Äh, moin, Kette! Wo die Rio gerade ich persönlich kenne. Aber, äh... Eine Enttäuschung wenn Rio sich in einer Streamlight-Vollversion Fotzenknechten lässt. Ja, deswegen sage ich ja, eins kann ich ihm versichern. Prost, Kaffee! Wenn er das jetzt hat, dann wird er demnächst, dann wird er demnächst, äh... auf jeden Fall weniger Schlaf haben, mit mehr psychischen Problemen. Ey, ich... Also... Rio hat... Ich mag ihn auch. Ich habe ihn für Hammer-Hardcore. 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 Er hat seine Hobbys. Äh... Äh... Der zieht seine Arbeit durch, äh... Und, äh... Ich mag ihn. Und ich würde es traurig finden, wenn der käuflich ist. Ich würde es echt schräg, total schräg finden. Und er... Er klickt leider in letzter Zeit zu. Und ich gebe dir recht. Ich habe in letzter Zeit mitbekommen, dass er sich tatsächlich... Dass er im Entschuldigungsmodus ist. Genau. Das war bei dir, bei Nahe. äh... Das war dein scheiß Drecks-Hau. Wo, äh... Wo, äh... 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 Wo wir... Der hat sich da gerechtfertigt. Das war genau richtig so. So. Aber er hat auch solche Fotzen, wie die... Äh... 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 Ich habe gehört, es geht um die NWO. Da bin ich natürlich dabei. Das Feuer hat... Das Feuer gelegt hat Kap 12. Das hat auch Ey, Rio hat auch so gesagt. Äh... Aber Erregung hat auch kein Eier. Der Fotzen war die Meinung richtig zu geil. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Weil er bringt es nicht. Gut, wenn ich hier bin. Das... Und euch. Ja, wir sind ein bisschen am... Hey, äh... Wie war euer Pfingsten? Andi, äh... Mach mal auch ein bisschen Halbplan. Lass mal die Damen ein bisschen... Warum? Nein, die Fusskriege. Erzähl weiter, Andi. Ich bin voll mit drin. Ich habe den Chat gelesen. Es geht um die NWO, die Pizza-Klatscher-Riux-Verwahrlosung. Weil... Warte, äh... Erzähl weiter. Warte, wir haben das... Katrin, du bist noch Teil davon. Du bist noch ein Teil davon, Katrin. Ja, genau. Du bist noch ein Teil davon, Katrin. Genau, Andi. Sag ich ja. Ich bin voll mit im Thema, deswegen dachte ich, klinke ich mich mal rein. Ja. Ja, Mann. Dann tu dich auch doof. Du hast so, ob es geht. Ich tu gar nicht doof. Ich habe doch gerade zusammengefasst, dass du weiterreden sollst und was ich verstanden habe. Ja. Ja, also... Erzähl weiter. Also Riuk, ich finde Riuk zum Beispiel auch cool. Ich war in dem Werner-Stream gewesen mit Riuk und so. Ja. Aber du weißt auch, dass Leute, die hier im HO-Dorf unter anderem bei Werner präsent sind, äh, schon, äh, pikante Videos von dir veröffentlicht haben auf diversen Plattformen. Warum geht es denn jetzt schon wieder darum? Darüber haben wir auch schon tausendmal geredet. Lass weiter um Riuk reden. Ja, weil wir über die NWO reden. Weil die Leute hier sind. Ja. Weil die Leute bei Werner im HO sind. Ja, ich weiß. Und bei denen hier sind. Ja, ich bin auch die NWO. Ich bin schon mal eins. Ja, wir reden darüber. Ja, wir reden darüber. Ja, wir reden darüber. Quack, quack, quack. Mäuse. Ja, da reden wir darüber. Hallo zusammen. Hallo, Käpt. Hallo, Käpt. Hallo, liebe Käpt. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Auf Schuhe oder dein Video? Siehst gut aus. Auf Schuhe. Auf Schuhe oder dein Video? Ja, das sieht gut aus. Wie findest du meinen Astronautenhörer? Wunderbar. Absolut toll. Ich bin jetzt am Weltraum. Auf dem Markt. Woher geht's von mir? Ja. Eine Bahn. Er hat meinen Namen erwähnt. Eine Bahn im Himmel. Das ist ja ein roh Kappenmann, Alter. Nee, doch. Käpt, Käpt, Lass dich nicht ärgern oder so. Verstehst du? Hier ist neuer Hupen. Ich möchte mich gerne mit Käpt unterhalten. Achso, hast du Schuss oder was? Bist du mal in der Lage, dich fragen zu stellen, sich mal einem Gespräch zu stellen? Bist du in der Lage dazu? Nein, Andi, ich hab per Telegram jetzt diverse Male irgendeinen Ausschnitt zugesucht bekommen. Andi, da redest du mit mir nochmal. Klartext über Sachen, die hier passiert sind, nur verpiss dich, Alter. Wer bist denn du? Bist du Prominente oder was? Ich möchte mit dir über die Sache mit JP reden. Aber ich werde nicht mit dir über irgendetwas reden. Ich möchte mit dir über die Sache mit JP reden. mit dem, was du da getrieben hast. Ja, aber damit rede ich allen höchstens. Alter, falsche Adresse bei einem Freund. Dann verpiss dich. Du bist leider nicht satisfaktionsfähig. Haha, okay. Also du hast Schuss. Nein, ich biete, ich mach dir ein folgendes Angebot. Ich werde... Du machst dir ein kaltes Angebot. Nein, nein, doch, nein, 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 ich mach folgendes Angebot. Nein, 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 nein. Ich bin demnächst... Du hörst mir mal zu. Du hörst mir mal zu. Wir reden über die Sache mit JP und den einen privaten... Wir reden über den einen privaten... Du hörst mir mal zu. Du hast vorhin... Du hast vorhin gesagt... Das habe ich nämlich gerade Telegram abgehört. Dumm, der Musi. Ich würde mich gerne näherlich drücken. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Ich werde demnächst bei Werner in Asla auftauchen. Ich bin nicht Werner! Und werde ihm da was vorbeibringen. Ich werde dir bekannt geben, wann ich da sein werde. Und dann kannst du da hinfahren und mich schnappen. Wie wäre es damit? Ich will dich gar nicht schnappen. Das ist aber sehr schade, Katrin. Hallo? Hallo? Hallo, bin ich... Bin ich im Scream? Darf ich einen Satz sagen? Nee, Andi, jetzt hör doch mal auf. Andi, jetzt hör doch mal auf. Halt doch mal bitte deinen Schnabel. Andi, Andi... Ich möchte mit der Zweite über die Geschichte mit JP reden. Bitte, bitte hör mir zu. Andi, jetzt hör auf mit ihm. Wir kennen uns so lange, jetzt hör auf. Nein, du hältst jetzt die Fresse. So, drei Buchstaben, die du nicht mehr wiederholst in deiner Depri-Phase. Ich möchte mit Cap... Jetzt hältst du die Fresse, ist mir scheißegal, ob du mit Cap redest, mit Werner redest oder ob du mit Gott redest, Alter. Du hältst die Fresse mit diesen drei Buchstaben. Jetzt kommst du wieder klar. Ich hab hier eine andere... Ich will doch gar nicht anschreien. Ich hab doch keine Hoffnung, dass du redest, Mann. Du gehst in deine Rolle, gehst nieder und entschuldigst dich... Eieiei... Ich komm später noch mal rein, ich muss jetzt erst mal was essen. Werner? Ja, tschüss, Fosse. Werner? Werner, ich komm später noch mal rein, ich muss mal was essen. Also, Ente, ich biete dir an, dass ich dir sage, wann ich ein Astler sein werde und dann kannst du vorbeifahren und mich schnappen. Wie wär's damit? Wir können über alles reden, wenn wir über Shabby reden. Ja, wir können über alles reden. Nein, ich werde aber mit dir über gar nichts reden, außer wo wir uns treffen. Andi, Andi, ich rutschel dich doch. Ja, wir können noch einen schönen Urlaub zusammen. Komm mal her, mein Ente. Komm doch mal her, mein Ente, wir reden. Deine Videos sind ja schon alle online von Kat, ne? Ja, ich bin nicht, guck mal, guck mal, ich bin dein Freund. Kat, ich würde jederzeit gerne mit dir Urlaub vorbei. Andi, ich bin doch dein Freund. Und jetzt hörst du auf... Ach, hallo, Paolo. Jetzt hörst du auf, mein Bruder. Hallo, Paolo. Hallo, Paolo. Hey, eine Panik. Wo ist denn die Panik, Alter? Entweder reden wir jetzt ein bisschen... Welche Panik, oder die schreibst du einfach nur an, wenn du gerade Huren so ein Gelaber praktikierst? Halt die Presse, Andi. Füge dich in deine Rolle hin, wenn du ein bisschen in die Presse. Halt die Presse. Halt die Presse. Hör mal so. Ich möchte über die Gesichter mit... Ich weiß nicht, warum ihr so eine Angst habt. Ich möchte über diese Morale... Warum ist denn Angst vor dir? Du hast dir eingeschissen, da hab ich dir aus Wien gedroht. Vor wem soll ich denn Angst haben, Andi? Ich hab dir THC-Schokolade geschickt. Vor wem soll ich denn Angst haben, du Bulli? Und mir nicht? Was ist denn da los? Alle so aufgeregt? Ich bin gar nicht aufgeregt. Guck mal, mich regt doch gar nicht auf, dass du denkst, ich bin zu entweder. Ich mach mal los. Andi, guck mal, bleib mal in deiner Rolle. Bleib doch einfach der NDR. Du bist doch gar nicht der harte Kerl. Du bist nicht der SSL-Wichter. Du bist einfach nur ein Dude, der im Bremer Umland sitzt und einfach dicke Fresse macht. Seit Jahren. Seit Jahren. Das regt mich auf. Nicht die NDR. Du bist das. Andi, du hast mehr für dich. Guck dir doch mal Kett an. Guck dir mal die Haut von Kett an. Guck dir mal die Haut von Kett an. Halt mal die Fresse. Wir reden über Kett, nicht über dich. Halt mal die Fresse in die Hose über Kett und nicht über dich. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Guck dir mal die Hörer an. Guck dir mal die frischen Augen an. Guck dir mal an, wie diese Frau ist im Gesicht. Ich wünschte mir... Einen Satz, bitte. Einen Satz. Ich möchte mit Pat ernsthaft und ruhig über diese Story mit JP reden. Über den Hut. Mehr nicht. Ganz normal. Darüber möchte ich mit ihm reden. Und ohne diesen, was er eh nicht kann, Ironie und so. Ich möchte mit ihm darüber reden, was ihn dazu bewegt hat und ob das moralisch betriebbar ist. Darüber möchte ich reden. Mehr nicht. Da brauchst du nicht abdrehen, Papst. Mehr möchte ich doch gar nicht. Ich bin doch ruhig. Alles gut. Warte, ich muss den Kollegen wieder... Ich bin doch ruhig. Wie er wollte, mein Eber. Ich glaube, ich möchte vielleicht schon mal hinweg. Du reagierst nicht. Du machst Wurzeln, du Moos. Dann kommst du auf einmal hier. Dann redest du wieder über NWO. Andi, in welcher Schleife bist du gefangen? Komm. Sag mir, wo, Alter. In welcher Zeit? Ich hole dich aus. Du bist doch da, Alter. Wer ist denn hier? Du bist doch hier. Du bist doch da, Alter. Du bist doch hier, mein Freund. Alter. Wo muss ich enden, Alter? Wo ist denn das Problem? Jetzt haben wir das doch in den Laden. Wie geht's denn dir eigentlich? Wie geht's denn dir? Wo ist denn das... Äh, Pablo. Wo ist denn das Problem, dass ich das mal... Ich hab doch gar kein Problem. Du hast mich einfach noch ein bisschen ausgelebt. Was denn los? Ist doch Haar-O-Dorf. Hier kann jeder machen, was er will. Ob Kinder füllen, ob irgendwelche Menschen bedrohen. Ist doch alles so viel hier. Nee, Pablo. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Nee, 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 nee. Einige, nee, 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 nee. Einige, nee, 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 nee. Einige, nee, 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 nee. Du machst ganze Sätze und buchstabilen kannst du später, Digga. Ja, okay, ja. Ja, da sind wir drüber hinweg. Ja, da sind wir drüber hinweg, aber du bist immer noch in der Schleife, deshalb komm ich hierher und versuche dich rauszuholen. Äh, hallo, eine Mutter... Hey, Paolo. Äh, 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 hallo, eine Mutter. Jetzt kommt noch Adam Elfenbein, alte eigene Mutter. So, was ist los mit dir? Kann ich dich mal legen, Paolo? Ich hab dich erwischt. Du bist noch unter Terraluna. Ich hab dich erwischt. Stimmt, ja. Weißt du, wo ich dich erwischt habe? Ey, Paolo, Paolo, weißt du, wo... Halt die Fresse, Alter. Wenn ich mit Benzos reden will, kaufe ich mir welche. Ja, dann... Ich wollte das eigentlich Thema. Ich möchte mit Kap darüber reden, warum er... So wie du kriegst, brauchst du die Leute. Die war erst mal richtig. Der will ich noch gar nicht an. Kap ist schon mal ein bisschen... Du bist ja wohl schon... Dann erzähl ich doch was den anderen Leuten. Wen interessiert das? Kap hat im Gegensatz zu dir... Du bist ja wohl schon Paolo, der erwischt. Der hat viel Schmutz aus diesem Internet bewegt. Auf einer Seite, die nennt sich... Und auch ein bisschen... Hör so nicht. Halt die Fresse, Mann. Ich finde, ich kann deren Dorf nicht mal overbliehen. Halt die Fresse, du, Benzos. Das ist recht. Also, da... Hallo. So, jetzt... Ich gehe mit anderen... Ich bin hier reingekommen. 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 Also, Cap hat geschafft. Ich gucke bei meinem Eltern in der Wohnung, fress Benzos und reichs die Fresse auf. Und ich habe einen Benzos. Ja, komm, weiter. Der Nächste, bitte. Der Nächste wird passiert. Marco, du hast irgendwie... Das kannst du mir mal nicht sagen, wenn du endlich aus dem Kinderzimmer auskommst. Du redest nur noch mit den Stimmen, die die Leute hören, weiß. Und die sich da tun. Deswegen sind wir... Also, ich bin hier... Moment, ich möchte mich entschuldigen. Moment, ich möchte mich entschuldigen. Bitte. Jetzt ernsthaft. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich bei Werner reingekommen bin, um der Cat zu sagen, dass sie gut aussieht, gemessen an dem, wie sie jetzt, ich sag mal, Cat, in den letzten zwölf Monaten... Du bist auf dem Weg. Du bist auf dem richtigen Weg. Das macht das schwierig. Dass der reichere, reichere, Benzer Rubensohn die Fresse aufreißt und der Andi wieder ein altes Muster verfällt. Aber Cat, mein Kompliment geht an dich. Ja, das war's für heute. Das war's für heute. Das war Reinhold Messner, Paolo. Was für ein Schuss. Das haben wir auch bei Julia gemacht, ne? Ich bin Reinhold Messner. Das Leben ist schwierig. Ich hacke hier. Hacke wie Reinhold Messner. Ja, weil er gemerkt hat, dass das eine gute Idee war, hier reinzukommen. Habt ihr so ein Schiss, darf ich mal einen Satz sagen? Oder habt ihr so Panikattacken? Ich hab wirklich Panik. Wo wollen wir hin? Herr Pavlo, bei Ex-Sammler ist eigentlich ein Schiss. Ich bin dir der Rat. Es ist ein Schmetter. Es ist ein Schmetter. Mir ist das ganz egal. Es ist ein Schmutter zu. Was ist denn hier noch Reißer, Richard? Oh Mann, wir wissen das ja nicht mehr. Ey, ihr... Ihr entwickelt euch selber. Habt ihr die Spülung? Nein, Pavlo hat... Pavlo hat selber... Julia hatte Stress mit der MWO. So, und aus dem Grund, aus dem Racheakt, das mag der Freund, der Ex-Freund gewesen sein, aber verbreitet haben es die MWO-Leute. So wie Kap und so wie Pavlo, der jetzt auch voll aufgeregt ist. Und Pavlo selbst hat bei X-Hamster, bei dem Masturbationsvideo, bei Julia kommentiert. Und auch bei dir, Kat. Ja. Er hat sich extra in der Korre gemacht. Er hat sich extra in der Korre gemacht. Hat Julia auch ein Video gemacht. Ja, Pavlo ist auch ganz neu. Den gibt es erst seit 2020. Der ist ganz neu. Er hat Julia auch ein Video gemacht. Ihr kennt nicht Paolo Tickel, Hashtag die Radnummer oder so. Kepp hat kommentiert, Kepp hat es verbreitet, Pavlo hat es kommentiert, weil ihr ein bisschen Stress hattet. Da sind wir ja die Loyalität in der sogenannten MWO. Und Pavlo war eben echt erregt. Das ist großartig. Ich verstehe das nicht. Aber Alter, dass der noch am Start ist, das wusste ich gar nicht. Und du hast mir... Hör mal zu, Pau, du Fotze. Hör mal zu, Pau, du Fotze. Hör mal zu, Pau, du Fotze. Denkst du, ich hab dir meine Adresse gegeben, wo du das Binder-Zip-Paket geschickt hast? Glaubst du das wirklich? Ja. Ich bin da auch ein T-A-C-Schokolade. Ja. Ja, das sind deine Buddys, mit denen du auch laberst. Dein Buddy ist ja auch der Kleine da, die Kubaner-Fotze. Du laberst ja eh mit ihm. Du bist ja die Intelligenteste aus dem Hohdorf. Ja. Und wenn Pablo sagt, dass du auf einem guten Weg bist, dann ist das alles richtig. Ja, wenn das Pablo sagt... Werner, du bist ein bisschen leise, mach mal dein Mikro lauter. Hallo, da ist auch Pablo. Hey, hallo, Loma. Das ist kein Vorwurf bei Paolo. Das ist kein Vorwurf. Er kommt vom Dorf auch nicht weg oder von dieser ganzen Drachenlord-Drecksscheiße und so weiter. Und das ist natürlich... Pablo, aber du merkst es ja selber, du bist derjenige, die Kat dazu gebracht hat, dieses Masturbation zu machen. Und ihr seid diejenigen, die es auf X-Hubstar vertrieben haben. Und du bist jetzt derjenige... Das ist das Pablo, sag das doch. Kat, für deinen Umgang habe ich keine Verantwortung. Ich weiß nicht, wen du meinst, wer Pablo ist. Ich hatte ja auch wieder einen Schlüssel hier. Ich Pablo... Mein Sebastian. Freunde, das sind eure Buddies. Das sind eure Buddies. Und eure Buddies... Das hat... Dein Video wurde von deinen Buddies hochgeladen. Das steht sogar MWOH. Ja, aber doch nicht meine Buddies. Die kenne ich doch nur aus dem Internet. Das habe ich doch mit... Ja, da lützt doch die Schwänze, Katrin. Lützt doch die Schwänze weiter. Nein, tue ich doch nicht. Ich kenne die doch nur aus dem Internet, Mann. Sie ist doch die Intelligente aus dem HO-Dorf-Log. Warum bist du denn so ein Abfuhr, Alter? Dass du überhaupt hier drin bist, wenn du so eine Scheiße laberst? Das ist schon krank, Alter. Du musst mich doch nicht gleich beleidigen, nur weil ich so ein Video... Achso, es gibt keine... Achso, es gibt keine... Achso, es gibt keine... Ich labere Scheiße. Also, es gibt keine... Also, es gibt keine selbstverständlich Videos von dir. Du musst dann, Werner. Achso, es gibt keine... Ich labere Scheiße. Aber es gibt keine... Es gibt keine Hardcore-Videos von dir. Okay, ich labere Scheiße. Die gibt's von Luggedie-Videos. Von Julia gibt's auch keine. Achso, ich labere Scheiße. Die gibt's ja gar nicht. Nein, ich labere auch nicht. Ja, habe ich nicht recht. Und Upplauder ist nicht... Ist auch nicht die LWO. Ich labere da schon wieder Scheiße. und kommentiert dann auch nicht Pavlo und Cap. Ich glaube nicht. Ich habe die Bühne hier benutzt. Ich habe die Bühne hier benutzt. Jetzt seid doch mal bitte eben kurz ruhig und lasst mich ausreden. Echt? Aber was labern die denn da? Ich habe die Bühne genutzt, weil ich wirklich denke, dass Cap wirklich frisch aussieht. Und auch einen ganz frischen Eindruck macht, auch geistig. Und jetzt bist du nicht in der Präsenz und auch hier Benzo. Ich bin im Kinderzimmer in Düsseldorf. Du bist auch nicht in der Präsenz. Und der einzige Mensch, dem ich hier Respekt zollen muss, im Rahmen dieser Runde, ist Cat und ein Werner. Und Andi, du kannst jetzt auch wieder sagen, Krachenlord, und ich war nicht weg und hast du nicht gesehen. Nee, guck mal, weißt du, was gerade mein Problem ist, Andi? Ich sage dir, was mein Problem ist. Ich sitze im verfuckten Mittelmeer, genauso wie Ronny, damals, und habe ein bisschen Zeit. Bin ein bisschen betrifft, habe ein bisschen was getrunken, dann kriege ich einen Link zugeschickt, dann höre ich wieder NWO. Aber das ist gar nicht das Thema, Andi. Mich regt auf, was du sagst, weil du halt ein Loop bist. Du bist irreversible. Übrigens, du schuldest mir zu dem Film immer noch, ne, du weißt, was du mir schuldest zu dem Film. So, und es geht hier um Cat, es geht hier rein um Cat, es geht weder um dich, noch um diesen Benzogetriebenen Hurensohn, der in Düsseldorf im Kinderzimmer lebt und dem Benz von seinem Vater zeigt, weil er denkt, er ist irgendwie ein G. Achso, ist nicht. Das weißt du, Andi, ich habe Sympathie für dich. Das geht nicht um Enzo, oder was? Jetzt hör doch bitte auf, Andi. Hör doch bitte auf, lass doch vernünftig miteinander reden. Wir können vernünftig miteinander reden, es ist doch alles gut. Jetzt hör doch bitte auf, jetzt hör doch bitte auf, die Kette zu sichern, weil ich sage, weil ich sage, was deine Erziehung nicht braucht. Also, ihr redet alles so durcheinander, ich kann es gar nicht verstehen. Also, ich möchte noch mal sagen, Kette, Kette, halt doch bitte mal die Fresse jetzt. Du heißt Pavlo. Bitte, bitte, ja, ich heiße Pavlo, du kannst mir auch Tiernamen geben, ab 20 Euro, aber die hast du nicht. Und jetzt möchte ich bitte das sagen, was ich denke, allein an der Hautstruktur von Ketten können gesehen, dass die Frau auf jeden Fall ihre Zentrierung für den Moment gefunden hat. Und egal, was du sagst, und egal, was Suat sagt, und Werner, ich will den gar nicht reinziehen. Ich will den gar nicht reinziehen. Guck mal, die Kette, die raucht gerade eine Kippe. Andi, halt doch mal die Fresse und lass mich nicht mehr anstehen, wenn es nicht um dich geht. Bitte. Ich will eins und sagen. Bitte. Andi, was ist das denn für ein Benehmen? Du benimmst dich wie ein Mensch, der von einem Pfarrer durchgenommen wurde. Der einfach nicht drauf klarkommt, dass er nicht das Zentrum des Gesprächs ist in einer Runde. Hör doch auf damit, Andi. Bitte. Es hat sich nicht geändert. Er hat sich nicht weiterentwickelt. Und jetzt gucken wir auf die blanke und reine Haut von Kett und vor allen Dingen auf diesen wachen Geist, den Kett hat. Und dann können wir darüber diskutieren, was du mir antreiden möchtest. Aber bis wir da hinkommen, müssen wir erst mal das feiern, was Kett geschafft hat. Und dann hältst du die Fresse. Und wenn ich denke, ich muss aus der Versenkung auftauchen, um das zu sagen, dann mach dich das. Und das Einzige, was du zu bemerken hast, im Rahmen diesem Kontext, ist einfach NWU, Kett5, Kett5, Drachenlord, wwwww, wwwww, wwwwww. Ja, ich könnte jetzt anfangen mit alten Geschichten, Andi. Mach ich aber noch mal. Es geht nicht um dich, es geht um Kett. Und das, was du gerade machst, Andi, das hättest du nicht zugehauen. Du stellst dich in den Vordergrund, wobei andere Menschen gerade 100 Meter gelaufen sind. Und das macht mich traurig. Du enttäuscht mich. Du enttäuscht mich ganz her. So, und das war der Grund, warum ich hier reingekomme. Und auch X-Hamster und so eine Scheiße, Alter, reden denn so eine Fotzenkacke, Alter. Wenn wir Fotzen reden, so eine Fotzenkacke. So eine Fotzenkacke. Können wir eigentlich Spitzhau? Pinkel, du nennst dich Pinkel, Alter. Ich pisst dir auf den Kopf, Hallo? Ich möchte, darf ich einen Satz sagen? Ist das möglich hier? Ja, jetzt, jetzt darfst du. Ich hab ja gemerkt. Ah, So hättest du an meinem Rücken, da sind ja alle Großräsen, ne? Heil. Ja, jetzt komm. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich mache, Alter, wenn ich meinen eigenen Haar aufmache, dann rappelst du den Vertrauen, Pablo, das weißt du, ne? Also Vorsicht, Alter, ich hab nichts zu verlieren. Ravibaby hab ich damals schon vertraut und Ravibaby hat Pablo meine Metadaten und auch meine Telefonnummer gelegt. Das hat Ravibaby mir selber schon gebeichtet. Weil ich war ultra erschrocken, da war ich mit Dini noch zusammen, dass Pablo mich gestalkt hat. Selbst da, wo ich mit Dini zusammen war. Ultra gestalkt. So, und jetzt überlege mal, Pablo, wenn Ravibaby so rätselig ist, wenn er was in der Birne hat, ob er eventuell auch umgekehrt auch ein paar Sachen erzählt, weil du was hast. Ja, okay, okay, pass auf, dann erzähl doch an. Komm, wir frühstücken das jetzt ganz schnell ab. Pass auf, wir frühstücken das jetzt ganz schnell ab. Wir frühstücken das jetzt ganz schnell ab. Jetzt kommst du mit deinen kleinen Platzpatronen und fängst an zu schießen und dann komm ich und denk mir so, warte mal, ich hab zwei Jahre gewartet, um Sachen zu sammeln. Jetzt kommst du. Jetzt kommst du. Guck mal, es geht um Cat. Cat ist der Mittelpunkt meines Themas hier. Und Cat, ich begrüße es, dass du das machst, was du machst, weil es steht dir gut. Vom Gesicht bis zum Geist. Und Andi, der Grund, warum ich hier reingekommen bin, war Cat und nicht du. Und auch nicht dieser Benzo-Mensch im Kinderzimmer in Düsseldorf. Ja, du kannst es jetzt wieder, genau, Andi, komm, fallen deine alten Muster zurück. Darf ich eine Frage stellen? Das ist nicht möglich. Eine Frage. Guck mal, Andi, Andi, ich hab dich gemocht, aber du fängst immer wieder mit der gleichen Scheiße an. Und die NWO, jetzt mal ganz ehrlich, die NWO hat für das Internet mehr getan als du. Mehr getan als du. Mehr getan als du. Jetzt kannst du sagen, ja, bah, 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 ah, kracht, was hat denn die NWO für Krachenlotz? Du hast gar keine Preise dafür. Du hast keinen Anliegen, Alter. Und ich feiere die Leute. Grüße gehen raus an Seetal. Beste Grüße an Kai. Hallo, der hat es halt den Grüßen, Alter. So, und jetzt kannst du dich aufregen. Und trotzdem, bei meiner Meinung, Kummer Suat, ich mag dich, du bist krank, ich respektiere das, aber du kannst dich nicht ernst nehmen. Werner kann dich noch ernst nehmen. Der hat ein Haus, der lebt alleine. So, der sitzt im Garten. Was machst du so in deinem Kinderzimmer? Ich hab auch ein Soas. So, Andi, du bist auch noch. Guck mal, guck mal, Andi, du bist auch noch cool. Du bist ein Altenpflegerhelfer. Du hilfst Menschen, dafür respektiere ich dich. Ich hab dich immer geschätzt für deinen Geist. Aber worauf ich gar keinen Bock hab, ist, dass Menschen in einer Runde sitzen, die merklich, merklich, ganz ehrlich. Lass doch auch mal Andi labern. Ich hab eine Frage nur. Eine ganz harmlose. äh, Jana, du bist gar nicht mehr fähig, zu moderieren, Mann, ohne Schatz. Oh, hab du deinen Maul, Mann. Darf ich die Frage eben stellen? Ist das möglich? Ja, deswegen hab ich ja grad gemutet. Pavlo, Pavlo, ich bin hier in einer vernünftigen Unterhaltung. Die Frage ist, glaubst du, wenn, äh, Ravibaby, dir meine Metadaten gegeben hat und meine Handynummer und alles, was ich ihm erzählt habe, dir alles erzählt hat, glaubst, kannst du dir vorstellen, und dass es eventuell umgekehrt eben auch so ist? Das war's. Dankeschön. Vielen Dank. Dann fertig. Das war alles, was ich angemonte. Pass auf. Guck mal, Ente, ich erklär dir das. Wir haben uns auf einer Cannabis-Messe getroffen, ich erkläre dir, was war, ich erkläre dir, was war. Wir haben uns auf einer Cannabis-Messe getroffen, da hab ich auch noch andere Leute getroffen, aber, dann sind wir mit Raven und Andrew und mit Leuten aus Kalifornien, aus der Legal-Cannabis-Branche, sind wir was saufen. Frage. und du, du, und auch der Bauschaum in Irene war das letzte Thema, das war Spaß, verstehst du das? Weil, guck mal, es gibt drei, vier, fünf Minuten Videomaterial aus diesem Abend heraus. ich weiß, das gefällt dir nicht, weil das schmeißt dein Ego nicht, aber das ist die harte Realität. Wir hatten so viel Spaß an der Spree, Alter, und haben gesoffen und gekifft, Andi, wir haben noch nicht mal an dich gedacht. Also, du kannst die Frage nicht machen. Wir haben noch nicht mal an dich gedacht und keiner hat irgendwelche Daten weitergegeben. Und guck mal, wie minimalistisch du denkst, Alter, wie eindimensional. Oh, wie wurden Daten weitergegeben, Pablo, denkst du, ich hab dir meine richtigen Daten gegeben. Nein, du Fotze, du hast mir sogar geschrieben, dass das die Daten von einem Freund sind. Was ist das für ein Argument, nicht ernstzunehmenderweise? Hör doch auf, Andi, hör doch auf mit der Scheiße. Und jedes Mal, und jedes Mal, guckst du mit der Änderung. Und jetzt guck mal, guck mal, guck mal, die Kleine an, guck mal, blonde Haare, krache Haut, Alter, wirklich flach, füchert, gesunder Geist, der Einzige, der in dieser Runde wieder die gleiche Gladiatur anspricht, bist du, Mann, komm, hör auf, Alter, hör auf, hör auf, das ist langweilig. Das ist genauso, als wenn der Albo zu Dolo sagt, dein Kind, dein Kind, dein Kind. Das erzählt mir ein spermienloser Albaner, erzählt mir so eine Scheiße, Alter, die muss ich sogar hören, und erzählt mir, ein spermienloser Albaner, erzählt aus einer deutschen und da kommst du um die Ecke. Oh, die NWL, die DAS, der Reifen, hat dir meine Daten gegeben? Guck doch mal, wenn der Reifen mir meine Daten gegeben hat, sagt er, Andi, und was wird das denn bedeuten? Darf ich die Frage noch mal? Das war eine Pakete von mir bekommen, wir waren mühe. Hör auf, vor Angst. Nein, hör auf, ich hör dir gar nicht zu, guck mal, das, was ich sage, ist die Realität, ich muss gar nicht lügen, du weißt das genau so, hör doch auch mit der Scheiße. Das war eine Frage, ich würde gerne beantwortet, aber wenn es nicht geht, wenn du so eine Angst hast, ist ja gut. Ich hab keine Angst, Andi, vor wem soll ich Angst haben? Vor dir? Darf ich die Frage wiederholen? Du hast sie eben nicht verstanden, anscheinend? Darf ich die wiederholen? Ist das möglich? Nein, ich will auch keine Angst, guck mal, du brauchst die Frage. du brauchst die Frage. Und die ganze Zeit quatscht der dazwischen, also dieser Pablo, wie gesagt, selber im Juten, jetzt Andi, du. Ich wiederhole, ich hab mich eben schon gesagt, die Frage ist, die Arbeitsagentur kennt alle eure Adressen, Leute. Jetzt hast du mich ja auch mal aus. Unfassbar. Die Frage ist total landlos. Ich weiß, dass Ravy mir selber gemeint hat, dass Ravy alle Metadaten, Telefon, alles was er von mir wusste, im Vertrauen, hat er dir erzählt. Und die Frage war, kannst du dir vorstellen, wenn ich mit Ravy Baby privat getroffen habe, dass es eventuell umgekehrt genauso gelaufen sein könnte? Mehr habe ich doch gar nicht gefragt. Das ist die Frage. Zum zweiten Anlauf. So, warte, ich muss in den Newton. Guck mal, okay, okay, Werner, Werner ist der Ringmaster. Keine Antwort. So, jetzt pass auf, doch, du kriegst eine Antwort. Das ist die V-Duell der politischen Spitzen. So, pass auf, Andi, ja, pass auf, ich möchte antworten, ich finde das auch gut, was Werner gerade macht. Ich rede, ich höre dir zu und wir machen das genauso. Guck mal, Andi, erstes Beispiel. Ja, weil du willst bei jeder Prüfung ... Pass auf, Werner, kannst du den bitte dann auch nehmen, damit wir hier das Gespräch aufbauen können oder wie läuft das? Nee, das ist nichts Verwarten. Ich mache jetzt ein Ohr auf, das ist ein bisschen blöd. Ich mache jetzt so. Ja, dann komme ich rein, Andi, dann komme ich rein und dann kannst du mich richtig in deinen Warten abstrafen. Ich werde reden, ey, und ein paar Klardaten rausholen. Oh, Klardaten, Alter, uh, mein Name, uh, wo bin ich da? Soll ich dir vorher noch GPS-Daten schicken, damit du in den Leak raushauen kannst, wo ich bin? Weil im Gegensatz zu dir bin ich nämlich dynamisch. Ich kann. Und das weißt du auch. So, und darum geht es auch gar nicht. Guck mal, pass mal auf an, ich will eins klarstellen für die Öffentlichkeit. Ich möchte bitte eins klarstellen, Werner Miete denn jetzt. Raven, so gern ich den Dude mag, hat niemals etwas über dich geliebt. Und das, was du ansprichst, war weit nach dem, was du selbst geliebt hast, als ich dir nämlich Sachen geschickt habe. Weil ich dich mag. und schick's ihm Sachen über. Die Frage ist, ob du mir das vorstellst, also, muss ich dir dreimal wiederholen die Frage, ist die Frage denn so schwer? Ja, wiederhol noch mal die Frage. Das ist eine sehr komplizierte Frage, die ich da gestellt habe. Die Frage ist, was ich dir vorstelle. Was ist denn jetzt noch mal die Frage? Wiederhol bitte noch mal die Frage. Du kennst mich. Ich stelle die Frage ohne personenbezogene Namen. Kannst du dir das vorstellen? Schief los. Jetzt komm, hau raus. Okay. Wenn jemand so Labafrosch ist, wie ich, so Dummy ist, der jemandem was anvertraut. Und der erzählt Leuten was weiter, wo ich das gar nicht möchte. Und der beichtigt mir das. ob du dir vorstellen könntest, wenn du dem was anvertraust, dass es ungefähr jetzt genauso läuft. Natürlich. Guck mal, ich habe Fotos verschickt am Menschen. Ich habe Fotos verschickt am Menschen. Guck mal, ist mir doch auch scheißegal. So, guck mal an. Pass mal auf. Die habe ich sogar an. Von dem Foto, ja, ich weiß doch an. Die ist doch auch schön. War ein Weihnachtsfoto, Alter. Ich stehe in einer wirklich schönen Stadt. Ich stehe in einer wirklich schönen Stadt im Lockdown mit meinem Auto und einem Bier in der Hand, wo ich eigentlich gar nicht hätte, ich habe bloß noch ein paar Zettel. Ja, ist doch auch okay, Andi. So, jetzt musst du eins halt wissen, Andi. Und ich schicke dir auch gerne ein neues Foto. Warum bist du so aufgeregt, Pablo? Warum bist du so aggressiv? Was ist los? Schwul. Warum ist Pablo so auf Aggro? Ich will das nicht. Kepp, lass mal Karten spielen. Guten Tag. Ich bin wieder da. Ich bitte, ich musste gerade Nahrung zu mir nehmen. Ja, ich habe super groß gesagt. Ja, ich will mit dir auch noch über Shapey reden. Ist das wirklich? Erst mal, erst mal, erst mal, erst mal, erst mal auf Salon, Kawaii. Hallo, lieber Paolo, schön, dich mal wieder zu hören. Liebe Ente, liebe Ente, ich bin bereit, mit dir über Shapey zu reden unter drei bescheidenen Bedingungen. Bist du... Bist du... Es gibt keine Bedingungen bei mir, du Fotze. Entweder reden wir jetzt darüber oder nicht. Das ist ein bisschen... Also, was auch, ich nenne sie dir, ich nenne sie dir und dann kannst du... Nein, bin ich ja nicht hörte vor. Wir reden darüber und mit dir... Wir reden jetzt über Shapey. Erste Bedingung ist, dass wir uns gegenseitig nicht bedrohen. Die zweite Bedingung ist, dass wir uns gegenseitig nicht bedrohen. Und die dritte Bedingung ist, dass wir die andere Person ausreden können. Nicht beleidigen, nicht bedrohen, andere Personen ausreden lassen. Dürfte ich kurz ein Stück wahrstellen. Es gibt... Hallo... Ihr sucht euch immer Leute aus, die ihr... Hallo... 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 Es gibt schon viele Leute aus, die ihr Leute aussuchen. Ne? Pablo, gell? Wie Kevin, Meyer, wie Kat, wo ihr die Sachen verbreitet und die zu Sachen treibt. So. Aber, äh... Sorry, ey, das ist bei mir... Ich bin auch psychisch krank. Aber ich bin besonders drauf. Ich bin etwa anders drauf. Sorry. Hallo... Zu welchen Sachen treibt sich denn irgendwer? Und die Scheiße ist... Und da sind ja auch so... Da sind ja auch alle so aufgebracht, dass ich euch ficken kann. Wenn ich das möchte. Also, lieber Andi... Hallo, zu welchen Sachen werde ich denn getrieben? Nochmal... Ich würde gerne mit dir reden, aber unter drei Bedingungen. Erstens, dass keine Beleidigungen... Zweitens, keine Bedrohungen... Und drittens, die andere Person ausreden lassen. Wieso könnt ihr euch das Maul über mich zerreißen, aber nicht einmal mit mir reden? Ihr seid Gruppehindern. Aber stopp, 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 Letzten Katrin, dass ich vor der MWO zum Masturbieren verleiten, das ist ein bisschen jütend. Was hab ich denn mit der MWO? Ja, da hast du doch noch gesagt, Andi, die hätten mich doch nicht dazu gezwungen, die hätten mir doch keine Knache ankommen gehalten. Aber die MWO... Hör auf, jetzt lass uns eins festhalten, Andi, bitte. Bitte, bitte lass uns eins festhalten, der Fairness halber, Andi, der Fairness... Werner, kannst du bitte ganz kurz muten? Ich will nichts Böses sagen, aber mute den, damit es rüberkommt. So, der Fairness halber, Andi, der Fairness halber müssen wir eins festhalten, die MWO hat mit Sicherheit hier und da vielleicht auch über die Stränge geschlagen. Okay, kann man moralisch mit dem Kompass ansitzen? Das gehört zum Konzept. Aber eins hat die MWO aufgemacht. Halt doch einfach mal die Bubble, halte dich ja mal raus. Ja, ich bin schuld, Werner. Nein, bist du eben nicht, also halt doch einfach mal die Bubble. Ja, wenn du die Bubble hältst, du schlaberst. Ja, aber ich will doch gar nicht über die MWO reden, ich will mit Pavlo, über das Individuum Pavlo reden, über das Individuum General Bartzett, das Name ich gleich vielleicht liege, und über das Individuum Cap5 reden, und nicht über die LWO-Scheingemeinschaft. Ja, Andi und ich bin bereit, mit dir zu reden unter drei Bedingungen. Erstens, wir beleidigen uns nicht, zweitens, wir bedrohen uns nicht, und drittens ist, wir lassen die andere Person ausreden. Ist das für dich akzeptabel? Das versuche ich die ganze Zeit, gell? Ja, gut, dann sind wir ja schon mal näher, dann sind wir ja schon mal näher gekommen. Nee, näher sind wir nicht gekommen. Aber okay, doch, denn jetzt, jetzt bin ich nämlich dazu bereit, mit dir über Shapey zu reden. Tatsächlich? Dann bin ich raus, weil, da, da, da würden mir ganz böse Dinge einfallen. Aber, ey, Shapey, Grüße gehen raus, auch an deine Gangster, und hoffentlich habt ihr kein Boot und besucht mich im Mittelmeer. Bis dann. Tschüss. Paolo. Da muss sich Paolo schnell verziehen, ne, weil das nicht schmeckt, weil man sich dann halt, äh, keine richtigen Gegner sucht im realen Leben, wo man sich die Hose einscheißt, sondern halt auf Leute wie Shapey gehen, oder auf Katrin, oder sonst wen, er versucht hier online solche zu erpressen, da muss Paolo sein. Ich bin der Gegner von jedem. Vielleicht hat er Schulden bei Serkan, oder muss er sich jetzt schon rausnehmen, weil er Schulden ist, in der Serkan hat. Es geht ja um die Sache, es geht ja um das, um die Sache an sich. Ja, aber krass. Es geht ja um Tapie. Es geht, es geht ja um moralische Grundsätze. Und, äh, ich bin echt irritiert, dass Paolo so aufgeregt ist. Keine Angst, ich werde dich nicht fliegen müssen. Warum? Okay. Ich, ich bin nicht so ein Huresohn. Ich gehe nicht in dein scheiß privates Leben. Wenn du das so gewollt hättest, Herr Paolo, hättest du schon mal machen können. Lieber, jetzt konzentriere dich mal auf das eigentliche Gespräch. Ich habe das einmal getan. Lieber, du hast einen Anlie, ich hatte dir angeboten, dass wir beide reden können. Genau, das ist das eigentliche Gespräch. nee, das kann dir ja auch. Alles gut. Alle raushalten. Konzentriere dich mal darauf. Und hier zwei Quatschen. Lass mal jetzt den Schäpe hier. Okay, das hat nichts, das hat nichts mit der Diskussion zu tun. Halt es einfach raus, dann sollen die zwei auch quatschen. Ja, das ist ja so, das ist ja zu zauber. das ist ja zu zauber. Ja, das ist ja zu zauber. Ja, das ist ja zu zauber. Ja, kann ich jetzt oder was? Paolo, dieses rein und raus, das freue ich mich. Pass auf, ich will auch Nummer eins klarstellen, besonders vor, also nochmal vor Cap, du hast mir, du hast mich. Raus und rein läuft auch nicht, entweder bleibst du da frei oder nicht. Ja gut, ich muss ja immer wieder reagieren. Der Andi verfällt ja eher in Drogen und Beschimpfungen und ich reagiere gerne. Ich habe noch keine Angst, Baby. Okay, naja, ich habe auch keine Angst, Andi. Ich glaube auch, selbst mit deinen Entenfüßen kommst du, ich glaube, mit deinen Entenfüßen kommst du auch gerade nicht durch den Teich, wo ich sitze. Ist auch scheißegal, Andi, ist auch scheißegal. Guck mal, Andi, ich habe, ah, also ich will das ganz klar festhalten. Ganz klar festhalten. Wieder warst du Gegenstand bei Gesprächen mit Raven. Du hast deinen Führerschein vor kurzem verloren, gell, aber ist wahrscheinlich nur ein Bericht. Ist schon gut. Aber, Paolo und Andi, lass doch mal ein Video hoch, wie du mit dem Auto fährst auf dem Parkplatz. Ja, ich fahre Auto auf dem Parkplatz, ist alles gut an. Ist schon toll. Es macht auch komplett Sinn, was wir da machen. Also ich bereiche hier mein HO vor und dann wird es nicht lustig, mein Freund. Ja, okay, also du kannst mich auch abstrafen, du kannst mich abstrafen. Ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, ich hab nur kein Problem damit. Ich frage mich, guck mal, was ich mich gerade frage ist, ich habe jetzt nur was zu Cat gesagt. Ich habe dich berichtigt in deiner Annahme, nämlich dass Raven mir irgendwas über dich erzählt hat, dass du jemals Gegenstand warst. Und jetzt drohst du mir mit irgendwelchen Sachen. Und Andi, dann mach doch einfach. Zieh durch. Zieh durch. Guck mal, pass mal auf, lieg meinen Führerschein, lieg meinen Ausweis, lieg meinen Kontostand, lieg was immer du willst an. Aber ich sag dir eins, es wird dich nicht ans Ziel bringen. Das ist ein kurzer Genuss, das ist ein kurzer Genuss, pass auf, hör mir zu, das ist ein kurzer Genuss, wie auf Poppers zu denken, dass der Arschenscheu ein Tor ist. Warum soll ich das machen, Pablo? Es ist doch keine so. Mensch heißt Kontostand, Mensch heißt Oso. Aber eventuell interessiert das H.O. Dorf seine Beziehung zu Julia. Das ist interessant. Was sind nochmal Poppers? Was ist denn meine Beziehung zu Julia? Weil Julia ist ja bekannt im H.O. Dorf. Also was ich darüber weiß, das ist eventuell. Aber nein, Kontostand ist gesaugt. Oder sein Auto. Dann lass mich mal andersrum fragen. Was ist denn an einer Frau schlimm, was ist denn an einer Frau schlimm, die Schwänze wie dich zuhört oder wen auch immer durchflickt zu ihrer eigenen Befriedigung und dass man der ein Batsch wie auch immer auf den Kopf kleben kann? Was ist denn da der Bitte an die H.O. Ich bin ja immer jung, erklär mir. Also die Lektion musst du ja H.O. auch lernen. Ihr seid von der M.O. nicht sonderlich helle. Wir haben einfach noch viel Glück im Leben. Da hast du recht. Nein, ihr seid im Kulik. Ihr habt keine Schwarmintivierung. Sie hatten eine Schwarmbehinderung. Was hast du denn eigentlich mit der M.O.? Was hat denn die M.O. wieder gemacht? Sonst würde ich das, was sie über dich und Julia weiß, nicht wissen. Dann komm, erzähl doch, was du über mich weißt. Jetzt komm, Andi, mach nicht was. Mach nicht auf mein H.O. Hier komm ich ja nicht zu Wort. Jetzt haltet alle mal die Fresse. Ich würde jetzt von der Andi denn was sagen. Ich würde in die Jürgen Kamerat nur mit reinziehen. Das ist schon schön genug, was ich weiß. Das ist zu heftig. Ich wollte mit Cap über Shapey reden. Immer noch. Aber wird das wieder so? Nein, ich bin hier, Andi. Ich bin hier. Ich würde gerne über Shapey reden, aber du tust es nicht. Ja, also. Ja, ich tue es jetzt. Also, du hast... So, jetzt nochmal. Du hast dich... Du hast dich hingesetzt und einen Brief verfasst, den ich gelesen habe. Was war deine Motivation? Frage 1. Wir haben total Angst, oder? Moment. Aber was war meine Motivation dazu? Ich will nochmal nachfragen. Nein, nein, nein. War es mein Brief oder Cap sein Brief? Der intelligente Cap5 muss das erstmal nachfragen. Was meine Motivation... Ich bin ein paar... Nein, Andi... Andi, Andi... Ich hatte... Hast du mich gerade gefragt, was meine Motivation dazu war? Ja, kannst du gerne wiederholen. Ja, habe ich gerade gesagt. Für den Bild hat er das gemacht. Wiederholen, ja. Bei allem Respekt, ich möchte das gerne ganz kurz... Nein, 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 nur jetzt hier... Nur Cap und Andi. Ja, dann... Nee, 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 nee. Wenn du mir antrost, mir in die Fresse zu hauen, dann will ich auch einen Schlag sehen. Bitte, Werner. Also, das ist ja wohl... Grundverschuldigung. Ich drohe mit so einem Blödsinn. Ja, nee, deshalb ja. Aber ich möchte gerne den Ring, den du aufgebaut hast, die Boxer benennen und fordern auch den Schwinger aus. Ich hatte ja noch eine Frage. Lass dir doch mal quatschen. Lass dir doch mal quatschen. Nee, ich bin ja mit dem Gespräch noch nicht ruhig. Deshalb schubst du mich jetzt gerade vor. Aber die Frage war noch leicht. Pablo, die Frage an Cap war leicht. Was war die Motivation? Ja, und interessiert dich, interessiert dich, interessiert dich meine Antwort oder warum kommt hier kein Gespräch zustande? Okay, ich gebe dir eine klare Antwort. Motivationsgebende Ursprung war einfach nur Wut. Guck mal. Das ist keine Antwort. Nein, doch, meine Motivation war schlicht und einfach meine eigene Wutabfuhr. Da kriegst du von jedem Bullen, wenn du sowas machst, einen Nacken klatsche. Vielleicht habe ich dir auch verdient. Antworten. Na, ich habe es doch gerade gesagt. Wutabfuhr. Also, du willst dich antworten. Alles okay. Ich antworte dir. Wut, ich versuche es einfacher zu formulieren. Ich war wütend auf Shapey und diese Wut musste irgendwie kanalisiert werden. Warum hast du denn wütend auf Shapey? Was hat er denn gemacht, der arme Shapey? Was hat er denn gemacht? Was hat er denn mit Wutend gemacht? Der arme Shapey. Der arme Shapey. Der Junge mit dem Vorderbüß, der nichts macht. Das ist so ein schützenswertes Wesen. Ja, ihr wollt jetzt... Ja, ich verstehe, was ihr... Zu zweit... Nein, 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 warte, warte. Lass mich bitte die Tränen wegwischen. Ja, zu zweit. Aber die Frage bleibt... Die Frage bleibt trotzdem. Die Frage bleibt trotzdem. Wutend machen, dass man so wütend auf Shapey ist, dass man sauer auf die Mutter ist. Also nochmal, du hast mich gerade gefragt, auf was warst du wütend, ja? Ja. Ja. Ist dir der Inhalt des Briefes denn bekannt? Ja, ich kenne den Brief. Da steht drin, was mein Problem ist. Oder war? Moment, Moment, Cap. Cap, eine kurze Frage. Cap, bleibst du mal ruhig, Cap. Nee, ich möchte... Cap, aber... Cap ist sonst immer voll gechillt und ruhig und voll... Der ist der Brain Master und jetzt braucht er... Aber wenn du wütend... Jetzt ist auch noch Cap anstatt. Aber wenn du wütend auf Shapey bist, warum bist du denn... Wieso legst du den ganzen Hass gegen die Mutter und deren Lebenswerk? Was soll denn das? Das sagt man einfach so an die Hurensohne und so. Du weißt schon. Weiter im Text. Wie geht es euch? Ja, du bist die Hure, Cat. Weil ich bin nicht auf X-Huble. Das bist du, ne? Ja, ich hab mich da nicht hochgeladen, Andi. Ich bin auch keine Hure, deswegen. Ja, aber die Frage geht, wer dich da hochgeladen hat. Ja. Und? Wer war's? Zwei davon, die es gefeiert hatten, sind gerade hier. Einer im Forum, ein paar Wunden und Ketten. Nee, ich hab das garantiert nicht gefeiert. Ihr seid ein Schluss, aber ich musste gerade irgendwas an. Ey, ihr wisst echt nicht... Ey, ihr wisst immer noch nicht, wer ich bin, ne? Das ist zu geil. Ente, du unterliegst auch einem Trugschluss. Ich frage mal Paolo, und ich bitte ihn, ehrlich zu antworten. Paolo, stehe ich im Moment in irgendeinem Verhältnis zu einer Organisation, die sich NWO nennt? Oh, das wäre immer nicht... Du hast die Frage aber noch nicht beantwortet. Woher kommt der Hass auf Shapeys Mutter? Es gibt keinen Hass auf Shapeys Mutter. Doch, der Brief war... Nein, 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 nein. Ich sage bei jeder Gelegenheit, dass Shapeys Mutter ohne Zweifel, Andi, wir hatten uns vorhin darauf geeinigt, dass wir uns nicht beleidigen, nicht bedrohen und die andere Person ausreden lassen. Ja, hat bei mir nichts funktioniert. Der kriegt keine Entschuldigung, ist egal. Ja, ich sage dir eins, Cap. Du bist... Wenn du Pech hast, gerätst du sehr bald an die falschen Leute, ne? By the way. Ja, dieses Risiko ist aber mein Risiko und nicht dein Risiko. Nee, es ist kein Risiko mehr. Das ist fast schon eine Tatsache, ne? Ja, von mir aus. Also, du willst dich darauf antworten? Doch, ich antworte dir darauf, es gibt keinen Hass oder... Du hast mich gefragt, auf was bist du... Nein, 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 nein... Sag mal, reibst du überhaupt, dass du mit mir gerade redest? Du redest mit mir, mit Andi. Ja, und wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir die andere Person ausreden lassen. Das war die Grundbedingung dafür, dass ich überhaupt mit dir rede. Und entweder hast du dich jetzt im Griff, oder ich besinne mich wieder auf die mangelnde Satisfaktionsfähigkeit. Ja, okay. Also, ich habe den Brief gelesen, Cap. Deine Frage zu weisen, ich habe den Brief gelesen und du hast ein sehr starkes Problem, weil dein Hass, es ging ja schon immer rum, ergeriert eine bestehende Firma und auch in die Familie. Warum gehst du nicht an den CPT? Eine bestehende Firma, Alter, was ist denn das? Warum gehst du nicht an den CPT? Das hast du getan. Das hast du getan. Egal, wie shapey drauf ist oder sowas. Auch wenn es dir keine Sau traut, die man die Meinung hat, das hast du getan. Ja, also darf ich jetzt... Was stimmt denn eigentlich? Also, hast du in deinem realen Leben nicht reale Feinde, wenn du etwas angebildest? Warum soll das? Pass auf, darf ich jetzt eben kurz auf Caps Frage antworten, Andi? Du nicht, alle anderen Schoen. Also, Cap und ich, Cap, wann hatten wir das letzte Mal direkten Kontakt? Vor zweieinhalb Jahren? Drei Jahren? Im Dezember 2019. Sehr. Danke, danke, dass du noch mal Discord nachgeschaut hast. Also, ich möchte, ich möchte jetzt... Ja, Andi, darf ich bitte ausreden? ULTRA! Darf ich bitte ausreden? Guck mal, schreibe ich doch einfach wie auf Schokolade und wie auf... Ich rede nicht mehr mit dir, Pablo. Einen Satz noch. Ja, dann halt doch die Fresse, wenn du nicht mit mir redest. Nein, warte, warte, lass, Andi, bitte den Satz noch. Einen Satz noch. Du hast mit Cat5 Kontakt und findest ihn sympathisch. Du bist tot, Alter. Für mich. Okay. Und schau. Ja, okay, ich bin tot für dich und ich freue mich aber, dass ich zumindest für meine Frau und für mein Kind... Mit so einer Fortnuss oder so... Ja, das ist absolut 100 Prozent, Alter. Ja, okay, okay, Andi. Andi, also du hast mich öfters... Also guck mal, wir hatten schon David... Also unsere Beziehung hat bei David angefangen und jetzt gerade bei Cap. Und alle hatten ihr Element in dem, was wir besprechen. Was ich aber jetzt gerne... Ja gut, Andi, ist ja auch gut. Du kannst auch Spuckfäden ziehen. So ist alles gut. Aber guck mal, Cap, ich... Den bin ich nochmal... Ich kann mich über Schätze, ne? Werner, Werner, darf ich dann auch ausreden, bitte? Ja, lass euch... Darf ich dann auch ausreden? Oder ist das... Ich kann mich ausreden zu lassen. Alles gut. So, also Cap und ich haben weder aktuell einen direkten Kontakt oder eine Vergangenheit. aufgeregt... Ich bin komplett... Guck mal... Ey, pass mal auf, Andi. Ich bin so emotional ausgeglichen, dass ich heute deine Stütze und deine Rente einfach mit einem Short verdient habe. Das ist meine Ausredenheit. Und ich habe mit Cap... Ich mag Cap... Ich mag... Wir können aber über Justin reden, ne? Wollen wir über Justin reden, Alter? Wollen wir über Justin reden? Justin, ja, okay, lass mal... Wollen wir jetzt wieder dazwischen? Wollen wir über Justin... Ja, okay, pass auf. Ich nenne das Topic auf. Lass uns über Justin reden und lass uns darüber reden, dass es Eltern gibt, die in der Tür stehen, während ihr Kind in ein Glas pisst, das auf dem Fenster schützt. Und du warst dabei... Lass uns darüber reden. Einen minderjährigen Jungen, der ist gerade 15 Jahre alt. Minderjährig, Minderjährig. Also, also, du kommst mir... Also, pass auf. Warte, warte, Andi. Bitte, bitte. Ich lass dich reden. Ich lass dich reden. Ja, okay. Ist ja okay. Andi, Andi, hör dir zu. Okay. So, jetzt möchte ich eins sagen, Andi, nur für zu dem Grundverständnis. Vor zwei Tagen... Vor zwei Tagen... Wenn es hart auf hart kommt, hören wir doch bitte. Ja, wenn hart auf hart kommt, und die Bullen... Ja, Andi, das hör ich seit Jahren. Was willst du von mir? Ich hab nichts vor mir gehört. Ja, ist doch auch gut, Andi. Du kannst ja persönlich angreifen und vielleicht sogar treffen. Ihr habt die Minderjährigen gelesen. Aber jetzt hören wir bitte doch mal eben zu. Und tun euch hier als Leute auf, die sowas bekämpfen wollen. Dabei seid ihr die Fotzen, die sowas... Die sich... Du hast ja auch auf, ich lasse einen runtergeräumt, Pavlo. Auf einen 15-jährigen Jungen. Warte, warte, warte... Wo bin ich denn hier gelandet, ja? Warte, 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 warte. Das hier... Aber recht, aber recht. Ja, und solche Bilder, die viele Jungen kletzen, auch nicht für Opfer, ne? Ich spüre mich auch auf, und dann lande ich. Ich spüre mich auch auf, und dann lande ich. Wirklich nicht. Ich spüre mich. Ich spüre mich. Ich spüre mich, ich spüre mich. Hey, hallo! Werner, komm, ich spüre mich, ich spüre mich, das ist so jemand, eine Platte... Warte mal an, die alle letzten... Was? Was? Ey, das ist ein Trauer, hat Kat gesagt. In so einem Maul, Alter, wichst jemand ein oder so, ey. Juhu. Ey, guck mal, ey, Kat, ey, guck mal. Ey, Pablo, der kleine Pablo, der kleine Pablo hat gesagt, der kleine Pablo, der süße Pablo hat gesagt, guck mal, Kat muss ich gerade absprechen, wieder, der kleine Pablo hat gesagt, dass du ein intelligentes Problem im Haul hast. ne, oder Paolo in Wegewege. Paolo ist auch nicht der Mann, weil in einer Trolle, in einer Trollearmee, in einer Trollearmee ein 15-jähriges Kind, ein 15-jähriges Kindsexuell zu belästigen, so habe ich ja ein paar Monate gesagt. Ey, sag mal, was soll das denn schon wieder? Ersthaft. Und Eva, Elfenbein mit Vergewaltigung und Mord zudrohen. Das wird ja aber nur ein Konzept. Werner, Werner, bist du noch da? Hallo, Werner, Werner. Alter, was ist denn hier? Alter, was ist mit dem? Hör doch mal zu, was gerade, hör doch mal zu, was hier gerade gelabert wird. Findest du das in Ordnung, oder was? Ja, hör doch zu, Alter, dann halt du da einfach mal die Fresse. So wie ich dich kenne, würdest du sagen, haltet die Fresse und redet mich über solche Themen. Leider, die war halt. Ich bin gerade ewig, ich rede ja über die Fresse. Also, in der Trolle-Kruppe, wo Cap 12, Cap 12, Julia und Herr Pampo drinnen waren, wurde Eva Elfenbein nicht mit Mord und Peggy White-Jugend und es wurde Justin nicht mit Mord Peggy White-Jugend und es wurde Werner. Bei Cap 5 oder bei Ente, trafst du dich nicht? Einfach mal mit deinen Panik. Hallo, haltet ihr in der Fresse, Mann, ey, Popo. Alter, es nervt. Ey, fucking, ich habe eben gerade nichts mitbekommen. Das Erste, was ich gehört habe, ist irgendwie 15-Jährige geworden irgendwie. Werner, er erzählt die ganze Zeit rum, ich wäre daran beteiligt gewesen, einer 15-Jährigen mit Vergewaltigung zu drohen. Dass sowas hier thematisiert wird, will ich jetzt ja. Das war das so. Das war das so. Das ist ein Michelang, oder was? Das will ich. Oder habe ich dich da gerade falsch verstanden? Warte mal. Ich habe auch eure Fressen, alle. Adressen, Visage und General Button ist das hessischste, was ich hier mal gesehen habe. Paolo, du bist auch nicht gerade der Argon ist. Und ja, dann zeige ich mich doch an. Ey, Andi, Andi. Ihr wart dabei. Ihr habt elf mit drei Zeige weit rumgedroht. Wenn ich teilgehabt habe, sollte... Du seid ja so lustig im Kollektiv. Bitte, bitte, dann bitte ich darum, mir das, den Besatz zu stecken, diese Leute sind nicht bei mir komplett raus. sind. Mein Elfenbein ist ja volljährig, aber trotzdem wurde ihr mitvergewaltig gemacht. Ente, Ente, ich kenne keine Eva Elfenbein. Die Leute, die hier teilgehabt haben, hier sind so 15 Jahre und wurden schmacklich. Ey, das, was dein Problem ist, weißt du, du hast ihn selber, ganz kurz, hallo, ich möchte dir ganz gerne Cap5 helfen. Dein Problem ist, ihr hängt es mal und haben mal kurz die Stresse. Ich sage mal, das Kernproblem, darf ich das kurz bedenken? Das Kernproblem ist, das Kernproblem ist, dass man sich an Leute hängt, wie dich, Suat unter anderem, und wie Kat. Also sorgt man dafür, dass... Das Kernproblem ist, dass man sich an Leute hängt, wie... dass man sich an Leute hängt, wie Kevin Meyer, wie Suat, die so ein bisschen kaputt im Kopf sind, wie Julia zum Beispiel, und denkt so, man kann mit dem Ping-Pong spielen. Um dich zu zitieren, Cap5, Spielzeuge, die sind ja alle Spielzeuge. Und du empfindest das hier, dass du hier der Brainmaster bist, der Marionettenspieler, und Pavlov denkt das auch von sich. Das seid ihr aber nicht. Die Zahl muss man euch ziehen. Das Gefühl habt ihr nur, das Gefühl habt ihr, das Gefühl, warum darf ich das nicht aussprechen? Warum darf ich das nicht aussprechen? Nein, das sag ich jetzt. Wer sowas macht, warum darf ich das hier nicht aussprechen? Das Gefühl, dieses scheinbare Gefühl rührt daher, dass man sich Leute sucht, wie Kevin Meyer, dass man sich Leute sucht, wie Kevin Meyer, wie Suat, wie Julia, die halt ein bisschen zurückgegeben sind. Aber da muss ich intervenieren. Ich interveniere jetzt. Ich interveniere, wann ich das will. Ja, die Wahrheit. Ich möchte dich bitten, sofort einen Beweis zu liefern, wann und wo ich über fünfjährige zur Gewaltigung bin. Ich glaube, es geht hier so einer wie die Wahrheit ist unabhängig. Aber dann habt ihr herausgefunden, dass ich es richtig unter den Ohren habe. Also von daher, Werner, Werner, ich bin in einem Pavlo-Kamp und ich bin in deinem Timmer, meine Damen und Herren. Werner, dürfte ich dir kurz ein paar Worte anrichten, ohne dass irgendwelche Leute reinreden? Also es sei ein Stream, ich sprach jetzt einfach nur mal ganz blöd. So, erstens, Werner, also da Menschen auf die Fragen nicht eingehen, zu den Vorwürfen, die sie erheben, möchte ich jetzt einfach mal ganz kurz einwerfen. Erstens, Julia, ich empfinde sie als eine Freundin von mir. Geil. Ja, okay. Also ich persönlich, ich persönlich, ich persönlich, ich persönlich, Andi, zu einem Lachen bin mir sehr, sehr sicher. ich bin mir sehr, sehr sicher, 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 dass ich niemals etwas Bösartiges über diese Frau gesagt habe. Und ich warte, Andi, jetzt kannst du gleich lachen. Weil diese Frau, ungeachtet dessen, was sie macht, eine Tochter ist. Das ist sehr erfolgreich. Stopp, lass mich doch bitte ausgeben, warum fällst du mir denn andauernd ins Wort? Was ist denn los mit dir? mich nur berichtigen. Und, äh, ungeachtet, das ist, was... Nee, 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 ey, lass mich doch jetzt mal auf das antworten, was du konzentriert rauskommst. Werner, lass mich doch mal raus, Sie sind doch gerade am Labern, Mann. Ja, aber... Werner, guck mal bitte Telegram. Oh, nee, ich gucke jetzt kein Telegram. Das ist der erste Punkt. Das ist der erste Punkt, Andi. Wenn du das Gefühl hast, genau wie bei dem Ablohn, das ist so bloß. Andi, hör mir doch bitte zu. Und bei Julius, was... Jesus, Alter. Man redet über zwei Menschen, die so egozentrisch sind, an, in Themen, von denen sie nichts verstehen. Das ist schon richtig geil. Du hast kommentiert, Pablo, Karl Schäufer hat kommentiert und Ablohder war die NWO bei X-Amazon. Tja, ihr seid tolle Freunde. Moment, Andi, Moment, Andi. Also, pass mal auf. Ich betone noch mal, wie ich das immer betont habe. Ich weiß nicht, was deine... Okay, Andi, dann bitte, 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 tu doch einen Gefallen. Bitte tu einen Gefallen. Bitte tu einen Gefallen und blende jetzt ein, was ich tatsächlich als NWO-Mitglied bin. Geartet. Den Zopf heraus, keine Ahnung, eine jüdische, narzisstische... Jetzt hast du keine Ahnung. Also, du stellst Thesen auf, aber hast keine Ahnung, wenn man nachfragt. Ihr habt uns hochgeladen. Das kann doch jeder sehen. Andi, Googelt, Leute. Googelt doch. Googelt das und guckt den Uploader an. Das ist die NWO. Und Pablo, lösche schnell. Pablo ist die NWO. Also, wenn jemand etwas sagt, was dir nicht gefällt und wenn jemand gegen Menschen etwas hat, die dir gefallen, ist man NWO. Das ist nur der Zeitgeist. Das hat sich jemand aus Spaß-Paulo-Pickel. die NWO ist trotzdem die NWO. Das ist die NWO. Uploader von den Videos von Julia ist die NWO. Bin ich jetzt ein Lügner oder was? Ja, Dolo, Dolo ist ja wohl klar. Guck mal, der hat den kleinen Giften. Die gehört dazu. Der hat schon recht. Das ist ja wohl bekannt. das sagt sie, das macht sie auch keinen Hehl drauf. Dass sie den vor... Die Uploader, die Sachen, die Leute, die auf diese Porno-Plattform gebracht haben, ist die NWO. Und die beschreiben sich auch bei NWO. Googelt die Scheiße und ihr seht, dass da steht NWO. Andi, das könnte das NWO. Aber es ist ja auch genauso gut möglich, dass du selbst deinen Account und dein NWO angelegt hast. Ruhig, ganz ruhig. Keine... Ich mach mal das Fenster zu, Alter. Die Nachbarn rufen die Polizei. Dürfte ich eben eine Frage stellen? Also Pablo, du weißt gar nicht, wovon ich rede. Also du weißt gar nicht, vor welchem Upload ich rede. dürfte ich dir eine Frage stellen, Andi? Weißt du, vor welchem Upload ich rede? Darf ich dir eine Frage stellen? Ja oder nein? Dann bin ich ja schon befrieden. Erstmal meine Frage, du Spassi. Okay, deine Frage. Bitte. Du kennst diesen Upload. Du kennst diesen Upload bei X, habst du nicht über Julian. Eine andere Frage, eine andere Frage, Andi. Also keine Antwort. Darf ich dir eben eine Frage stellen? Darf ich eine Frage stellen? Das war ja meine Frage. Nochmal. Wie oft hast du und hab Albo auf diesen Videos gewichst? Hä? Ich nicht, Alter. Ich weiß, wovon ich rede mit den Videos, aber ich hab niemals meinen Penis angefasst. Ja, hab ich nicht. Also wenn ich es gemacht hätte, würde ich das nicht sagen, aber auf Albo's Videos hab ich nicht gewichst. Das ist eine behinderte Frage und ich hab gar nichts mit dem Tisch zu tun. Ich weiß auch nicht, woher der Parallel-Modus kommt, aber die sind voll im Pass. Aber Pavlo, jetzt mal im Ernst. Es ist doch Spaß, sich darüber zu diskutieren. Der Uploader dieser Judo-Modus, die Uploader der Judo-Videos sind die MWO und die MWO hat dokumentiert und ihr habt euch verstritten und der Judo war ein Teil dieser MWO mit Kopflos, Kalli und Tralala. Und als Nachreaktion gab es diese Uploads und ihr habt da fleißig dokumentiert. Das ist Fax. Das ist Fax. Hallo, einen Abend. Warum so still ist es? Warum so still ist es? Andi ist ein bisschen unter Besitz. Alle hacken jetzt gerade auf Andi rum. Ich fühle mich überhaupt nicht mit diesen Bildern. Alleine Pavlos Frage gerade, ob ich auf einmal wo ein Gewinn ist, zeichne diese Unsicherheit. Aber es stimmt, Shaping. Ja, das ist weil sie doof sind. Ja, weil sie doof sind, Andi, ganz einfach. Weil sie lange Weihnachten haben. Das halbe H.O.-Dorf. Alleine durch Bernhard B. Da gab es diesen, ich habe das vor fünf Tagen das erste Mal gehört. tatsächlich. Ich habe mich ja auch immer verweigert. Mit Philo und Albo und tralala über diese Leak. So, ich habe das erst vor ein paar Tagen tatsächlich gesehen. Und es ist nun mal leider Fakt. Und das halbe wurde immer noch nicht beantwortet. viele. Und es werden viele sich das reingezogen haben. Bei mir, was ist mit von Verzügerung. Aber Uploader ist immer noch die MBO. Andi, die Frage wurde immer noch nicht beantwortet von dir. Welche? Was du gerade gestellt hast. Warum macht er das? Warum schreibt er mich nicht an, der Söhn nicht? Oder hat mit mir warum muss er die Familie reinziehen? Das ist die Frage gewesen. Und da hat er immer noch keine Antwort gegeben. Nee, Schäbi, weil er keine Antwort darauf hat. Nee, weißt du was? Ich habe die Antwort. Nein, warte, Schäbi, brauche ich was sagen? Werner, warte, bitte, 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 und du hast gesagt, ey, hol den wieder rein. Wie gesagt, ob du konntest. Ja, nein, nein. Es ist übrigens falsch, ich wollte die Frage beantworten, ich bin nicht dazu gekommen. In der Zwischenzeit hat übrigens Andi behauptet, ich hätte einer 15-Jährigen angetroffen, zu vergewaltigen. Funktioniert bei mir nicht, Junge. Falsche Adresse, mein Freund. Ich bin keine Kat. Ich bin kein Kevin Meyer. Moment, kurze Frage, was heißt das? Ich bin die Ente, genau, ich bin die Ente. Und ich kann die Frage für dich beantworten. Was bedeutet, du bist keine Kat? Es ist gewohnt, gewohnt im Kollektiv, irgendwelche Masken, jetzt seid ihr im HO, und dachte, hier sind alle geistig behindert. Pass auf, Ente machen HO auf. Wir sind hier alle über die Spielzeuge, ja, was ist denn, Captain, du mal das Spielzeug bist? Du bist schon das Spielzeug bei uns heute. Nee, aber Shape, einfach für dich nochmal, guck mal, du hast, wie gesagt, fucking vor zwei Tagen hast du hier geordert, ich habe ihn rausgeschmissen, und was machst du? Hol den wieder rein, weißt du, wo ich mich auch denke? Ja, nein, ich wollte ja auch noch ein bisschen, du, ich wollte ja noch ein bisschen machen, ja, ist aber, warum lässt du das auch nicht aufhören? Ja, also, der Kubaner ist gerade, der Kubaner ist gerade als Stepfighter. Also, bei mir kommt das auf den Alkoholkonsum zurück, auf jeden Fall. Der Kubaner, ey, meine Anwälte wollen nehmen das alles auf. Stepkey, bitte. Hör mal zu, ich kenne auch gute Anwälte, ich kenne auch gute Anwälte, die nichts anderes zu haben, als von Shapekey die Wahl zu nehmen. Halt du deinen Rand da raus. Hör mal zu, einmal, Paule, einmal, einmal, ich wollte nur sagen, dass der gerade ist, als Cat5 und Pablo. Gerade. Ja, hast du recht, weil der Lüge nach unten einmal zeigt, da hast du recht. Ich habe den nicht genügend. Ihr seid so witzig manchmal. Warum will die, aber Anni, warum Anni, Anni, du hast dich nur wegen, Jo hat vorhin kurz was Tolles gesagt, es geht ja um Charaktereigenschaften, Alter, wie die Leute ticken. Darf ich da mal einhaken? Nehmen wollen, heute Nachmittag erzählt hat und das ist ganz genau richtig, das unterspreche ich. Man kann ja sich ärgern, man kann sich nochmal ärgern und sich anschreien, aber man ruft niemals oder man geht niemals an die Familie hier dran. Aber das haben die vollkommen nicht. Okay. Shepi. Darum geht es. Shepi. Das haben Keine, Pablo. Ey, was ist denn los? Sag mal, ist das hier eigentlich so eine Krachenlautherrensau, wo sich nur die Schwulen ansprechen und werfen und mitreden? Pavlos Tagesgeschäft und auch CapFiles Tagesgeschäft ist sich auf Minderjährige gestürzt, das war damals der Justin vor ein paar Jahren, der war Minderjährig, da haben sie auch die Familie belästigt. Ne, auch für das Protokoll damals war es noch David und dann hat sie mich reingezogen. Die sind halt immerhin hier herum drauf und die sind halt alle doof, ne? Gell? Pablo, die sind alle behindert. Außer du, ne? Außer CapFiles. Und außer du, die sind auch ganz ehrlich, pass auf Andi, ich möchte dir was sagen. In den letzten Jahren habe ich eins verstanden, ich bin ein Autist, ich habe Inselbegabung. Ne, du bist sadistisch und ich will nicht, dass du ein Pingu bist, aber du hast gelöst, Minderjährige Kinder zu gewähnen. in den letzten Jahren Also Andi, 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 auch hier meine Antwort. Guck mal, meine Antwort. Aber du hast meine Antwort, Andi. Du hast im Kunde, was redet das? das ist doch okay, Andi. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, also als erstes lass mal Werner ausreden und dann darf ich antworten auf Andi, das wäre jetzt mein Vorschlag. Zeig mir doch an, nee, red nicht mit mir, zeig mir doch einfach an. Andi, Andi, du weißt doch so viel über mich und dann weißt du genauso, dass ich kein Typ bin, der zu einem Bullen rennt und ich brauche auch keine Freunde wie bei Shape. So, ich bin, ich, so und ich mache das, was ich sage und Shape, jetzt pass mal auf, jetzt ist dein Name genannt worden und das heißt nicht, dass du teilnehmen darfst. Was willst du denn? Was willst du denn? Was ich will? Pass mal auf, ey, was ich will, was ich will, pass mal auf, was ich will, was ich will, ey, das ist der Spruchnamen von Michel Friesmann, Alter. Sag mir, du hast recht, das ist doch so kluger Paolo Pinkel, Alter, so pinkelscheiße. Du hast recht, du bist doch so guck mal, der Trigger, der Trigger bei dir sitzt hier auch noch. Das weiß ich. Alter, mit euch Leute, da haben wir keinen Spaß, haben in Chaos. Überraschungsei bist, du bist ein Überraschungsei, und du versuchst, dich als T-Bone-Steak zu verkaufen. Das ist mein Problem, mit dir, Digga. Weil ihr scheiße seid, weil ihr keine Unterhaltung ernst nehmt. weiter und dann halte einen drücken. Guck mal, ich war doch gar nicht beleidigt, ich nehme die Unterhaltung. Ernst, ich versuch's. Du bist ja nicht beleidigt, Paolo. Sorry, ich schelte mir keine Kinder terrorisierten. Das ist eine Schlange, Alter. Du streikst hier und irgendwann weißt du die Uhr. Ich bin eine Schlange? So ein Freund war. Okay, okay, das nehme ich auch her. Äh, Pablo, warum ist er eine Beziehung gemacht? Du meinst meine 15-jährige Beziehung mit dem Kind, das ich habe und wir sitzen gerade im Mittelmeer? Meinst du die Beziehung? Ja, da muss ich die mal gerne hören. Also jetzt soll ich die Wünsche erfüllen, die du schon damals noch in Deutschland hast? Warum haben die euch getretzt? Warum haben die euch getretzt? Warum haben die euch getretzt? Ich muss den einfach mal hier wegnehmen. Wo haben die uns denn gefetzt, Andi? Guck mal, pass mal auf. Also pass mal auf, Andi, jetzt für dich. Wieder, wieder, pack das in deine Leakliste rein. Pass auf, pack das in deine Leakliste rein. Innerhalb der letzten fünf Jahre sind die Familie, der ich Gott sei Dank angehören darf. Ja, klar. Du warst auch schon mal mit Dolores verheiratet. Angehörter? Ach so, du musst da keine Familie. Komm, Andi, pass auf, pass auf. Pass auf, ich bin bereit, Einer, was ist denn? Der Vater, der Vater, ey, Alter, der Vater, der ist wohl der Pavian, Der Vater, der Vater, darf ich jetzt antworten, darf ich jetzt antworten, auf die Probekanal, oder bist du, bist du ängstlich über der Antwort? Der Vater, der Vater von dem Kind einer Hauloff-Bewollerin ist Havlof. Also, pass auf, wir wollen eins festhalten. Dono und ich, wir waren wirklich so ein bisschen Einzelnen. einer von den Oberbewohnerinnen hat ein Kind gezeugt mit Paolo Pingel. Aber was interessiert uns das? Es gibt sieben Bewohnerinnen und acht Kinder. Also, jetzt nur für die Aesthetics. So alle Aestrennen machen. Aber darf ich jetzt eine ehrlichste Antwort? Das war ja ein Trollig, dass die beiden zusammen sind, aber es war kein Trollig. Also, Dolo sitzt gerade mit mir in einem 120 Quadratmeter. Ich habe den Namen nicht erwehen. Ja, dann soll sie doch mal Hallo sagen. Hallo. Ich habe keinen Namen genannt. Paroo oder so. Ich habe keinen Namen genannt, du Idiot. Ja, wenn sie doch bei dir sitzt, dann soll sie mal was raushauen. Werner, lass dich doch bei den Armen noch verarschen. Pablo ist der Hatsache. Toll, du bist so bescheuert. Wenn ich jetzt wenn ich Hallo, Dolo. Ich habe eine neue Freundin kennengelernt. Hey, so Lorenz, nee, die ist immer am Flo-Fall. Glaubst du, ich würde ihr zählen, das ist immer am Flo-Fall. Ich habe keinen Namen genannt. Das war Pablo, ne? Was ist denn, die sind so doof, die sind... Guck mal, ich war als Kind in der Wurst getestet. Das war toll. Ich bin immer hier, wenn ich ich will Spaß haben. Ich will Spaß haben, hier mit den Leuten. Ja, ich will Spaß haben. Ich bin auch getestet, aber ich habe da niemals mit dem wieder rausgehauen. Hallo, Shalom, Hawaii. Hey. Es spielt keine Rolle, was du raus brauchst. Das reicht, allein schon... Ey, ich lau alles aus, was ich möchte. Meine Feuertonne, den Morgen nicht, aber am Freitag kriegt ihr Hashtag hier, ich mache euch ein Live-Videos. Also es ist super stumm. Ich verstehe das. Ich wäre genauso. Das wäre genauso. Dann haue ich euch raus. Okay. Ich bin irgendwie schlau oder so. Nee, ich bin nicht schlau, also ich gebe nur Antworten. Ehrliche. Das hat nichts mit schlau zu tun. Schlau wäre zu lügen, so wie Andi. Ja, hallo. Ich weiß ja nicht, dass ich hier als... Das war ja noch immer Trollig. Guck mal, Andi. Soll ich dir mal... Du könntest mich doch angreifen. Andi auch. Soll ich euch mal was erzählen, was ich davon halte, was die NWO macht? Ja. Wollt ihr das mal gerne hören? Bitte. Shape darauf hat die Welt gewartet. Machst du mal auf. Nein. Ihr erfreut euch darüber, über irgendwelche Fehltritte, die man irgendwie mal macht und solche Sachen. Und da reißt ihr euch, zieht ihr euch drüber auf. Okay. Warte, Shape. Shape, Shape. Anstatt eure eigenen Nasen zu langen Nasen zu fassen. Du hast recht. Wenn wir Spaß haben und irgendwie Dummes soll ich mal erzählen, dann macht ihr da einen Riesenhit raus. Nee, 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 gar nicht. Pass auf, Shape. Pass auf, Shape. Lass mich doch bitte antworten. Oh, Mann, nee. Aber das ist doch... Ja, aber dann macht ihr einen Riesenhit raus. Und das ist wirklich in Ordnung. Voll angekratzt. Der Pavlo, der Cap. Cap ist ganz stumm. Was ist denn hier los? Was ist denn hier so angefasst? Das ist alles cool. So los, doch. Ganz ruhig, Pavlo. Weißt du, wenn er den Drachendort da am Wickel hat und so, dann wartet er von morgens bis abends. Ich habe das geändert. Ja, aber du pappst, 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 pappst. Hör doch mal zu. Wenn da solche Leute wie Drachendort, der sabbelt ja von morgens, der sabbelt ja 24 Stunden am Mist. Dann ist ja in Ordnung. Das ist ja in Ordnung, die NWO und so. Das verstehe ich ja auch. Dass er den dann ein bisschen aus der Reserve locken muss. Aber irgendwelche Ausfälle, mal wenn wir hier im HO sind und wenn man sich mal streitet und dann die Familien angreift, Leute, das geht nicht. Und das müsst ihr eigentlich nicht in die Ordnung sehen. Da müssen wir irgendwann mal in die Grenze sitzen. Gabe, bist du der Meinung, dass der Drachenlord verdient hat, was ihm passiert ist? Ja, doch. Ja, also wirklich. Kannst du mal normal reden, ein Pfeil für die 60 Minuten, Alter, immer eine Frage stellen. Kannst du mal normal in den Leuten einbinden? Ja, dann falle ich jetzt selber ausfasst, dass du das und das. Das heißt aber noch lange nicht, ey, pass auf. Das heißt aber noch lange nicht, dass es seine Familie da belästigt. Du bist der Meinung, du bist der Meinung. Du bist der Meinung. Nein, nein, nein. Und bist du... Also, Shabby, verstehe ich das richtig? Shabby, du findest es richtig, du findest es richtig, dass der Drachenlord permanent aufgelauert wird, dass sein Eigentum beschädigt wird, dass er körperlich angegriffen wird. Glaubst du das ernsthaft? Wir haben ja auch so neue Spiele. Was findest du denn dann richtig? Was findest du denn dann richtig? Ja, nein, richtig finde ich, ey, mal zu schreiben, ey, Alter, was bist du für ein Bulli. Aber dann gucke ich mir so eine Scheiße nicht mehr an. Verstehst du? Und suche mir einen anderen Kanal, ey, mich willst du über jemanden aufzuregen, der mich... Aber ich hoffe, ich bin nie... Ich bin nie... Ich bin nie... Ich bin nie... Nein, das ist verlorene Energie, Leute. Das ist doch verlorene Energie. Stellt doch mal eure Energie in was Gutes, in was Positives rein. Aber ihr seid nur negativ. Hey, hallo! Aber du hast doch gerade eben gesagt, du hast doch gerade eben gesagt, du findest es richtig, was dem Drachenlord passiert ist. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich finde es... Kepp, halt deine Fresse. Jetzt die ganze Zeit. Shelby war die ganze Zeit was an. Schönen wir doch mal im richtigen Gegner her. Im richtigen Gegner. Also... Und ihr lasst den Shelby jetzt hier labern. Da bin ich auch dafür. Ich finde es nicht so gut, also Verfolgung und solche Sachen auf Leute hinterher zu fahren, weiß ich nicht, ob das Drachenlord so war, oder ob das tatsächlich so ist. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Aber da hört es auf, Leute. Ja, ist gut. Aber das finde ich Banane. Das finde ich scheiße. Und genau das, was Andi versucht hat, zu erklären, ob das so vertretbar ist, dass meine Mutter da kontaktiert hat. Darum ging es. Es geht nicht um die Sache. Und darum geht es. Da gebe ich dir auch frisch. Darum geht es. Da gebe ich dir auch frisch. Das will ich niemals machen. Darum, wenn ich mit dir ein Theater habe, dann rieche ich mich nicht. Das ist Psychoterror. Und nicht an deine Eltern. Natürlich, das ist Psychoterror. Darum, dürfte ich eben ein Argument einlernen. Bitte, ein Gegenargument. Vor drei Tagen hatte Drachenlord auf einem... Im Chat mit Drachenlord. Nein, nicht Drachenlord. Warum, 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 warum? Das sind doch sein Argument. Ja, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch um Kontext. Es geht doch um den Inhalt. Es geht doch um den Inhalt. Und wenn ein erwachsener YouTuber darüber schreibt, dass er gerne seinen Vater nachts abblüht... Lass uns über Dustin reden, Pablo. Lass uns über Dustin reden. Nee, 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 Andy. Wir können über Dustin reden. Wir können über meine Funktion und über den Existennamen David reden. Wir können das alles gerne auf... Und seinen kleinen Bruder. Lass ihn dir nicht über Drachenlord. Hey, Chef. Lass ihn dir nicht über Drachenlord. Pablo, du bist aber abgestürzt. Wir lassen ihn dir nicht über Drachenlord, Alter. Alter, bist du kaputt, Juge. Du hättest den Shape-Shifter muten sollen. Er wollte nur ein Beispiel machen. Nein, Popo, hol deinen Maul, Mann. Ich hab keinen Bock über Drachenlord. Das ist Fakt. Das war aber nur ein Beispiel. Das war ja nur ein Beispiel. Wir brauchen dir das Drachenlord, Marc. Das war nur ein Beispiel. Männer, Baby, Pavlo und Zepp wollen ablösen und packen. Aber ich mach gleich ein H.O. Wenn ihr so weitermacht und euch nicht auf ein Gespräch einlasst, mach ich gleich ein H.O. Ja, dann mach... Guck mal, dann mach doch den H.O. Ich komm doch rein. Ich komm doch rein. Bitte, Andi. Pass auf, Andi, ich werde eine Sache nicht machen, das habe ich ein Leben lang nicht gemacht, wegrennen. Dann mach den H.O. auf, dann haben wir auch nicht den Werner da sitzen, der dann an irgendwelchen Stellen, wo man faktische Argumente liefert, dich mutet, weil vor drei Tagen genau ein YouTuber... Faktische Argumente mit Justing... Hey, komm mal, Andi, mach einen auf, da kannst du dich mit... Also faktische Argumente mit Justing... Wenn interessiert es auch... Ich kann hier mal reingehen und dann basteln. Du mit dabei warst, lieber Pavlo. Also faktische Argumente... Du kommst mit dem Brat... Jetzt erwachsen. Ja, ist doch okay. Ist doch okay. Nochmal, ich... Und Intest und... Und Intest-agöse Fantasien in der Nacht, das ist doch okay, Mann. Ist doch cool. Ich weiß gar nicht... Ich weiß gar nicht... Aber leider, Pavlo... Wir haben ja gerade die Augen geöffnet. Leider, Pavlo, ist deine Fresse auch mitgekommen. Deine Fresse ist bekannt, die von den... Ja, dann kommt doch, Andi, und mach doch was dagegen. Bitte, ich bitte dich. Komm. Ich klau auch nicht weg, Andi. Ich bleib nicht still. Ich bleib nicht still. Was hättest du denn gerne? Meine neue Nase... Ach komm, Suat, halt die Fresse, du kommst eh nicht auf den 19. Der Andi hat wenigstens noch die Eier. Der zieht sich Handschuhe an, noch bevor es Covid gab. Und dann ist er nach Edinburgh geflogen und so. Und da würde ich mich auch mit dem boxen. Aber du, Suat, ey, komm, Alter. Ich war schon in deren Dorf und wo auch immer. Da warst du noch im Sack von deinem Vater. Alter, da warst du noch gar nicht in Deutschland. Halt die Fresse, Suat. Bitte, tu mir die Fresse, Suat. Bitte, bitte. Komm wieder, wenn du ein Abonnent hast. Wie, wie, wie? Ich bin geschockt. Ich dachte, Papu... Oh, Scheiße. Nee, nee, das war schon immer mein Prinzip. Ich lass mich von Huren so niemals auf der Nase rumpflanzen. Und Suat ist so einer. Shapey, Shapey ist so ein Hybrid. Und du, Andi, du enttäuschtst dich gerade. Wenn du mir da bist, dann komm wenigstens vorbei. Ich schal dir das Ticket, weil du kannst es eh nicht setzen. Was für ein Hybrid bin ich? Was für ein Hybrid bin ich? Ich bin Hybrid, Alter. Was ist los mit dir? Clowns, Alter. Guck mal, Andi, wenn du hättest, was wir da nehmen können, hättest du schon längst gemacht. Aber du weißt, deine Nachricht ist nicht für die hier zu geeignet. Halt die Fresse. Du kannst versuchen, Gaslightning mit Julia zu machen. Du kannst auch mit deinem Vortraglis lachen. Das ist alles gut. Ich akzeptiere das. Lassen Sie mich ja gehen. Weil, guck mal, ich schütte Augen her über Menschen aus, die halt darüber philosophieren im Internet, dass sie jetzt Karte abblasen. Aber wir finden das gut. Halt die Fresse, komm. Dein Kinderzimmer in den Block will keiner rein. Hallo, aber kurz, dass du so gekommen bist. Du hängst im H.O. noch aus. Ich kenne dich vielleicht besser als die Lieblingsuhr. Dann komm. Pablo, du wirst du gar nicht. Seit wann kommt denn der Knochen zum Wunschuhr? Du verstehst das noch nicht. Wenn du irgendwann mal, irgendwann mal in die Altstadt den Schiff mal, sei dir gewiss, dass der Knochen da steht und vielleicht auf diesen kleinen Benzukopf hämmerst. Liebe geht raus an euch. Ja, sag mal, Pablo, du kennst dich zu gut aus. Mit dem Zuat. Ich kenne mich halt mit vielen Dingen aus. Ihr macht uns zum Vorwurf, dass wir uns auskennen über fachliche, arbeitswissenschaftliche Ideen, aber auch über Menschen, die einfach scheiße sind. Suhr, Andi, Shape und weiß ich nicht, Asgard. Wir können die Liste wahrscheinlich unendlich weiterführen. Die letzte Zigarette. Ja, jetzt lachen wir. Warte, 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 warte. Affektiertes Lachen, das hat Bernd Schneider gesagt. Affektiertes Lachen, ne? Affektiertes Lachen. Wir sind eigentlich mit Schneider gerade. Ja, ich würde mal lachen. Das ist doch eine unterschwellige Bedrohung, Pablo. Eine unterschwellige Bedrohung? Guck mal, Shape, guck mal, Shape. Guck mal, ich renne nicht zu gut. Guck mal, wenn deine Jungs über Andi meinen Namen haben, komm vorbei. Wieso das? Halt die Fresse, komm vorbei. Warum denn? Und ansonsten hältst du die Fresse, du Buren, so. Ja, aber Shapey, Shapey, bei dir, du musst dir schon erklären, warte, Halt's mal, Shapey, du musst dir schon erklären lassen, wenn Leute zu dir sagen, weißt du so, komm jetzt mal vorbei, wenn du Leuten auch irgendwie damit drohst. Das ist wie Ronner halt, ne? Komm, Shapey, Shapey, schreib mir auf Telegram. Ich geb dir meine Adresse, kommst mit deinen Jungs vorbei, und dann gucken, wer den Rücken hat und ob du mehr Rücken hast. Alter, ich kenne mich doch gar nicht. Ich hab mal mit dir doch gar kein Problem. Ich mach das nicht. Das Problem ist, jetzt, 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 jetzt machst du auch einmal. Ich bin die Friedenssendung. Ich habe mit Kett... Hallo, ich habe mit Kett... Halt die Fresse, du hast dich schon gerade wieder zu weit aus dem Fenster gelehnt. Du weißt, dass du dich zu weit aus dem Fenster gelehnt hast. Und Shape... Hey, 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 warte mal kurz. Pass auf, pass auf, lass kurz, lass kurz, bitte. Guck mal, du kannst mich anschreiben, guck mal, du kannst mich anschreiben. Ach, ich glaube, der Verone... Ach, ich glaube, der Verone... Mach dich doch nicht lächerlich. Mach dich doch nicht lächerlich, Schick. Mach dich lächerlich. Du betrommst einen Menschen, den ich schätze, über eine ganze Zeit hinaus, weil er das sagt, was angebracht ist. Und dann reagierst du mit Gewalt. Hey, du weißt gar nicht, was du weißt. Hey, 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 hey. Paolos Zunge ist wieder ganz schön fisch unterwegs. Hey, 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 baby, 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 baby. Und heute gibt es eine Pachtenschau. Baby, 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 baby. Deine Zunge ist wieder fix unterwegs. Hey, meine Zunge ist fix unterwegs. Und wer hat die denn jemals von euch gestoppt? Du, Andi... Du, Andi... Dein Maul aufbreiß. Baby, baby. Baby, baby, baby. Sag mal, frag mal. Guck mal, Raven, tu mir an. Baby, baby. Sag mal, mit diesen Leuten... Das ist ja ein Zufall, Alter. Sag mal, wir hatten auch schon lange keinen Kontakt mehr. Aber erzähl den Leuten... Andi, da ist der Verräter, da ist der Verräter, da ist der Verräter, da ist der Verräter. Erzähl den Leuten, mit wem ich hänge, Alter. Jetzt ist der Verräter, da ist der Verräter, Alter. Ich küsse doch mal in meinem Herzen. Wo bin ich ein Verräter? Ich bin... Du bist ein Verräter. Du hast Cap 5 reingelassen. Entschuldigung, wie der... Ja, äh, ich liebe Cap 5. Pass auf, pass auf. Andi, Andi, Andi. Andi, ich hab letzt... Ich hab einen Ausschnitt... Ja, der Raven ist besoffen. Als eine Hure vom Cap 5. Andi, ich war enttäuscht. Ich war enttäuscht. Du bist eine NWU-Hure, Raven. Ja, nein. Guck mal, Andi, ich liebe dich. Ich liebe dich. Können wir hier reden? Gerne, aber... Guck mal, ich liebe dich. Ich liebe dich, Andi. Andi, aber weißt du was? Dass du... Dass du so outside gesplittert... Rede, rede, ekelhaft über mich. Rede. Guck mal, das ist dein Karma. Das ist nicht mein Business, Alter. Wenn du meinst, dass du das raus haben musst... Weißt du was, Andi? Ich war immer loyal zu dir. Alter, ich hab niemals... Niemals... Alter, wenn ich mit dir ein Problem hätte... Hätte, hätte, hätte... Dann würde ich dich anschreiben... Da hast du aber nicht mit dem Feinste... Da hast du aber nicht mit dem Feinste... Da hast du aber nicht mit dem Feinste... Ich würde dich anschreiben... Ich würde dich anschreiben, und dann Andi, wir haben was zu klären. Wir haben was zu klären, Alter. Aber ich war monatelang nicht da. Ich war monatelang nicht da. Ich war monatelang nicht da. Und du sagst zu mir, ich bin eine... Was sagst du? Eine Hure, der NWO, ein Lutscher von CapVive? Alter, warum redest du nicht... Warum fragst du mich nicht? Warum redest du nicht mit mir? Warum haust du so eine Dinger raus? Ich bin loyal zu dir. Ich hätte sowas nie über dich gesagt, Alter. Wir können... Nein, Mann, halt die Fresse. Ich liebe dich. Warum redest du so ekelhaft über mich, Alter? Warum müssen mir Leute Sample checken? Irgendwelche Tonaufnahmen, wie ekelhaft du über mich redest, Alter? Ey, du bist mein Freund, Alter. Ich dachte, wir sind cool. Rede doch mit mir. Wenn du Probleme mit mir hast, rede mit mir. Wer hätte dir den Zettel geschickt? Wer war das? Sag ich nicht. Sag ich nicht. Aber als ich das gehört habe, ich war enttäuscht, Mann. Ich habe... Egal, was passiert ist in der Vergangenheit. Ich habe niemals ekelhaft über dich geredet, Anni. Das weißt du, Alter. Aber dann hör ich das, dann hör ich das, dann hör ich das, Alter. Warum machst du das? Warum machst du das? Ich darf mir nicht reden. Ich darf mir nicht... Ich darf mir nichts sagen. Du darfst alles. Du darfst alles. Hey, Werner, lass mal die anderen wieder rein, bitte. Bitte. Ich bin ruhig. Ich darf alle aus dem Vorraum besetzen. Warum... Warum... Also eine... Jetzt ist eine allgemeine Frage. Nicht eigentlich real. Warum sind alle, die mit irgendwelchen pornografischen Videos in Kontakt sind, löschen wir bei Kepler-Vampira. Was? Pornograf... Welche pornografische Videos? Und diese pornografische Videos sind nett. Von Julia... Alter, es gibt... Es gibt... Es gibt nur mit Lady Vampira diese bei mir zu Hause, wo du auch warst. Du warst bei mir zu Hause. Es gibt nur diese... Das im Wald... Weißt du, was ich glaube? Es gibt noch mehr. Weißt du, was ich glaube? Es gibt noch mehr. Und darum sind auch andere... Nein, mehr gibt es nicht. Weil mehr würde ich gar nicht zulassen, Alter. Weil mehr würde ich gar nicht... Das im Wald war ich nicht. Und ich habe es dir gesagt. Und wenn du glaubst oder glaubst du nicht, ist mir auch scheißegal, wer was glaubt. Wer spricht dir denn Samples? Also aus dem Kontext... Es gibt von mir irgendwelche Pornos-Samples. Ja, ich habe Pornos früher gedreht in Tschechien. Aber da war es nur Tittenfick-Pornos. Ich sage dir, was ich gesagt habe. Ich habe dafür auch Geld verbracht. Ich kann zitieren... Ich glaube, was du geschickt bekommen hast. Ich kann zitiere, was ich gesagt habe. Das würde ich auch jederzeit sagen. Und ich habe auch in dem HO gesagt, dass du reinkommen kannst. Aber du warst ja eh nicht am Start. Ich habe... Aber rede doch mit mir. Andi, Andi, Andi. Wenn ich mit dir... Wenn ich eine Frage... Wenn ich eine Frage an dich... Nein, 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 nein. Andi, ich rede doch erst mal mit dir, Alter. Warum machst du das in der Öffentlichkeit? Nein, nein, nein. Andi, warum machst du das in der Öffentlichkeit? Guck mal, ey, wir beide... Ich dachte, wir beide sind Kumpels, Alter. Und eigentlich kläre ich Probleme mit dir, wenn ich ein Problem habe. Ich mache dich nicht in der Öffentlichkeit. Doch. Ich mache dich im Lappen. Ich rede mit dir. Und wenn du mir... Es gibt keine Probleme, Ravy. Ich habe nur gesagt, öffentlich... Und es ist auch... Das muss ich nicht mit dir auf der Meta-Ebene besprechen. Aber mach es doch auf Meta-Ebene. Das ist gut. Ey, du hast mir wehgetan. Du hast mir wehgetan, Andi. Ja, du hast mir wehgetan. Ich liebe dich. Du weißt, ich liebe dich, Alter. Ja, ja. Du liebst jeden. Du küsst jeden sein Herz. So. Also. Nein, nein, nein. Ey, 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 ey. Ich baller hier einen, Alter. Ich laber nicht im Scheiß, Alter. Ich küsse jeden. Andi, Andi, Andi. Ich frage nicht jetzt eins. Ja, gut, Ravy. Ey, ich habe gedacht, wir sind Freunde, Alter. Verhält man sich so als Freund? Oder hast du deine Profilneurone wieder ausleben wollen? Warum seid ihr alle so aufgewühlt gerade? Also, ich bin relaxed. Also, mit euch. Weil, 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 guck mal. Ich habe nichts anderes erzählt. Weil ich niemals, niemals. Guck mal, guck mal. Ey, 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 wir sind uns einmal begegnet. Guck mal, wir sind uns einmal begegnet. Ich habe, ich habe dich lieben gelernt. Guck mal, ich habe, ich habe dich lieb. Andi, hör mir zu. Ich habe dich, halt die Schnauze. Ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb, ne? Ich habe danach nie wieder, egal, wer dich angegriffen hat, ich habe gesagt, ey, lass den Jumbo in Ruhe, Alter, ihr Fotz und lass den. Weißt du, und wenn jemand, wenn irgendwas gewesen wäre, dann hätte ich mit dir, wenn irgendjemand etwas an mich herangetragen, hör mir zu, ey, hör mir zu, um das ein für allemal zu verstehen. Ich muss noch ein bisschen, wenn wir gerade reden. Wäre jemals irgendjemand an mich herangetreten, ich hätte gesagt, ich rede erst mal mit Andi privat, ich rede erst mal mit Andi privat, ich rede erst mal mit Andi privat, aber du fragst mich nicht mal und stellst irgendwelche steilen Thesen öffentlich im Internet dar. Alter, du weißt gar nicht, in welcher Beziehung ich mit Cap5 stehe. Alter, du weißt es nicht. Entschuldigung, ey. Also, ey, Raffi, du musst nicht wissen, worum es geht. Du kriegst ja irgendwelche Tempel zugeschickt. Ich habe öffentlich gesagt, dass ich es zum Kost und für den. Aber ich liebe dich, warum machst du das mit mir? Ey, Andi, 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 Andi. Ich darf hier nicht gewollt sein. Aber lass uns nochmal zu hier von Andi. Andi, ich liebe dich doch. Warum machst du das mit mir? Ist nicht gewollt. Ich darf nichts sagen. Ich würde dir überprüfen. Das ist eine alte NWO-Tybo-Taktik. Ich bin doch gar nicht NWO. Alter, was warst du da? Das ist doch auch schon wieder Taktieren auf ganz billigem Niveau. Taktieren auf ganz billigem Niveau. Andi, Andi. Andi, ich sage mal, was du sagst. Andi, komm mal, du kannst dich freunden. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Andi, aber ich verstehe nicht, warum du mich anpisst, Alter. Ich liebe dich. Aber, Rem, ich habe eine Frage. Worüber reden wir da gerade? Über deine Eifersucht. Ich kann doch mit Cap5 cool sein. Was hast du für ein Problem damit? Ich bin aber gleich weiter weg. Ich habe mich nur... Ich habe mich nur... Das wäre dann doch cool. Erste Frage. Ich brauche mich an. Darf ich mal was sagen? Das ist ein richtiger B-Boy. Voll der Panikmodus von eigentlich. Ey, Paolo, deine Stimme zu hören ist, ey. Paolo, wann kommst du, wenn er nach Berlin... Alter, wir machen... Pass auf, Rave, Baby. Oh, Mann, Paolo, Baby, Alter. Ich habe dich vermisst, Alter. Ey, ganz ehrlich, Alter. Ich dich ja auch, Mann. Du weißt es. Ich liebe dich. Ey, aber ich liebe Ente auch. Ich weiß. Guck mal, wir lieben Ente. Guck mal, guck mal. Wir lieben beide Ente. Ey, und Ente soll nächstes Mal dabei sein, wenn wir Party machen, Alter. Pass mal auf. Als wir unten an der Spree waren und gesoffen haben mit den Leuten aus Kalifornien, so, was haben wir? Andrew war dabei. Leute waren dabei. Ey. Wir haben kein böses Wort über diesen Menschen an diesem Zeitpunkt danach. Wir haben niemals schlecht über Andi geredet. Gott ist unser Zeuge. Wir haben niemals schlecht über Andi geredet. Andi war immer cool. Und deshalb fühle ich mich halt enttäuscht. Ich bin auch gekränkt. Ich bin auch gekränkt. Es tut mir auch weh, wenn Andi mir vorwirft, zum Beispiel mit Dolo, dass ich irgendwas kommentiert hätte unter irgendwelchen Videos, bla, bla, bla. So, guck mal, es gibt Leute. Raven, du kennst mich. Ich bin ein stabiler. Aber ich mag, ich sag nicht, dass ich stabil bin als Typ. Echt, bin ich. So, stopp. Lass mich doch mal ausreden, Andi. Lass mich ausreden, weil der Typ kennt mich. Ich habe seit 15 Jahren, seit 15 Jahren. Raven weiß nicht, habe ich die gleiche, herzensgute und wirklich charakterlich gute Frau. Wir haben eine Familie. Wollt ihr mal in die Schuhe sehen? Ente war niemals der Gegenstand einer unserer Gespräche im negativen Kontext. So, Ende. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und egal, was der über Edwin O. denkt und egal, was der über Cap denkt. Und ich habe vielleicht eine andere Meinung über Cap. Ich habe auch eine andere Meinung über Werner. Aber eins lasse ich nicht zu. dass Menschen für ihre eigene Positionen Lügen erzählen, Raven. Du kennst mich, Mann. So, ich sage... Mann, du hast niemals, Paolo, du hast niemals ekelhaft über Ente geredet. Ich habe niemals ekelhaft über Ente geredet. Ich würde auch nie ekelhaft über Ente geredet. Raven hat auch nicht die Einsätze auseinander getroffen. Raven hat auch nicht die Einsätze auseinander getroffen. Raven hat auch nicht die Einsätze auseinander getroffen. Ich würde, ich würde, ey, ey, du kennst mich, Alter. Bevor ich mit dir in der Öffentlichkeit... Einsätze auseinander gesprochen. Boah, Andi, lass mich mal ausreden. Ich würde zu dir kommen und sagen, Andi, was ist das? Ich würde mit dir privat reden. Aber du gehst live und redest ekelhaft über mich, Alter, über mich. Ich weiß ganz genau, ich liebe dich, Alter. Warum machst du das? Ekelhaft. Also, alle lieben Ente, weil Ente tut keinem Menschen was zur Seele. Und ich möchte auch noch mal eins sagen. Es gibt Menschen, über die wir uns unterhalten haben. Es gibt Menschen, über die wir uns unterhalten haben. Suha, ganz ehrlich, pass auf, pass auf, Bällebad, Ikea war kein Thema. Aber zum Beispiel Albo war ein Thema. Äh, Treimusik war ein Thema. Oh, voll spannend. Ente, Ente, jetzt noch mal, du kannst, du kannst mich abstrafen dafür. Ich wurde abgestraft dafür. Ich wurde abgestraft dafür intern, dass ich mich leiden kann, weil ich glaube, du bist ein intelligenter Kerl. Du hast hier und da vielleicht, was auch immer, für Einschläge, ist mir egal. Aber ich weiß, dass du, Alter, wenn du dich hören willst, dann fick dich, Alter. Dann fick dich. Und Suha, du hättest jetzt mal die Fresse. Ist das wirklich eine allgemeine Frage? Weiß Türke, Weiß Türke, ich liebe dich. Weiß Türke, liebe ich auch. Warte mal, Werner, Weiß Türke. Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, pass auf, eine Frage. Suha, Suha, ich küsse dein Herz, Baby, Alter. Wie geht's dir? Ja, alles gut, du kannst doch mal meine Einschläge wissen. Warte, lass mal bitte, Werner, schloss mal, halt mal die Szenen. Na, komm mal mit Eichel, wir wollen nicht die Szenen übertreiben. Werner, Werner, Rede. Eichel, machen wir nicht, Alter. Nee, okay, alles gut, du weißt, das ist nur, wir machen nicht so, wir machen nicht so. Das ist Herzvoll, das war ein Herzvoller Scherz. Werner, Rede, halt doch mal die Fresse in der Zimmer, Junge. Soll, Hakula, oder vom Herzen, weißt du, du weißt, vom Herzen, liebe, vom Herzen. Ey, Mensch, ich muss wirklich jetzt raus, also bis gleich. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ey, was ist das für Oberhaber, ey, was ist das für Oberhaber, Alter? Ja, ey, das ist doch, ist das schon wieder mehr als erlaubt. Darf ich jetzt mal eben was sagen, nochmal? Darf ich nochmal was sagen, Andi? Und ich sage das hier nicht, weil ich das sage, sondern ich kann das belegen. Ich kann das belegen. Mit WhatsApp-Verläufen und Telegram-Verläufen. Lass mich doch bitte eben ausreden. Ich weiß auch, warum. Ich weiß auch, warum das so ist. Warum, du weißt gar nicht, warum das so ist. Weiß Türke, Weiß Türke, Alter. Du hast geiles Deal, Andi. Okay, bitte gib die Antwort auf das, was ich nicht gesagt habe. Ja, Werner, ich lasse alle ausreden. Hey, Rabe, frag mal kurz was im Chat, irgendwie hallo oder so. Im Chat? Was, was, dieses Chat-mäßig? Ja, ich schreibe nicht. So, Andi, 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 sag bitte was. Ich weiß trotzdem, was ich hier sagen möchte, ne? Ihr könnt mich hier nicht auflegen. Ich will dich auch gar nicht ablenken. Ich sag dir einfach nur, was Realität ist. Ich habe Libre geschrieben. Libre, also Libre, 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 hab ich geschrieben. Guck mal, ich schreibe jetzt auch mal Liebe. Ich schreibe jetzt auch mal Liebe. Liebe, Liebe, Liebe für die Ente schreibe ich jetzt. Liebe für die Ente. Aber bitte mit P. Mit P. Liebe für die Ente. Liebe für die Ente. Andi, Andi. Wir alle lieben die Ente. Also ich mute mich jetzt, damit Ente reden. Danke für den Schlüssel. Chaos Kustel, ich küsse doch dein Herz. Und überhaupt den Chat, ich küsse euer Herz. Schön, dass ihr da seid. Rett, ich würde dich nur daran erinnern, dass wir doch nicht... Ein Satz miteinander ausgetutet haben. Weil du mich nicht mehr lieb hast, weil du mich nicht mehr lieb hast, weil du mich nicht mehr lieb hast. Du hast mich zerwissen. Du hast mich, du hast mich in deiner Film-Community-Session, hast du mich zerwissen. Ich, 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 als dein stabilster Fahrt, Alter, ich hab für dich den Rücken... Alter, jeder, der dich angemeldet hat, ich hab gesagt, lass Ente in Ruhe, Alter. Und auf einmal höre ich, wie du über mich redest, ich denke, pass, das kann nicht angemeldet sein. Moment, 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 aber Raven... Weil ich mit Cap5 cool bin, Alter, du weißt doch gar nicht, wer Cap5 ist, du weißt doch gar nicht, du weißt doch gar nicht, du weißt doch gar nicht, was Cap5 vielleicht für mich getan hat. Richtig. Muss ich das alles an die große Glocke hängen, wer Cap5 ist? Nein, muss ich nicht. Also ich poste auch nicht jeden Blog, den ich in den Post bekommen. Das sind auch private Dinge, die ich in den Post fragen habe. Was hat er denn getan für dich? Was er getan hat, was er getan hat. Und genau das ist der Punkt. Aber Andi, Andi, wollen wir auch mal kurz deine Rolle... Wollen wir auch mal kurz deine Rolle... Paulo und Raby, Baby, jetzt quatscht nicht hier die ganze Zeit dazwischen, weil ich glaube, Andi möchte auch mal, denke ich mal, davon... Das sollte recht werden. Also ich kann keinen Satz beenden, aber ich muss Rücksicht nehmen auf die Antwort. Ja, alte Spassens-Taktik, aber ich bin gelangweilt. Aber wenn es nicht gewollt ist, ist okay. Ich weiß auch gar nicht, worum es geht, weil ich wollte Raven nur fragen, über welche Standpads wir reden, warum er sich so aufregt. Ich weiß es immer noch nicht. Das wollte ich nur fragen. Du hast gesagt, dass ich die Hure von Cap5 bin. Eine NWU-Hure hat er gesagt. Das ist aber auch kein Geheimnis, das haben wir schon öfter gesagt. Cap5, guck mal, eine Hure muss eine Gegenleistung. Eine Hure muss eine Gegenleistung. Warte mal, Andi, um den Tatbestand einer Hure zu erfüllen, muss die Hure eine Gegenleistung erfüllen. Die Tatsache ist, dass Cap5 und ich, dass wir uns verstehen, ohne dass er irgendwann mal gesagt hat, Christian, du musst das und das machen, damit wir miteinander cool sind. Nein, aber ich sage dir auch nicht, warum wir beide ein gutes Verhältnis sagen, weil das ist scheiß Privatsache. Und wer auch immer da irgendwie irgendwas rein interpretiert ist. Achso, Privatsache, meine Mitarbeiter. Aber, 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 was ich von dir, mindestens mal, mich interessiert die ganze Welt, dann scheiß. Aber mindestens hätte ich von dir erwartet, dass du... Hey, Werder, bitte, kurz kurz reden raus. Ganz kurz, ein Satz, bitte. Ich bin ein Satz rauchmorgen jetzt. Danke. Guck mal, mach nicht diese Rauchschweißfilme. Bitte kurz reden, kurz raus. Ich muss... Nein, ich höre dir zu, ich höre dir zu, Andi. Ich höre dir zu. Sei jetzt kurz ruhig. Also, es ist so... Ich weiß nicht, warum ich das hier verhindern wollte. Ich höre dir doch zu, Baby. Lass mich jetzt kurz. Lass mich jetzt kurz. Also, eine Frage. Das ist doch immer... Die Frage ist immer kurz. Die Frage ist jetzt, Reggie, ist das genauso privat, wie du meine Metadaten an Pablo weitergegeben hast? Fertig. Das war's schon. Danke. Nein. Nein, nein. Deine Metadaten habe ich an Pablo weitergegeben, weil Pablo dich mag. Ja. Und das war... Ey, du bist so intelligent. Du bist so intelligent, Andi. Ey, Paolo hat mich damals gefragt. Ey, ey. Danke für die Aufmerksamkeit. Und du hast doch selber zu mir gesagt, ey, mit Paolo bist du cool, Alter. Kein Problem. Das machst du mir jetzt zum Vorruf? Really? Really? Nein. Was ist denn passiert? Das war's. Weil du bist geschenkt gekommen, Alter. Die Frage war... Darf ich dich nochmal wiederholen? Weil ich muss die Frage... Ich muss einfache kurze Fragen... Eine andere Frage. War das vor dem 1. August 2019? War das vor dem 1. August 2019? Ey, ihr könnt mich hier mit der Dachlotte... 1. August bin ich ausgewachsen, glaube ich. Darf ich mir doch vorstellen, Nema, bitte. Bitte, ich würde die Frage nochmal wiederholen. Weil die Rob Raven hat die nicht verstanden. Sind... Ich hab die super verspannen. Super. Ich hab alles verspannen. Ich hab auch gerade geantwortet. Nein, hast du nicht. Doch, habe ich. Ich hab beantwortet. Ich hab beantwortet. Ich hab beantwortet. Ja, du kannst du mithern, wie du willst. Die Frage lautete, sind die Sachen mit dir und Cap5 so privat wie meine Meta da? Das war die Frage. Ich fühle mich gerade reduziert. Ähm... Nein, sie sind nicht so privat wie deine Metadaten, aber... Ähm... Deine Metadaten habe ich auch an niemanden... Ich hab die ja sowieso schon gemacht. Andi, Andi, guck mal, du lässt mich doch gar nicht mehr zu Wort kommen. Du stellst mir eine Frage. Ja, du. Und in dem Moment, wo ich antworten will, stand das für das Wissen. Lass mich doch... Ich bin der Störter. Lass mich doch einmal ausführen. Du hast recht. Zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt gab es auch zwischen dir, ich glaube, Affencakes und so, alle waren dabei. Paolo war dabei. Ich war nie in Zuhörer. Ey, Alter, ey, Andi, ich mag Andi, die ist das. Ich will mit ihm einfach mal quatschen. Kannst du mir Nummer geben? Ich sag, ja, okay, pass auf. Aber gib die Nummer niemand weiter. Weil ich mit Paolo cool bin und er mir versprochen hat, er gibt die Nummer niemand weiter. Ich hab die Störter. Ich hab die Störter. So, so, so. Raven, du weißt es. So, und er hat mir das Wort gegeben. Hör mal bitte zu, er hat mir das Wort gegeben. Lass doch mal ausreden. Andi, lass mich doch ausreden. Du stellst mir eine Frage und ich kann dir nicht... Hör mal, ich kann dir nicht beantworten. Brechreiz bei dir, Alter. Was stimmt mir bitte nicht? Raven, was stimmt mir bitte nicht? Aber das war Paolo. Raven, was stimmt mir bitte nicht? Was ist jetzt hier los? Entschuldigung. Andi, keine Ahnung, was mit dem gerade los ist. Raven, was soll diese Show hier gerade? Ich liebe dich. Du tust so, dass du mit Paolo nicht geredet hast. Jetzt tauchst du auf einmal hier außerdem nicht so auf. Und was soll das? Wir können gerne über diesen Zeitpunkt reden. Ich kann auch dir sagen, ich will dir auch gerne sagen, was ich gesagt habe. Und ich bin enttäuscht... Andi, Andi, ich bin enttäuscht davon, dass du... Andi, Andi, du warst bei mir. Jetzt sag mir, jetzt sag mir bitte eins. Andi, 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 du warst bei mir. Du willst die Wahrheit nicht hören, man. Nein, ich stelle jetzt eine Frage. War ich nicht gut zu dir? War ich nicht danach gut zu dir? Hat egal, was irgendjemand... Habe ich dich nicht immer verteidigt? Sag mir jetzt das Gegenteil. Sag mir jetzt das Gegenteil. Sag mir jetzt das Gegenteil. Egal gegen wen. Du bist nur am Kollektivstaat. Genauso. Jetzt brauchst du ein Pafflo. Ein Kollektiv? Was für ein Kollektiv? Nenn mir doch bitte mal mein Kollektiv, Alter. Bitte. Welches Kollektiv? Ich möchte jetzt mal wissen, was für Seppels du meinst. Darf ich ganz kurz was sagen, bitte? Alter, weil ich mit Paolo cool bin oder mit dem Käpt'n bin? Bin ich jetzt in irgendeinem Scheiß-Kollektiv, Alter? Das ist doch ernst, oder? Ey, dann machst du... Dann machst du ja auch wieder diesen... Alter, ganz ernst. Ey, Raven, du hast doch deine besten Freunde. Das ist doch alles in Ordnung. Wir müssen nicht mehr Freunde sein. Aber die Schokolade hat er gefressen. Du hast Cat5, du hast Pavlo und die anderen Spastis. Das ist doch alles in Ordnung. Aber ich habe auch dich und ich habe auch dich lieb. Du hast genug... Nee, du hast mich nicht. Aber wenn du... Aber wenn deine Bedingungen da angegriffen sind... Warte mal, warte mal. Du stellst doch hier gerade die Bedingung auf. Ich darf nicht mit Paolo befreundet sein. Ich darf nicht mit Cap befreundet sein. Ansonsten sind wir beide keine Freunde mehr. Ist das deine Bedingung? Ist das deine scheiß-fucking-Bedingung? Dann zu schreien, wie du willst. Nein, nein, Andi, Freundschaft ist bedingungslos. Wenn du mich bektierst, mit wem ich befreundet sein muss. Dann muss ich mich fragen, was unsere Freundschaft wert ist. Dann muss ich mich fragen, was unsere Freundschaft wert ist. Wenn du mir denktierst, mit wem ich befreundet sein darf. Du weißt eigentlich, was Freundschaft bedeutet. Ich weiß es nicht, Alter. Ich habe dich in den Arm genommen. Ich habe deine Tränen aufgewischt. Alter, was redest du, Mann? Warum machst du das gerade bei mir? Warum machst du das gerade bei mir? Andi, du weißt selber, dass ich... Ey, du weißt doch selber. Andi, du enttäuschst mich gerade des Todes, Alter. Des Todes, Alter. Es ist schade. Es ist schade, pass auf. Ich habe es auch zu Raven gesagt. Ich weiß nicht, ob dir das reicht, aber... Ja, ich darf jetzt mal eben kurz was einwerfen. Raven, du kannst es bezeugen. Und ich habe das auch als Chat. Andi, ich habe damals überlegt, noch in Deutschland, dich zu uns einzuladen. Du hast mich terrorisiert per Telefon. Wo habe ich dich denn terrorisiert? Du hast mich bedroht, Alter. Und ich habe aus dem Bienen, aus meinem Tetzler, habe ich dich angerufen. Du warst gar nicht mal terrorisiert, Alter. Ja, das ist die harte Realität. Jetzt vertret doch nicht die Tatsachen. Doch mal, Andi, ich habe das alles noch auf dem Handy. Hör doch auf mit der Scheiße. Du weißt doch, dass mir kein Spaß macht, hier gegen anzuschreißen. Und Andi, gegenüber anderen Worten, habe ich dich immer als Gegner wahrgenommen. Ich soll nicht zu Wort kommen. Aber du zeigst immer, wie du dich gleich bist. Und was ist deine Sozialpsychose? Du musst mich zu zweit überbrüllen, damit ich nicht zu Wort kommen. Ich brülle gar nicht, Mann. Ich brülle noch nicht mal. Das ist das Problem, Andi. Ich habe Nachweise und Beweise, dass ich niemals etwas gegen dich, sondern immer für dich unternommen habe. Und du warst bei Raven und niemals Gegenstand einer Attacke, sondern immer der Sympathie. Und das willst du nicht akzeptieren, weil das passt halt nicht in dein verquertes, eindimensionales Weltbild. Pablo, Pablo, Pablo. Haben wir einmal ekelhaft gegenüber Andi geredet? Seitdem wir uns kennen, wir mochten, wir mochten. Wir wollten sogar mit Ente uns treffen. Und du hast Ente sogar ein Paket geschickt, oder? Guck mal, Ray, du kennst mich. Ich weiß gar nicht, was Andi jetzt für Probleme hat. Es ist ja egal. Es geht darum, dass Andi gerade ein Feindbild aufbauen will, wo gar kein Feindbild ist. Ich war zu Andi immer cool. Ich habe immer Andi gesagt, wer Andi fickt, Alter, fickt mich. Was habe ich gesagt? Guck mal, wie oft ich versucht habe. Wie oft ich versucht habe, das gleiche Gerede gemacht habe. Andi, bitte, lass das. Andi war bei mir auch immer. Hashtag Liebe. Mann, Andi, du weißt, ich liebe dich. Hör auf damit, bitte. Das ist ganz armen Sie nichts Folgendes. Und dann fängt er wieder an mit. Andi, du weißt, ich liebe dich. Hör auf damit, hör auf damit, bitte. Und Andi, vergiss, was die MWU auch für das Internet getan hat. Andi, guck mal, wir können darüber diskutieren. Pass auf, hör mir zu, Andi. Wir können darüber diskutieren, was nun war, was nicht gut war. Wir können über alles diskutieren. Aber ja, guck mal, ich bin kindisch. Meine Kleine, die geht seit drei Jahren und ich habe Lehrer und will dich auch nicht fixen. Weil du nicht. Ich habe Andi nie verraten. Ich habe Andi nie verraten. Alles, was zwischen uns privat gelaufen ist, ich habe niemals irgendwas in dir. Und das weiß Andi. Andi, mach nicht echt. Andi, wenn du der Meinung bist, Andi, wenn du jetzt wirklich der Meinung bist, dann sag ehrlich, dann sag ehrlich, dann sag ehrlich, dass du mir nicht vertraust, dann sag ehrlich, dass du nach dem ersten August, wo wir mit Albo unterwegs waren, wo du bei mir warst, sag, nimm mir nur einen Punkt, wo ich danach nicht mehr loyal war. Nimm mir nur einen Punkt, wo ich danach nicht mehr loyal war und nicht kameradschaftlich und nett war. Nee, mach nicht einen auf müde, Alter. Weil dann, dann pisst du, dann pisst du. Andi, Andi wäre es dir denn lieber, wenn ich mich mit Ravy streiten würde oder nicht respektvoll zu ihm wäre oder sonst irgendwas. Und am liebsten wäre es auch noch ein Cap, wenn wir seit 2019 die Taten groß waren. Drei gegen eins. Großerlich. Wer ist denn lieber, wenn ich mit Ravy auf Kürze geschlagen hätte? das ist richtig arzt. Drei gegen eins ist großartig, um mich zu dritt zu überschreiten. Das ist zauberisch. Ente, du raffst es gar nicht, du raffst es gar nicht. Unabhängig, Cap, der hat noch nicht mal was gegen dich. Das ist ultra krank. Du fährst gerade mit der Scheiße. Es ist nicht gewollt, dass ich hier was sage. Ganz einfach. Dafür, dass du nichts sagen sollst, sagst du aber ganz schön oft was. Oder, Cap? Ich weiß nicht, ob du das auch nicht gehört hast, aber ich habe unter Julias Porno-Videos kommentiert. Ente, du hast ganz viel gesagt und ich lasse dir das immer noch durchgehen. Und du weißt ganz genau, guck mal, frag Raven, ich bin jetzt nicht irgendwie Labersack. Und Cap ist auch kein Labersack. Cap hat angefangen im Baraka-Game Sticker zu drucken. Da hat auch keiner gewusst, dass er überhaupt einen hellen Bodenflor hat. So, das ist die harte PSP. Ich sag bitte eins nicht, dass du hier nicht zu Wort kommst. Ich schmeiße auch alles raus und du kannst hier zu Wort kommen. Du darfst hier jederzeit alles labern und verhüben. Sweet, was du letztens bei dir gesagt hast, du darfst hier alles, was ich bei dir darf. Ja, aber keine Lügen, Werner. Also ganz ehrlich, guck mal, Werner, du bist kein Freund von mir, ich bin kein Freund von dir, wir haben keine Beziehung. Aber Raven kennt mich. Und wenn ich jemanden hasse, hasse ich den. Cap kennt mich. Wenn ich jemanden hasse, hasse ich den. Und wenn ich jemanden mag, mag ich den. Jetzt mal ganz ehrlich, das Geweine und das Beschubse auf meine Frau, die sitzt gerade neben mir. Seit 15 Jahren sitzt die Frau neben mir. Und auf einmal erzählt er eine Dolo-Scheiße. Er erzählt Dolo, ich habe irgendwas kommentiert. Ganz ehrlich, ich gönne es jeden Idioten da draußen, wenn die Frau sich ihren Spaß holt. Das ist meine Meinung. Und weißt du warum? Weil jeder Idiot von uns würde sich genauso seinen Spaß holen. Hashtag Frauen, die eventuell im Osten zirkulieren. So, das ist die harte Realität. Was hackten denn überhaupt solche Menschen auf? Und Paolo, wenn du ehrlich bist, unsere Gespräche, wenn wir miteinander gesprochen haben, es ging auch größtenteils um ganz andere Sachen. Es ging gar nicht um Ente. Es ging um ganz andere Sachen. Ich habe mit deiner Frau gesprochen. Wir haben über ganz andere Dinge gesprochen, Alter. Und wir haben ja gar nicht über Sao-Dorf gesprochen. Also prozentual, mal aufgeteilt, war das wirklich ein Bruchteil von dem, wo wir gesprochen haben. NWO, Cap oder so, das war niemals ein Thema. Ja. So, warum? Guck mal, wenn ich jemanden mag oder nicht mag, dann konnte man es ableiten. Ich sage heute noch, ich sage heute noch, und jetzt kannst du mich wieder lieben, Werner, Volker Wellendorf, dein Radkreuz in meinem Rücken muss erstmal über zweieinhalbtausend Kilometer Wasser laufen. Und du bist nicht fucking Jesus, du Hurensohn. So, den mag ich nicht. Das war damals, das war mega. So, und den mag ich nicht. Und dann sage ich das auch und ich stelle mich auch. Und guck mal, wenn du Hurensohn kein Geld hast, mich zu besuchen, dann zahle ich dir das Ticket. Aber erwarte jetzt nicht, dass du irgendwie Hawaiian-Style irgendwelche Grenzen um den Hals gelegt bekommst. Vielleicht Radkreuze, mal gucken, vielleicht gibt es hier welche. Ich kaufe die. aber Ente, 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 Cap und dich und Dolo. Jetzt ganz ehrlich, ich kann mich nicht an einer Stelle mit Cap erinnern und ich schwöre Cap, bitte mach, mach Gespräch von mir. Ja, ich meine, wie gesagt, es ging, es ging, es ging hauptsächlich, hauptsächlich um Cap Pfeif. Warum? Aber Cap ist Cap und Cap ist ein reinges Element. Werner, Werner, ob ihr das wahrhaben wollt oder nie. Werner hat gewisse Sachen, die sind natürlich, was Cap Pfeif gemacht hat und da stehe ich auch nicht dafür. Hashtag mit der Mutter, das hätten wir auch nicht. Ja, aber gut, aber gut, aber gut, aber was Cap Pfeif macht, ey, wir sind hier bei O-Dorf, hier wird gegenseitig immer, immer irgendwelche Filme werden geschoben, der eine sagt, guck mal, ich komme zu dir. Jason, lass uns doch mal, lass uns doch mal, lass uns doch mal über praktische, nein, stopp, Raven, lass uns mal über richtige Themen reden. Was hat Cap Pfeif zum Beispiel gemacht? Nein, nein, warte, nein, warte, nein, nein, wir bleiben jetzt dabei, wirklich Paolo, Alter, wir bleiben jetzt dabei, ey Guten, wir bleiben jetzt mal dabei, fucking hier, Hashtag, was ja wirklich Ende am meisten ankotzt, das ist das, was Cap Pfeif da gemacht hat mit dieser Nummer dort mit. Das ist, ich sag dir ganz ehrlich, was es ist, ich liebe Andi und Andi weiß, dass ich ihn liebe, aber Andi, Andi kann eins, Andi hat ein Problem mit Liebe und mit Fürsorge. Ich sag dir, was Andis Problem, also ein Premieres Problem ist, ist, Zuneigung, 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 fehlende Zuneigung, wenn er nicht die Nummer eins ist. Wenn ich mich mit Cap gut verstehe, wenn ich mich mit Paolo gut verstehe oder mit anderen, wird Andi pissig. Warte mal, Werner, ich will das mal ganz kurz, dann wird Andi pissig, aber es ist doch meine eigene Entscheidung, mit wem ich gut bin und mit wem ich gut bin. Ja, ist das klar. Wenn ich mit Julia gut bin, ist es mein Ding. Wenn ich mit Paolo gut bin, ist es mein Ding. Wenn ich mit Cap gut bin, ist es mein Ding. Und wenn Andi mein Freund ist, akzeptiert er das. Oder, oder, guck mal, Freundschaft ist bedingungslos. Oder er sagt, guck mal, ich kann damit nicht leben, weil der und der Typ ist einfach ekelhaft. Aber dann erwarte ich von einem guten Freund, dass er mir privat sagt, Christian, pass mal auf, ich kann mit dir keine Freundschaft weiter hegen, weil du mit dem, aber mich nicht anzuschreiben, mich nicht anzusprechen und einfach öffentlich zu sagen, ich bin eine Hure, eine Hure von Cap 5. und er äußert das so und dann wird mir so ein Sample zugespielt, wo er das sagt. Jetzt bin ich mal dran. nein, warte mal, warte mal, Werner. Natürlich, natürlich bin ich dann, wenn ich dann, lass mich doch mal bitte ausreden. Natürlich nehme ich das persönlich und denke so, was soll das, was soll das, was soll das. Du kannst dir alles, aber wenn ich jetzt sowas höre, Rabe, du hast nichts begriffen. Ey, sag mal, Schäbi, ich habe vorgestern einen Stream wegen dir ausgemacht, wegen dem. Ich habe ihn rausgeschmissen wegen dir und was kam dir nichts anderes an? Komm. Ja, komm, Werner, Werner, hol den doch wieder rein. Du stehst doch auf diese Scheiße. Du stehst doch darauf. Werner, 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 guck mal, also, wir hören dich, Hör mir doch mal eben zu, Werner, ich will dir einfach nur was Nettes sagen. Wir hören dich, du bist vielleicht jetzt weit weg vom hinweg, aber du musst nicht schreien. Mach das nicht, du bist im Garten, andere Leute hören dich, tu dir selbst und du fragen das nicht, hast du dich nötig. Ja, ist das scheißegal. Jetzt schreien. Ich will ja auch nicht vorschreiben, ist so eine Empfehlung. Es ist so eine Scheiße da, wenn ich so eine Spreche da lehne. Ja, ich weiß, aber Werner, Werner, guck mal, guck mal, werden alle älter. Ich würde gerade ganz so, Paolo, Schäbi, wenn du schon reinkommst, dann bitte das YouTube-Video ausmachen. Aber jetzt, jetzt, lass mich doch mal eben ganz kurz was runterbrechen, bitte. Schäbi, mach das YouTube-Video aus. Darf ich? Boah ey, Schäbi, da merkt man einfach, wenn die Mutter nicht da ist, ne? Ist einfach so, tut mir leid. So, jetzt, jetzt möchte ich eben was sagen. Also erstens, ich habe Ente, seit ich in diese Scheiße irgendwann reingeschleckert bin, immer als respektvollen Gegner empfunden. Respektvoll. Warum? Weil Ente kein dummer Typ ist. ungeachtet dessen, welchen Struggle wir haben. Werner, du säufst, Raven, wir saufen, wir machen dies, das, Ananas. Ja, wir machen das. drei Musik, drei Musik sind halt in der Platte über irgendwas. Und Cap macht sich halt einen Spaß draus. So, und wir haben alle unsere Momente, wo wir uns viel Spaß machen. Am Ende des Tages, ich habe niemals die Intention gehabt, Ente etwas Böses anzutun, ganz im Gegenteil. Ich liebe Ente, ich liebe Ente. Ich liebe ihn auch, Mann. So, habe ich den respektiert? Shape, und Shape, lass mich mal ganz kurz noch mal eine Minute nutzen. Und Shape, dein Ding mit Cap, das basiert genau auf diesen, 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 diesen Empfindungen. Weil guck mal Shape, du könntest ein geiler Typ sein, aber bist du nicht. Und weißt du warum? Weil du fleckst mit dem Geld von deiner Mutter. Und deshalb bist du kein geiler Typ. Und das versucht dir Cap mitzuteilen. Du bist gar nicht der Haft. Guck mal, du konntest 50 Gramm, 200 Gramm oder ein halbes Kilo Poop bei deinen Freunden holen, das macht dich auch nicht viel. Ganz klar. Ganz klar, Shape. So, und wenn du mir was anstimmst, die Worte, das ist vorbei, ich bin nicht weg. Das glaubst du mir. Das glaubst du mir. Lass mich ausreden, lass mich ausreden. Ich komme auch nicht in deinen Scheiß-Berob. Das ist total akkumulatisch. Das ist total akkumulatisch. Das ist total akkumulatisch. Dann kommst du hier und machst dich vom Bühne. Jeder, jeder, äh, äh, bitte, jeder einzeln reden, äh, Werner, bitte, jeder, jeder, jeder einzeln, jeder, jeder soll einzeln reden, jeder soll einzeln reden. Aber, aber, wir, aber Werner, 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 wenn du eins festgestellt hast, Werner, bitte, 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 Werner, lass uns bitte, ich bin da, ich bin nicht oft da, aber, 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 ich bin jetzt hier eingesprungen, ich bin jetzt hier eingesprungen, weil mir jemand geschrieben hat, Ente ist da und Ente macht die Front gegen alle. Äh, es ging nie gegen Ente, Alter, ich bin, ey, ich bin, Alter, ich wusste gar nicht, dass Ente so, so ein Held gegen mich schiebt, Alter, so, Alter, ich war überrascht. Der macht keinen Front gegen alle. Really, baby, Ente, der macht keinen Front gegen alle. Der sagt, der hat klare Ansage gemacht heute Nachmittag. Schreib doch Interesse, du Mittelstandskind. Ach, halt du die Fresse, Alter, du bist doch ein Geringverdiener. Schreib, du Geringverdiener, du bist doch ein Geringverdiener. Eben, das ist sein Problem, das ist doch das Problem. Schreib verdient ja einfach, weil er nichts machen muss. Darum geht es doch gar nicht. Ey, sag ich doch nicht so ein dummes Zeug. Ron Belicki hat mehr Ehre als du, Schreib. Ron Belicki hat mehr Ehre als du. Er hat sich wenigstens mit Casinos, Dreams, Kohlefahrer gemacht. Er hat sich nur die Fresse an. aber, ich halte meine Frau, ey, sag bitte nicht, dass er die Fresse halten soll. Aber, aber, aber da kommt Schiep wieder her, Schiep wieder her, der nicht mal, der nicht mal seinen Scheiß Teich sauber machen kann. Junge. und der nicht, aber komm, ey, ey, Schiep, du bist, ey, du bist ein ganz miserabler Ratgeber, Alter. Alter, halt dich doch einfach mal komplett raus. Du hast nichts selber auf die Beine gestellt, du hast nichts selber auf die Beine gestellt und bist der Meinung, dass du erwachsenen Männern einen Ratschlag geben darfst. Junge, ich hatte, ey, ich hatte, ich hatte, mein Schiep, Alter. Ey, das war cool. das war cool. Nochmal, weißt du noch, weißt du, sag mal ganz kurz die Presse, Rabe, Schäbi, an dich eine Frage, warum habe ich dann vorgestern dem Stream so ausgemacht? Weil ihr zwei mir mega auf den Sack gegangen bist, du und Cap5, und ich habe Cap5 rausgeschmissen, du, Sie gab es einfach nicht. Ich will nur sagen, ich werde jetzt den Link von Enten nehmen und bei Hingehen. Nein, nein, nein. Nein, Paolo, Paolo. Halt dein Maul. Halt doch mal die Fresse. Halt nur auf deinen Maul. Wo ist denn jetzt Paolo? Wo ist denn jetzt Paolo? Warum ist Paolo weg? Warum ist Paolo weg? Warum ist Paolo weg? Keine Ahnung, wer ist mit dem Handy oder so? Ist doch scheißegal, Achso, der will zur Ente, der will zur Ente. Schäbi, 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 scheiß Hund drauf. Alter, du hast, du hast selber hier bei mir gesagt, ey, hol den Cap5 wieder rein, obwohl du eigentlich dagegen bist. Du wolltest doch diesen Check mit ihm. Du wolltest ihn dran. Und ich habe ihn wegen dir rausgeschmissen. Und du hast gesagt, hol ihn rein. Ja, ja. Also stehst du auf diese Scheiße. Nein, nein, ja, ich wollte ja nur ein bisschen was auslesen. Ja, also ja, also schäbi da drauf. Vielleicht drückt er noch mit irgendwelchen Sachen raus, dass das für meine Anwälte ein bisschen wichtig ist und sowas. Für deine Anwälte, weißt du was, ich sag dir mal was, ich sag dir mal was, ich mag dich als Mensch, ich mag dich als Mensch, aber weißt du was, aber als Mann, als Mann, als Mann kann ich dich null ernst nehmen. Ich sag dir auch warum, ich sag dir auch warum, Schäb. Schäb, du hast niemals, du hast niemals auf eigenen Eiern gestanden, du hast niemals auf eigenen Eiern. Guck mal, ich hatte sechs Jahre lang eine Firma, Alter, ich bin insolvenz gegangen. Ey, ich muss mir deinen scheiß Geheule nicht anhören. Ich muss mir deinen scheiß Geheule nicht anhören, Alter. Du bist niemals all in gegangen. Du bist niemals all in gegangen. Du bist niemals all in gegangen. Es geht doch darum gar nicht, Alter. Doch, Schäb, darum geht's, Alter. Ey, mal ist der dein Kumpel, mal ist der dein Feind, Alter, egal wie der Wind wäre. Warum geht es doch gar nicht? Du bist eine scheiß Fackel im Wind, Alter. Du hast niemals für irgendwas gestanden, du hast niemals für irgendwas deine Eier hinhalten müssen, sondern du hast immer deine Eier in den Wind klatschen lassen, wie es dir gerade gefällt. Und du bist jetzt der Meinung, dass du irgendwas zu irgendwas eine Meinung haben darfst? Nein, dann musst du erst mal eine Sache durchziehen, wo du auch mal Verlust machen kannst, ohne, ohne den Rücken deiner Mutter. und dann darfst du, dann darfst du, dann darfst du mitreden. Bitte, Schäb, guck mal, ich tüße doch dein Herz, ich mag dich doch. schließlich weiß es im Grunde, einen guten Charakter hast, aber du bist ein Kelp, Alter, du bist, guck mal, immer auf dem Nacken deiner Mutter große Fresse haben, das zieht bei mir nicht. Du musst dir, guck mal, Respekt, 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 Respekt muss man sich verdienen, Alter, du musst du erst mal all in gehen, gehen wir all in, Junge. Weil ich anständig bin, weil ich mich anständig aufführe, Alter. Anständig, anständig, mal ist dein türkischer Freund, mal ist dein türkischer Freund, der beste Bruder, danach bist du wieder, boah, der Ausländerhasser, per se, wo bist du denn gerade, Junge, Null, hast du denn irgendwie eine gerade Linie, hast du nicht. Schalte mal deinen Grips an, Alter, das erwarte ich von dir. Christian, das erwarte ich. Ich hab gerade meinen Grips auf 100% gestellt, Junge. Schalte deinen Grips an, Raven. Ey, sucht euch ein Zimmer. Ganz kurz, alle die Fresse halten, Shape, alle, weißt du, dein Ding, dein Problem ist, alle, du, du beschwerst dich, bis zum Geht nicht mehr, sag, forderst aber, dass er bei mir wieder eine H.O. Finde mal dein verficktes Problem. Warum bist du jetzt aber immer wieder weggeschrieben? Also, du forderst doch, dass er selber reinkommt. Shape. Ich hab ihn wegen dir rausgeschmissen. Weil der dir die ganze Zeit, ey, schmeiß den raus, schmeiß den raus, Werner, mach das. Wie gerne, warum lässt du den Kerl zu? Wie gerne, warum lässt du den Kerl zu? Jetzt hab ich ihn rausgeschmissen, wegen dir, und du sagst selber, hol ihn wieder rein. Und was soll er? Hol doch alle wieder rein. Keine Fresse. Ne, wie geht's jetzt, Baby? Naja, bei dem Geheule wird eben ja schlecht hier. Guck mal, keiner heult. Guck mal, die Leute, die heulen, guck mal, Andi zum Beispiel haut ab, Alter. Warum stellt er sich nicht diesen Dialog, Alter? Haut ab. Keine Ahnung. Er haut Dinger über mich raus, ich versuche mit ihm, das Ding zu klären, er haut ab. Alter, was ist das, was ist das, was soll das? Wie gesagt, Alter, ich will doch nichts anderes, als, 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 warte mal, Werner, warte mal bitte, warte mal, ich will doch wirklich mal klären, was ist denn der Kern deines Problems? Wo ist der Kern? Ich darf, guck mal, das ist doch, das ist doch auch wieder Sitten, also, ich darf mich mit dem nicht unterhalten, mit dem darf ich, guck mal. Naja, der Kern ist ja immer in der Mitte. Meistens ist der Kern in der Mitte. Ja, genau, genau, eine Kern ist in der Mitte. Rabe, Rabe, das war die ganze Zeit. Aber ich entscheide doch für mich. Du weißt, das war der ganze Abend so, ich stimme natürlich dazu, was Cap Pfeiffer gemacht hat, mit, mit Shape, das finde ich auch nicht in Ordnung, aber trotzdem, ich verstehe mich einfach mit ihm, also lasst mich doch so einfach. Ich, ich sage da auch nicht irgendwie zu dir, Ente irgendwie so, du darfst mit dem und dem nicht. Und vor allem, der holt auch sich Leute rein, wo ich auch nicht mit konform bin, aber das ist doch, das ist doch, guck mal, das war doch von Anfang an Problem, dass da O drauf ist. Wenn, wenn du mit jemandem beef hast, wenn du mit jemandem, wenn du mit jemandem all in gehst, so, dann wundere dich, dann wundere dich doch nicht, wenn derjenige auch austeilt. So, wenn du aber, wenn du aber, deine eigenen Grenzen akzeptierst, ne, so, wenn du sagst, okay, guck mal, es gibt bestimmte Punkte, wo ich merke, da können Leute ekelhaft werden, dann, also, auf Internetbasis, ne, dann, dann sei doch so schlau und, 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 und sag, okay, pass mal auf, gewisse Grenzen überschreite ich nicht, weil, weil, weil ich da, weil ich da verlieren würde. So, und, aber, aber, aber diese Hybris von Schäpi, boah, ich fick euch alle. Es ist doch nichts Neues. Also, Ente ist für die abgehauen, Paolo ist für mir abgehauen, äh, es ist doch nichts Neues. Ja, aber weißt du, aber, aber es ist doch das, ich weiß doch, wo meine Grenzen sind. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab einfach nicht diese Internet-Community, die für mich, die für mich, die für mich alles ausfindig macht, die für mich alles regelt. Ich hab die einfach nicht, ich hab, ich hab, ich hab gewisse Sympathien zu Leuten und, 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 und kein Mensch dieser Welt kann, kann mir die absprechen. Und wenn jemand sagt, du darfst mit dem nicht mehr kommunizieren und mit dem nicht mehr kommunizieren, fick dich, fick dich. Ey, das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Ganz einfach. Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, Cap cool klarkomme und, und jemand verbietet mir, mit Cap zu reden, ey, ey, dann soll er sich verpissen. Das ist mein Ding. Rabe, weißt du, vor allem, wenn ich dann Leute habe, weißt du, ich hasse den, ich hasse den und die, die fordern dann noch von mir sogar, ich soll den noch mal reinholen. Und das ist dieser Hashtag Shape hier mit, hier mit Cap5. Ich denke, du weißt du, der hat das abgeschlossen. Niemals wieder. weißt du. Der sagt noch, hol den wieder rein. Ich hab ihn so rausgeschmissen. Der meinte noch, hol den wieder rein. Ich meine, das ist ja immer geil, aber was soll das? Dann soll er jetzt aber nicht mehr rumjallern und rumheulen. Bei Andi ist folgendes Problem. Bei Andi ist folgendes Problem. Seit wir uns das erste Mal getroffen haben, seit wir uns das erste Mal getroffen haben, ich hab, ich hab den Kerl lieben gelernt, ich hab den wirklich lieben gelernt. Ich sag's ja so, wie es ist, ne? Er ist, er ist, er ist, er ist wirklich ein herzenses Mensch. Und ich, ich liebe Andi. Ne? Ich sag nicht umsonst, ich liebe Andi. Ich hab seit dem Tag, wo Albo noch dabei war, ich hab nie wieder, nie wieder ekelhaft über Andi gesprochen. Und wenn irgendjemand Andi angegriffen hat, ich hab gesagt, ey, lass den Boy doch in Ruhe, bitte, bitte. Aber er, ey, ich bin, ich bin schon lange nicht mehr da, ich bin schon lange nicht mehr da, ich bin hier gar nicht mehr da, und bekomm, und bekomm auf Telegram ein Sample zugespielt, also so, so ein Ausschnitt, wo er sagt, ich bin die Hure von Cap5. Alter. Ja, das war das, du, du weißt doch gar, du weißt doch gar nicht, du weißt doch, aber, aber Ravy, 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 weißt du, ich hör die ganze Zeit nichts, weil ich im Blasen, dann hör ich auf einmal, mach ich irgendwas rein, dasselbe, weißt du, ich hör dann auf einmal, aber, aber nochmal, also jetzt, jetzt pass auf, mal kurz feststellen, weil ich hier so ein Unboxing-Video gemacht hab, weil Cap5 mir einfach fucking so ein Bier geschickt hat. Ja, aber Werner, keiner von euch weiß, keiner von euch weiß, wer Cap5 wirklich ist, keiner von euch, ich weiß auch nicht, auf dem, nein, warte mal, keiner, guck mal, ich hab mit Cap5, ich heb die Hand, ich heb die Hand, Cap5 war bei mir, ich hab mit ihm geredet, er kam, ich will darüber nicht weiter reden, aber er kam in einer brenzlenden Situation, er kam in einer brenzlenden Situation, war er bei mir, und, und was er da gemacht hat, ich will das nicht, guck mal, ich will darüber nicht reden, aber ich sag, ich sag nur, dass ihr immer nur eine Seite sehen wollt, aber die andere Seite kennt ihr gar nicht. Moment, und deshalb, und deshalb werde ich aufhören, oder, oder, oder hab ich auch gar nicht angefangen, irgendwie was, irgendwas zu beurteilen. Aber Raven, 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 was auch wenige Menschen wissen ist, wenn du in Berlin ein Taxi reingehst, und der Fahrer fragt dich, wo geht hin, dann sagst du, dann sagst du, scheißegal, ich werde überall gebraucht. Guck mal, ich fahre sowieso nur noch Uber, weißt du, das ist das andere Game. Ich hab ja diese Uber, dieses, ne, aber guck mal, wir können das abkürzen, wenn ich, wenn ich denke, wenn ich, also, ich spreche jetzt auch mal für Cap, und ich spreche jetzt auch mal für dich, und Cap verpackt das immer noch, noch charmanter, als ich es jemals wollen könnte, wenn ich das jetzt überhaupt empfinden würde. aber die wenigsten wissen, aber, Paolo, Paolo, ähm, sorry, dass ich, aber die Leute wissen noch, die Leute wissen noch gar nicht, wenn Cap, die Leute wissen noch gar nicht, wer Cap 5 ist, die Leute, die Leute stecken in einer Ecke, als ich gedacht, Werner, warte mal, bitte, 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 die Leute wissen, guck mal, ich hab, ich hab Cap anders kennengelernt, als, als, guck mal, ich hab Cap anders kennengelernt, genauso wie Paolo, als die Leute, die Leute framen immer gerne, die Leute machen immer gerne, äh, Culture Nightmare, Story, die Leute cancel, machen immer cancel, Culture Nightmare, dabei bin ich Transgender, guck mal, Cap hat sich, wer sind denn diese Leute, wer sind denn diese Leute, sind es doch egal, Paolo, Paolo, René, Hauptsache, wir fressen kein, kein Cluten, ey, ich kann nur eins sagen, ey, Cluten, ich kann nur eins sagen, ich hab Paolo gut drauf, wir hatten, wir hatten, wir hatten, wir hatten Spaß, unseres Lebens, ey, ich liebe Paolo, ich liebe Paolo, guck mal, er ist ein geiler Typ, 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 lass doch eben ausgehen, lass doch eben ausgehen, Raven, was wir ist, sind Menschen, die sich treffen, ohne dass wir die einfach nur virtuell, ähm, ficken wollen, und vor allen Dingen, dabei keine Katze verlieren, wenn das deine Frage beantwortet. Katze, Katze verlieren, du weißt, ich liebe Päppi, Katze, 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 ey, du weißt, ich werde ekelhaft, wenn jemand meine Katze anpisst, ich werde ekelhaft, ich kann ekelhaft dabei werden. Ich warte ja noch auf den zweiten Billigstricker, aber dann kommt nichts mehr, oder? Ja, ist ja gut. Ja, aber René, ich beurteile, ich würde raus, aber René, das ist genauso wie bei uns, das ist genauso wie bei uns, wenn wir uns treffen, René, also ich meine, ich meine jetzt ganz ehrlich, wir haben hier Ehrenmänner, Werner, der zieht sein Ding durch, und hat vor allen Dingen Werner, jetzt unabhängig davon, ich weiß, kann es mich jetzt noch mal hören, du hast einen Hurensohn, hast du mal gezeigt, was richtig Hurensohn ist, nämlich mit dem Handy im Knast, wir haben einen Raven hier, der auch ein Ehrenmann ist, nicht nur, weil er da, ja, der Raven schon wieder besoffen macht, Musikshow, nee, guck mal, ich weiß gar nicht, was er auch für seine Familie macht, so, alle Fresse halten. Nein, ich war auch bei Barberfest, ich habe Dinge gemacht, ich habe Dinge gemacht, in der Vergangenheit, die zwielichtig waren, für die man mich verachten kann, aber, aber eins kann man mir nicht nehmen, nein, warte mal, eins kann man mir nicht nehmen, dass ich mich irgendeiner Begegnung oder Konfrontation gescheut habe, ich bin mit offenen Herzen, mit liebevollen Herzen, habe ich Dinge durchgezogen, so, nein, warte mal, warte mal, warte mal, Ich habe auch sehr viel für die Community getan, ich habe auch sehr viel für die Community getan, nee, pass auf, Jan, als wir da waren, ich habe für das Come Together, ich war sozusagen der John Lennon, der HO-Szene, du warst der John Lennon, also, ich tue mich auch schwer, wenn ich mir vorstelle, dass ich im Haus wohne, wo auch so eine Psychotherapie ist, die auf meinen Namen passt, aber das ist eine andere Geschichte, am Ende des Tages, guck mal, hier sitzen lauter Leute, die irgendwie schon lange da waren, dann kommen Leute hinzu, die gar nicht lange da waren, keine Ahnung, ist ja auch egal, auf jeden Fall sitzen hier bis auf, wir sind fünf Leute, ich ziehe mich jetzt mal raus, bei Ehrenleute eine Schweiz und ich habe keine Ahnung. Jeder, jeder Schwanz weiß, mittlerweile weiß jeder, guck mal, die meisten wissen, es gebe kein Barberfest ohne Andrew Eckstein und mich, wir haben das Ding ins Lauf gebracht. Und er erinnerte dich auch noch, er erinnerte dich noch als als Nitsch. Guck mal, ich nehme die volle Schuld auf mich, ich nehme die volle Schuld auf mich. Ich habe mit Andrew das Barberfest, ich habe mit Andrew, Andrew Eckstein, ich liebe, ich liebe auch Andrew Eckstein, obwohl er mich nicht mehr liebt. Aber wir haben die Plakate aufgehangen, wir haben das Ding erstmal ins Lauf gebracht. Nein, warte, ich frage mich halt, gewisse Leute, die gegen Cap 5 sind, die denn, aber ihnen fordern, ihnen reinzukommen, dass sie da drin sind, obwohl sie... Jetzt mal eine andere Frage, jetzt mal eine andere Frage, was ist denn so verkehrt, was ist denn so verkehrt an einem Menschen, der einen Menschen kritisiert, der in einem Erwachsenenalter eine Nicht-Erwachsene sich zunutze gemacht hat? Jetzt unabhängig davon, ich will gar keine Terminen hier irgendwie benutzen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist an einem Mensch falsch, der das kritisiert? Was ist an einem Mensch falsch? Sag mal die Nummer an. Warte, warte, stopp, stopp, Werner. Ich glaube, es geht, Paolo, es geht immer um Komplexe, es geht immer um Komplexe. Nee, die Nummer an sich war es Komplexe. Ich glaube, auch bei Cap 5 geht es darum, dass ganz viele Leute Komplexe haben, weil er intellektuell einfach ein bisschen drüber schwebt. Ich habe auch Komplexe. Jeder von uns hat eine Delle in der Rüstung. Ja, aber es gibt Leute... Werner, jeder von uns hat... Gut, René, pass auf, ich habe auch Komplexe. Der Goldplan unter der Rüstung. Ich habe auch Komplexe. Guck mal, ich habe diese Bauchkomplexe. Ich arbeite gerade daran. Ich mache hier diese Sit-Ups. Ich mache hier diese Training. Aber, guck mal, aber intellektuell auch... Aber hier geht es ja nicht um körperliche, physische. Hier geht es ja darum, intellektuell... Und Cap 5 ist ja intellektuell... Guck mal, heute in Deutschland ist es einfach. Ab 25 Euro kannst du eine GmbH machen, dann gehst du als Intellektueller. Weißt du warum? Weil du Unternehmer bist. Früher war es 50,000. Ich bin gerade im Freikauf mit all der Dummheit. Früher, GmbH war 50,000 Euro. Vorher nicht. Deutscher Mark. Nee, 50,000 Euro. Also zu meiner Zeit... Guck mal, ich hätte ja auch ganz hart überlegt, ob ich Kredit aufnehme. 50.000 Euro in der GmbH, wo ich so dachte, ey, Alter, das ist mir alles scheißegal. Aber ich habe auch GbR gemacht, also Gesellschaft, Bürgerlichen Rechts. Ich habe GbR gemacht. GbR ist doch immer Bier holen. Ah! Ich bin mit GbR... Aber da kann doch bitte kein Schäfig kommen. Aber jetzt kommen wir zu dem nächsten Kapitel. Hörst du mal den Paolo reden? Nee, warte mal, René. Nee, warte mal, René. Warte, warte, warte. Ich warte nicht. Also, ich möchte auch ganz gut sagen, wenn der René... Aber wenn ich sechs Jahre lang mit einer GbR durchgehalten habe und da kommt mir irgendein Schwanz daher und sagt, ey, guck mal, guck mal, Christian, also Schäfig meine ich jetzt, äh, blablabla, denke ich, ey Schäfig, wann hast du in deinem Scheißleben auf eigenen Eiern irgendwas riskiert? Irgendwie machen wir irgendwas drauf gebaut? Der war ein Atomkraftwerk. Alter, du kannst doch gar nicht mitreden. Du kannst doch gar nicht mitreden. Also, ich persönlich halte ja immer meine Fresse, weil ich habe ja eh kein Geld und ich bin Sozialversager und jedes Mal, wenn ich auch mit euch jetzt gerade wieder kommuniziere... Danke für die letzte CBD-Lieferung. Ich küsse doch dein Herz. Bitte. So, besorg dir mal mittlerweile irgendwie vielleicht auch ein Rezept. Vielleicht kann ich den auch nochmal... Guck mal, wir halten uns bedeckt. Paolo, wir halten uns bedeckt. Aber ey, guck mal, guck mal, ich kenne nur Leute, die das machen können. Ich selbst mache so eine Scheiße nicht. Paolo, Paolo, Haare wurden sich in London gemacht. Und Schäfig hat auch was getan, was kein anderer Mann jemals mit so einer Ex-Freunde gemacht hat. Ich liebe Schäfig, ich liebe doch Schäfig, ich liebe Schäfig, ich liebe Schäfig. Aber Schäfig soll doch nicht so tun, als wenn er der Baller ist und am Ende ist er der Kelp, Alter. Ey, wenn du nichts wagst, guck mal, wenn Männer immer nur ballen, immer nur ballen auf der Basis von den Eltern und am einen Tag sagen, guck mal, mein Kumpel, mein türkischer Kumpel ist mein bester Freund. Guck mal, best... Ne? So, bestes Koks, beste kolumbianische Paste. Ey, 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 Vorsicht, wir haben recht radikale Antworten. Ja, aber am nächsten Tag sagen, oh, ich wurde abgezogen. Ey, wie ernst soll ich so einen Mann nehmen? Guck mal, ganz ehrlich, frag mich mal bitte, wie ernst soll ich so einen Mann nehmen? Wie wichtig ist der dir eigentlich auf einer Skala von 1 bis 10? Ich habe ihn lieb, René, ich habe ihn lieb, ich habe ihn lieb, weil er... Aber trotzdem ist er ein lieber Kerl. Ich habe ihn lieb, weil er einen guten Kern hat. Weil ich glaube, dass er... War wieder eine Antwort auf eine Frage, die nicht gestellt wurde. Okay. Ne, ich habe sie doch beantwortet, weil ich glaube, dass... Ich glaube, dass Schäfig einfach ein lieber Kerl ist. Und vor dem kann er... Von dem kannst du das letzte Hemd kriegen. Das ist er. Aber nur so eine Großmordlichkeit. Das ist auch so. Ja, aber nochmal, auch Schäfig muss man verstehen. Jetzt ganz ehrlich, du bist immer ein Produkt deiner Umwelt. So, und ich glaube, die große Frage ist, wenn ich mich auch mit Leuten aus meinem Bekanntenkreis, die wieder Bekannte haben, die irgendwelche Menschen kennen, die Geld haben, unterhalte, ist das größte Problem, dass diese Menschen halt die Angst haben, dass es Toschi-Kids werden. So, die erleben ein Umfeld, das ist stabil, da kommt immer mehr und das hört auch nicht auf. Und irgendwann erleben diese Menschen halt für sich das als Normalität und als Status. Und Status muss sie ja erarbeiten, das kennt René auch. Und von daher denke ich mir einfach, ich glaube auch, dass selbst ein Shape, ein guter Kerl steckt, aber ich glaube, es braucht halt einen Nussknacker wie ein Cap, damit er überhaupt erkennt, was in ihm steckt. Ja, aber natürlich, das Ding, was dort getan worden ist, das müsste nicht sein, da führe mich auch dazu, aber gut, aber er fordert... Wichtig ist noch eins, warte mal Werner, wichtig ist noch eins, wichtig ist noch eins, was Olo gerade angesprochen hat, ist ja diese eine Sache, diese eine Sache ist, das, was du mit deinen eigenen Eiern aufgebaut hast, ob du dann All-In gegangen bist und ob du Verlust gegangen bist, ich hatte auch eine Insolvenz hinter mir, aber alles, was ich jetzt habe, habe ich mir auch selbst erarbeitet. Und ich will nicht reden, warum, wieso, weshalb und wie. Aber ich bin stolz auf das, was ich habe und ich brauche dafür keine... Nein, warte mal, ich brauche dafür keine Mama oder ich brauche dafür kein... Das ist mein eigener Ehrgeiz, mein eigener Ehrgeiz, weil ich nicht, weil ich nicht so leben will... Ich will jetzt nicht den Ron Belicki rauslassen, weil ich nicht so leben will wie andere. So. Ich habe einen gewissen Anspruch. So. Aber es kommt immer darauf an, wie viel Ehrgeiz du da reinsteckst, um deinen... einen gewissen Lebensstil zu haben, wo du dich einigermaßen wohlfühlst. Weißt du, es geht hier gar nicht um AMG, es geht hier auch gar nicht um Diamonds oder Frozen oder irgendwelche Uhren oder so. Das ist doch scheißegal, Mann, ey. Kohle, Kohle... Ja, ja, das ist scheißegal. Wenn Kohle... Wenn Kohle dich als Mensch auszeichnet... Na, dann bist du eh alt. Dann bist du eh alt. Das Geld trittert dich auszeichnet. Jetzt ganz ehrlich, guck mal, da habe ich Respekt vor dem René. So, der geht arbeiten, der macht was, der hat eine GmbH. Ich freue mich für den. Jetzt ganz ehrlich. So, weißt du warum? Der kann hier sein, wie der will. Ist auch okay. Und das, was er sagt, hat vielleicht hier und da Bestand. Aber am Ende des Tages macht der was. Natürlich. So, und dafür, guck mal, unabhängig davon, was ich von dem Menschen halte, muss ich Respekt haben vor der Handlung. Und bei Shape ist halt das Problem, dass der ja nicht doof ist. Also, wir haben ja nicht alle das Gefühl, dass der irgendwie Mann auf einer Pooltreppe ausgerutscht ist. So, das einzige Problem, was dieser Mensch hat, sind zwei verschiedene, ich sag mal, Andockpunkte. Der erste Punkt ist, eine wirklich wirtschaftliche Realität. Der zweite Punkt ist, eine soziale Realität. So, weil, guck mal, der müsste Kepp auch gar nicht mit irgendwelchen Kanackentroh und so. Ne? Dann sagst du, Was ist denn so albern, Alter? Pass auf, kommt Tempelhofer Feld und ich hau dir die Fresse breit. Ich bleib zwei Wochen in Berlin, weil ich hab das Geld. Guck mal, meine Mutter hat das Geld. Die Füge sind so, ich muss mich noch nicht mal bewegen, ich warte hier. Ich gucke mich nicht, was ihr macht. Ich hab albern. Genau. So, aber am Ende des Tages, und das kritisiert halt Kepp. Und ich find gar nicht, dass es schlimm ist, was Kepp macht, sondern der kitzelt hier vielleicht auch eine gewisse Motivation raus. Eine Motivation, die René entwickelt hat. durch Stadtgefunden hat, das find ich schon ein bisschen so mutig, aber er kann ja nicht aufhören. Also wie gesagt, das ist ja das Ding, anstatt jetzt wirklich mal, sagen wir mal, Schäden mal die Fresse halten würde, der sagt ja, hol diesen Kerl sogar noch weiter in den H.U. rein. Was, was, guck mal jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt, jetzt, ich trau um René ein bisschen, was du, ich weiß, der steht, hat auch im letzten im Block gestanden, guck mal, ich weiß ganz viel auch René und ich weiß auch, René, René, René hat, aber am Ende des Tages, am Ende des Tages weiß ich nicht, wenn der Dude einen Hass auf dich schiebt und weiß, wo du bist, dann kommt der und macht auch den Hass für den Dittlund. Und bei Schäden ist das halt so, der muss halt drei, vier magersüchtige, bärtige Kanacken vor die Kamera ziehen und denkt, das wäre hart. Aber Paolo, lass das doch sagen, wen nimmst du, äh, das ist das, äh, ich komme halt auch nicht drauf. Aber Paolo, da kommen wir doch wieder, da kommen wir doch zu dem Kern dieser, Kern dieser Sache, wen nimmst du ernst, warte mal, wen nimmst du ernst, äh, äh, ich nehme einen René ernster als ein Schäfig. Ich will, ich will euch mal ein Geheimnis verraten. Ja, warte mal, ich will euch mal ein Geheimnis verraten. Ja, schon wieder, ich fahre die ganze Zeit, das ist so ein Scheißdreck. Ja, nee, ich brenne auf deine Antwort, aber ich nehme einen René ernster als ein Schäfig, weil René, äh, irgendwie doch am Ende des Tages ein Macher ist, so, und Schäf rollt immer nur auf irgendwelche anderen, auf irgendwelche anderen Eier. Und das kann ich einfach nicht. Wir haben ja wirklich was gemacht. Aber, aber auf der anderen Seite habe ich Schäfig auch, aber ich habe Schäfig auf der anderen Seite auch wieder lieb, weißt du? Rabe, 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 hör doch mal. Guck mal, vor allen Dingen, René, wenn er auch hier, keine Ahnung, ich bin ein Arschloch, wir sind alle Arschlöcher bei ihm, aber er macht irgendwas und der hat, guck mal, ist doch bloß eine Deklinationsfrage. Ich liebe die Katze da mal wieder zu, ich liebe halt den Pluralen, mein Gott. Ja, halt Maul, ey, komm, lass dir ja auch mal ein bisschen für sprechen. Lass mal diesen Pluralen, Kelp, Alter. Mach mal nicht auch intelligent, Alter. Lass mal bitte, René, bitte. Wieso? Ja, René, jetzt mach mal. Ich muss mich da verstellen, also die Sache ist die, ich würde eigentlich abnehmen, ich nehme aber nicht ab, also ich nehme schon ab, aber ich nehme eigentlich wieder zu, weil das, was ich abnehme, nehme ich an Muskelmasse wieder zu und bin jetzt zwei Kilo schwerer wie vorher. Ich hätte mich jetzt eher gefreut, wenn du in andere Richtungen anstreniert hättest und sich dann ein bisschen Lücken schließen, aber das ist dein Ding, René. Aber ich habe das auch... Ich habe dich akustisch nicht verstanden, in welcher andere Richtung. Ja, ist ja auch egal, René. Pass auf, jetzt... Habe ich nicht verstanden, jetzt akustisch. Das, was du gesagt hast, habe ich mir gerade zu Herzen genommen, seit Januar. Jetzt musst du sehen, da stehst du auf einmal irgendwo im Osten am Weihnachtsmarkt, schenkst dem Security noch 50 Euro und sagst dem Danke, du hast... Nimm mich doch mit, Alter, ich mache... Warte, warte, warte. Warte mal, warte mal kurz. Das Foto anfangs auf, René. Jetzt hör zu. Was hast du dir zu Herzen genommen, ey? Jetzt hör zu, bis zum Ende, solange kannst du warten, du wartest dein ganzes Leben lang. Ja. Ja, 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 klar. Dann guckst du dir das Foto an, guckst dir das Foto an und denkst du so, boah, Mann, du bist doch ein bisschen breiter als die Zahnlücke von anderen Menschen. Dann denkst du so, lass mal was anderes machen. Dann nimmst du auf einmal 18 Kilo ab, gehst du wieder trainieren und schießt das Ananas. Aber ey, guck mal, wir wollen uns gar nicht miteinander unterhalten, weil ich weiß, du bist ein Hurensohn, du denkst von mir, ich bin ein Hurensohn und das passt doch. Und ich habe trotzdem noch nette Worte... Ich habe immer noch nette Worte für dich gefunden, Cloutenboy. Aber es ist interessant, was du so erzählst, weil ich habe über dich überhaupt nicht nachgedacht. Seit wann bist du wieder... Keine Ahnung. Seit heute. Seit heute bist du wieder zurück. Also bis heute... In Freiheit unter Bewährung bin ich jetzt... Wann bin ich denn rausgekommen? Wann war das? Ich habe dich rausgekommen. Du warst im Knast. Keine Ahnung. Du warst im Barcelona im Knast. Ich habe dich rausgeholt. Du bist jetzt seit zwei Jahren wieder frei. Ja, also macht dir Weihnachten und Fasching an dem Tag. Also ihr wollt mir jetzt erzählen. Also Paolo, du wirst mir jetzt erzählen und der auch da. Du warst in Barcelona im Knast. Wir waren in Barcelona im Knast. Ich habe ihn rausge... Also jetzt aber nicht hier. Aber nicht. Ich habe ihn abgeholt, als er frühzeitig... Der Dauni-Knast ist ja eigentlich auch... Nicht der Dauni. Ich habe gesagt, du verstehst das nie, weil er die ganze Zeit labert. Ich meine den Gaudi-Knasten mit Gebi Gustaf. Ja, wie ein guter Führer. Ja, Barcelona, Barcelona, Gaudi. Do you know what I mean? Aber das kannst du akustisch nicht verstehen. Damals aus dem Bayerischen Wald habe ich dir schon gesagt, dass ich denke, dass du halt ein Mittelstandsjunge bist. Deshalb kennst du auch Gaudi. Ich habe Paolo damals gesagt, weil das ja so ein Mittelstand ist. Wenn wir heute in die Pufi gehen und sagen, ey, sag mal, was ist eigentlich Gaudi? Dann werden uns wahrscheinlich zehn von zehn Menschen sagen, Spaß. Ja. Ja. Ja, was sollst du das? Ich weiß. Wir haben mit Geheimdiensten, wir haben mit Geheimdiensten, wir haben Haare wohl in London gemacht. Nee, aber jetzt mal fressen. Stimmt das? Warte mal, unsere Sackhaare wurden gelasert im Ohr. Pass auf, pass auf, Raven, pass auf. Sackhaare wurden sich weggelasert im Ohr. Jetzt kommt flüte Fuß front. Jetzt komm, schieß los, René. Ich beantworte die Frage auch ehrlich. Ich schwöre. Ich schwöre. Du kannst das schon, aber ich höre es ja nicht falsch. Ich störe einfach eins. Nein, René, ey, das Ding ist, dass ich Paolo nicht. Die ganze Zeit, René, guck mal, ich küste doch dein Herz. René, ich küste doch dein Herz. Jetzt komm, lass dir noch Fragen. Also guck mal, da sind so viele Sachen, so süße Sachen unterwegs, von denen ich denke, im Hintergrund, Paolo war immer der Baller. Paolo hat immer gut geschaffte, auch in Sachen Krypto, in Sachen Krypto. Er war immer der Baller. Er wusste immer, wie man Geld verdient. Alter, wer macht Krypto? Das wäre genauso, als wenn der René Aktien handeln würde. Das wäre auch komplett... Ja, aber Paolo, guck mal, wir müssen auch mal ein paar Sachen ehrlich sein. Guck mal, du hast dein Business straight durchgezogen. Nee, ich bin Hartz-IV-Empfänger. Es gab unangenehme Zeiten. Ja. Du bist wieder rausgekommen. Wir haben danach keine Verluste gehabt. Also du hast keine Verluste gehabt. Ich habe dich unterstützt. Ich habe gewonnen. Es gab keine Zeit, wo wir nicht in Kontakt gestanden haben. Pass auf, witzige Geschichte. Witzige Geschichte. Pass auf. Witzige Geschichte, bevor der René einen raushaut. Pass auf. Wenn man sich schon, also wenn man sich antroden lassen muss, wenn jemand der La Paloma, einfach mit geschlossenem Mund durch die Zahnlücke pfeifen kann intern, dann will man einen raushauen. Und dann kann der Nächste kann dann kommen und kann so versuchen, die ans Bein zu pissen. Ich erzähle dir eine Geschichte, Raven. Du weißt das ja, du kennst das ja auch, die Videos von dir. Ja, ich kenne die drei Twitcher, die in der Platin-Casino, wo wir 20 Prozent abgasiert haben bei den Twitchern, die bei Platin-Casino da einfach gesplottet haben. Aber ist das das, was wir jetzt hier live erzählen wollen? Paolo, ich glaube, du solltest uns bedeckt halten. Erzähl die Geschichte, ich erzähl die Geschichte, weil die... Nein, bitte, bitte. Ich glaube, pass auf, hör mir zu. Lass uns nicht darüber reden. Klar, bitte. Ich möchte gerne wissen, wie so ein Eierkopf, wie der René reagiert. wir dürfen nicht reden. Wir dürfen nicht reden. Wir dürfen nicht reden. Wir lassen über 100.000 Pflanzen outdoor in irgendeinem europäischen Land stehen. Paolo, übertreibt jetzt nicht die Szene. Bitte, bitte, bitte. Ich kann das dokumentieren. Jetzt kommst du gleich mit deiner Lösungsgeschichte. Damit wir wissen, wer mit wem spricht. Dann werd mal fertig. Ja, werd fertig. Pass auf, Ende der Geschichte ist, dass man in das Feld falsche Samen eingesetzt hat und ich habe auf 50 Tonnen scharfen Material gesessen. Ach du Scheiße. In diesem europäischen Land. Und jetzt kommst du und versuchst mir ans Bein zu pissen. Bitte deine Bühne. Das geht nicht. Man kann ein paar Lüge hinfüllen. So, jetzt komm, komm, komm. Jetzt komm. Ich war bei ihm ich war bei ihm in Mabea. Ich war bei ihm in Mabea. Wann war das? Wann war das? Ist doch egal. Ist doch egal. Okay, müssen wir den Leuten nicht erzählen. Ich sag dir, ey, wenn ihr solche Finke hast, mit so geilem Pool, und ich bin ihm ein Typ auf den Sack gegangen. Paulus hat mir gesagt, Raven, Alter, ich war dann auch wieder, ich war da abends auch wieder so auf Highpoint, halt cool, der hat gesagt, hey, Raven, Alter, du bist... Jetzt nageln wir, dein Ego nageln wir ans Kreuz. Pass auf, ich mach dir, ich mach dir ein Deal. Ja, in deinem Traum. Hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu, dann kannst du endlich mal die Hand hinschacken, wo deine Fresse ist. So, ich mach dir ein Deal. Ich beleg dir das mit Dokumenten von der jeweiligen Polizei, ich beleg dir das mit den Dokumenten von der jeweiligen Polizei, und wir spenden dein halbes Aktienportfolio für eine Sache, die dieser Chat hier entscheiden kann, oder der nächste Chat. Wie, was willst du... Ey, Joe, Joe, ey, Joe ist ein Chat. Das war's ja selber gerade gesagt, ich hab keine Aktien, jetzt bist du die Hälfte, da muss ich spenden. Warte mal bitte. Warum kommt Joe, mein Bruder, ey, Joe, ich bin ein Reinharder. Ich bin ein Reinharder. Und jetzt hab ich dir... Mir ist das doch egal, Alter. Verstehst du das? Mir ist das komplett... Mein kroatischer Bruder. Komm rein, Alter. Joe, komm rein, Alter. Du kannst du wirklich Fresse haben, du Hurensohn. Ey, du Hurensohn. Hey, doch bitte nicht so ekelhaft miteinander. Jetzt ganz ehrlich... Ich lese gerade, Joe, Alter, Joe, ey, ich liebe Joe. Ich liebe Joe. Joe, komm rein. Joe, ich hab dich vermisst, Alter. Ich hab Joe, aber ich will ein bisschen mit Joe. Aktienportfolio... Kann Joe bitte reinkommen, ich liebe Joe, ich liebe Joe, ich liebe Joe, ich liebe Joe. Also man versteht euch schlecht, ihr redet gleichzeitig, bloß mal so als Hinweis. Ich liebe Joe, Alter, kann Joe mal bitte reinkommen, ich liebe den Boy, Alter. Ich liebe den Boy. Dein halbes Aktienportfolio gegen meine Geschichte, ich hab doch gar kein Aktienportfolio. Ja, natürlich hast du das, ich weiß, ich... Nein. Komm, ist ja gut. Und das stimmt auch, ich hab... Paolo, Paolo, hör auf. Paolo, hör auf. Jetzt willst du das Spenden, was ich sage. Ja, ich weiß, was du... Ey, Paolo, wenn wir unsere Fotos droppen würden, würden einige Leute denken, Alter, hier ist wirklich sowas. Kennst du diese Sister? Da will einen am Bein pissen, dann baust du einen Baum auf und sagst so, guck mal, kannst du... Paolo, Paolo, Baby, kennst du diese Sister? That's life, ne? Was soll ich dazu sagen? Kommen drüber hinweg. Das ist ein Schausspruch. Kommen einfach drüber hinweg. Guck mal, ich hätte... Nee, blepp anspannen. Das, was ich da hier entspannt ist, bitte, 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 bitte. Ich bitte nicht. Paolo, kennst du diese Sister, Sister, Sister Sienza, vor allem Sister Sienza, ist total lustig. Die spinnt ja so irgendwelche Storys, aber wenn ich unsere Fotos sehen würde, im Pool, die ist das, Alter, ey, die würde wirklich denken, Alter, hier ist ein Konglomerat an Asozialität und an Zuhälterei und Zogenhandel, Alter, die würde, ey, wenn wir das explodieren, wieso waren wir hier zusammen in einem Pool? Das musst du jetzt gut lernen. Weil wir uns seit Jahren kennen und weil wir uns seit Jahren lieben, lieben. Wir lieben auch an Andi, und wir lieben auch an Andi und den Knöpfei, Alter. Ich finde das einfach nur so störend. Was ist denn daran störend? Wenn dich zehnmal zum Täter tun, das ist homophob berührend. Meine Meinung ist, es hat ja nichts mit Homophobie zu tun. Es ist einfach nur so störend. Es hat das mit Homophobie zu tun. Bei dir ja, dein Vorstellungswahnsinn schon. Wenn es die Kai zulässt und die Arbeit zulässt, stehst du gerne in Dresden im Block und jetzt beschwerst du dich über einen Pool, wo man eventuell auf 20 Quadratmeter entfernt steht und machst du homophob nur an. Das passt mir nicht. Homophob? Ich habe keine Angst zu Homos. Damit kannst du ins Finger gehen, aber nicht zu mir kommen. Geh weg. René hat keine Angst vor Schwulen, bei Oli. Nein. Ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste. Herr Favorit, Signore. Du warst in Italien. Es ist mir komplett Latte. Es ist mir komplett Latte, was du hast. Ich kriege doch gar keine Latte mehr. Aber Roberto, Roberto, Ronny, Ronny, warum ist jeder erfolgreiche Mann für dich ein Dorn im Auge? Welcher erfolgreiche Mann? Sind das komplexe? Ich sehe nur dich. René, du musst doch niemanden mehr was verweisen. Ich finde das die Frage wiederholen. René, du musst doch eine coole... Alter, mal die Fresse, René. Du musst doch eine coole wiederholen. Nein, René, du bist doch eine coole... Warum musst du jeden Mann vollkommen? Ich habe das nicht richtig verstanden. Ich habe alles richtig verstanden. Aber warum musst du jeden Mann vollkommen? Habe ich dich gefrontet? Ja, mich hat sich gefrontet. Aber ich gebe dir auch keine Angriffsfläche, weil ich sage, aber ich mache jetzt nicht den Müll. Aber ich gebe dir doch keine Props. René, ich gebe dir doch keine Props. Aber wir machen eher Transparenz. Nee, ich gebe dir doch keine Props. Ich gebe dir doch keine Props. Das ist auch nicht nichts, sondern nichts. Da ist kein Übel. Unfassbar, unfassbar hier, du. Ich gebe dir doch deine Props. Nee, ich gebe dir deine Props. Ich gebe dir deine Props. Geht mich komplett an. Nee, haben wir ein Problem? Haben wir ein Problem? Sag mir. Ich habe eigentlich kein Problem. Haben wir bei dem Problem? Haben wir nicht, oder? Nö, ich habe mit niemandem hier ein Problem. Ja doch, du hast ziemlich viele Probleme. warst nicht. Komm, René, komm, wir haben auch unsere Probleme gehabt, aber ich habe natürlich kein Problem, Alter. Ich gebe dir deine Props. Das sage ich doch, wir haben kein Problem miteinander. Das ist doch gut. Nochmal, René, ich habe kein Problem mit dir, ehrlich nicht. Ich finde, also ich glaube ja, ich habe dir das schon mal gesagt. Ich finde den auch lustig, ich finde den auch lustig, Alter. Ich finde den, äh, muss du bei den Themen, Alter. 2019, 2020 muss das gewesen sein, in einem Stream, da habe ich dir gesagt, guck mal, ich schätze dich, du bist intelligent, ich denke, du kommst aus dem Mittelstand. Das waren so Gespräche, die wir geführt haben, damals noch bei Ente auf dem Kanal, falls du dich erinnern, Also, jetzt geht das nicht mehr. Ja, ich weiß es nicht mehr, aber ich kann das sehr genau so sagen. Doch, ich weiß es noch. Ich liebe aber Ente, ich liebe aber Ente. Aber es war schon interessant. Ja, es war interessant. Der interessante Punkt war eigentlich der Punkt 2018, als du und andere geglaubt hatten, sie haben jetzt einen neuen, wie heißt der, dieser komische Frieden. Isidore ist gar nicht so langweilig, Isidore, Isidore, Isidore auf, Isidore auf, Isidore, Isidore macht Fittna, Isidore macht Fittna, er sagt, das ist langweilig, Er will beheben. Nein, das ist doch Schwachsinn, René, lass uns doch bitte bei den Koffeln bleiben. Isidore ist kein Schwachsinn, das ist doch passiert. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, das kommt ja nicht von mir. ein Fleck aufzubauen, der nicht funktioniert. Grüß Alexander. Ach, ach so siehst du das. Okay, na gut, dann lass es weg. Mir ist das nicht wichtig. Ah, klar. Mir ist das nicht wichtig, dann lass es weg. Ich will dich gar nicht hören, weil es passt halt einfach mit deinen Ratschen. Was will ich nicht hören? Du willst es nicht hören. Ich habe dir damals gesagt, was ich von dir denke, dann bist du und wir haben uns gemeinsam. Das hast du doch gerade eben gesagt, ich habe das nicht vergessen, ich bin nicht der Purk. Jetzt versuchen wir ein Bild aufzubauen. Welches Bild? Erstmal redest du im Plural und dies und das. Das ist doch schön, das habe ich aber vorhin zugegeben. Ich liebe den Plural. Und heute denke ich mir halt so, Mensch, ein cool nütter Kerl und businessmäßig unterwegs. Du bist ja auch extrem nett. Ich war einig, du kannst dir, du kannst dir, ich bin, ich bin, also im Internet zumindest, du kannst dir sogar Sachen merken, das ist wirklich für einige Leute hier beängstigend, wenn sich Leute was merken. Ja, ich weiß, aber wenn du mich ja auch ein bisschen kennst und mir ans Bein pissen willst, dann weißt du ja, dass ich irgendwie irgendwas mit Data zu tun habe. Ich weiß nicht. Ach nee, Warte mal, Shakespeare, Sommernacht. Entschuldigung. Ist ja auch egal, René. Guck mal, wir müssen uns hier jetzt nicht künstlich biefen, damit du, ich sage jetzt mal, so eine Halberektion hast und damit die Zuschauer unterhalten sind, ich glaube, wir ignorieren uns einfach. Wir haben das ja miteinander. Ich habe schon die ganze Zeit. 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 Lass mich doch bitte ausreden. Lass mich bitte ausreden. Dann muss man ausreden. Hier ist kein Bock mehr. Ich habe trainiert wie ein Schwanz, Alter. Ich habe trainiert wie ein Schwanz, Alter. Ich bin nur noch breit, ich bin nur noch breit, Alter. Lä la la was, Eingestehen, eingestehen wie bei einer jüngeren Freundin und wie beim Haustier, das ist einfach nicht so, wo würde ich unsere Beziehung dichten. Ich bin der neue C&G, Alter. Ich bin der neue C&G. Weil hier Mr. So begrüßt er auch wieder. Obwohl, C&G ist fett als ich. Ich habe keinen Bauch mehr. Aber die C&G haben keinen Bauch mehr. Alter, ich habe trainiert wie ein Ochse, ich habe keinen Bauch mehr, Alter. Ich habe, ey, guck mal, letztes Jahr, ich weiß gar nicht, mit Albo und ich habe dieses gesehen, ich habe, Alter, kein Mann sollte so ekelhaft aussehen wie ich, Alter, mit diesem Bauch, Alter. Ich habe diesen Bauch weg trainiert wie ein, ey, wirklich. Du hast doch keinen Bauch, Alter, voll die fette Sau. Alter, guck mich an, Alter, steh auf, Alter, wo ist das Bauch? Das ist mir, Alter. T-Shirt hoch, komm. Alter, T-Shirt hoch. Im Profil, ey, Y, Y, Styler, Alter. Ich bin wirklich, Alter. Du hast einfach das größte Shirt angezogen, was du finden könntest. Das ist ein riesen Beschiss, den du hier veranstaltest. Verdammte Scheiße. Mann, ich muss von dir nicht pullen, Alter. Alter, ich muss am Ende nicht, dass dies noch, ich habe trainiert und jeder weiß, ich war, ich war ja acht Wochen nicht mehr am Start, Alter, ich habe kein Alkohol gedruckt, ich habe trainiert wie eine Fronze, Alter. Und jeder weiß, Alter, ich bin ein Kämpfer, Alter. Ich bin ein Kämpfer. Und ich habe mich selber angeekelt, ich habe gesagt, ey, was ist das für ein Bauch, das gehört nicht zu mir, diese Scheiße, Alter. Würdest du fünf Runden schaffen, Raffen? Fünf Runden? Nee. Vier Runden? Vier? Vier Runden. Nee. Drei Runden. Wegen drei Runden, drei Runden, drei Runden, drei Runden, drei Runden, zwei Minuten. Nein, nein. Drei Runden, zwei Minuten. Hier möchte ich mir noch eine Frage stellen. Ich dachte, der wäre schon in Berlin gewesen an Silvester. Das war ja auch wieder eine Lüge. Wer? Wann? Wo? Ja, nee, nee, jetzt nicht nur blöd Fragen, René, das machen wir nicht. Wer denn? Wer denn? Aber Fragen ist blöd. Ich habe dich ja wieder nicht, akustisch wieder nicht verstehen können, wegen dem da. Das ist richtig. Wegen dem da, dem da, dem da. Raven dem da. Es hätte aber passieren können. Die Hoffnung hast du auch beim Lotto. Das ist richtig. Es kann immer passieren. Ja, da müsste ich mal spielen. Also auch als ehemaliger Mensch, der dafür, weiß ich nicht, MWO-Pressesprecher und so genannt wird, finde ich es immer gut, wenn Menschen mit Nachteilen sich trotzdem so engagiert ins soziale Leben einbringen wie du. Ich finde das wirklich gut. Oh, ey, das war wirklich verschachtelt. Hochzehn, Alter. Boah. Ey, Leute, wollen wir mal ein bisschen friedlich, friedlicher Co-Assistenz. Also, Herr Odorff, Herr Odorff, ich habe mich mit dem unterhalten. Herr Odorff, ich sage mal ganz ehrlich, seitdem, Ableben von, 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 Uwe Donat, habe ich selber auch hinterfragt, so meinen eigenen Alkoholkonsum, ich bin ganz ehrlich, ich kriege jetzt immer die Tacheles, ne, und habe gedacht so, ey, das ist auch so, so, so ein Tool, wo man sich, wo man sich hier wohlfühlt, wo man allabendlich zusammen trinkt und ich habe für mich gemerkt, Alter, ich, ich, ich gehe gerade den angenehmsten Weg des Lebens, den es gibt, und zwar sich für einen scheiß PC zu setzen, mit einem scheiß geilen, rote Mikrofon, mit Kompressor, mit, mit Kompressor, und, und Bolle hier, für was, für gar nichts, ich mache hier gar nichts, das Einzige, was ich mache ist, mich selbst zu zerstören. Ja, aber was erwartest du denn jetzt, also welchen Anspruch hast du denn? seit Jahren. Nein, nein, warte mal, ich habe das selber gemacht, du kannst jetzt, pass mal auf, Raven, jetzt. Ja, natürlich ist es nichts Neues, aber ich habe das selber für mich gemerkt, ich habe selber für mich gemerkt, es bleibt am Ende des Tages nicht übrig, ich habe ja zwischendurch auch Training gemacht, hieß das, ich war ja auch niemals irgendwie so, so, nur der fette Boy, sondern ich habe auch zwischendurch trainiert und ich habe Weiber gebollt, ey, guck mal, wir müssen uns nichts vor machen, ich war ja nicht nur hier, und, und, online und habe hier, äh, die Buzovskys Show am Laufen gehalten, ich habe zwischendurch gebollt, wir müssen ja, aber, 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 ich habe extrem abgebaut, ich habe extrem abgebaut hier, abgebaut, wenn du mir jetzt nach einem Ding suchst und, und denkst so, ey, guck mal, ich muss meinem Leben Sinn geben und meinem Körper Sinn geben, dann fangen die Ukraine, Alter. So, jetzt ganz ehrlich, Raven, also, ich muss mein Leben einen Sinn, ich muss mein Leben einen Sinn, ich dachte, ich dachte, ich dachte, Paolo, ich dachte, dass, guck mal, nee, ich dachte nicht, aber, ich habe, ich habe, ich habe dann irgendwann, als, als ich gesoffen habe, und hatte auch eine Frau am Start, die Frau ist dann natürlich irgendwann nach, nach dem Splash gegangen, also, du weißt, was Splash, äh, ich muss jetzt nicht Splash definieren, äh, die Frau ist dann immer gegangen, oder, oder, ich habe sie zum Gehen animiert, so, war ich immer noch voll, voll, auch Nasetechnisch voll, on point, und dachte so, okay, abgesprüht ist alles gut, Bitch ist weg, so, äh, habe hier weiter gemacht, und habe mich selber zerstört, ich habe mich selber zerstört, zerstört, Körperlich zerstört, Alkohol, Nase, wir müssen das Ding nicht aufrollen, was ich irgendwann gemerkt habe, als Uwe tot war, Alter, Alter, also, du hast das jetzt alles nicht mehr, also, und die Zäpfchen, die nimmst du auch nicht mehr, oder? Was für Zäpfchen, soll ich dir eine Backpfeffer hauen, oder was, du spass, Alter, was für Zäpfchen, Alter, was laberst du, Alter, was für Zäpfchen, Also, kurzer, kurzer Einwurf, guck mal, uns allen geht so gut, ne, Werner, dir, jeder, jeder in seiner Situation, Cap, ne, Warte, aber Cap hat sich alleine erarbeitet, bei René bin ich mir nicht sicher, ähm, aber am Ende des Tages, glaube ich halt, Warte, aber am Ende des Tages, nein, mir geht's am besten, ich hab, ey, ich hab die geilsten Weiber, wenn ich jetzt die letzten Monate alle Fotos raushauen würde, ihr würdet Frauen sehen, ihr würdet die Arschfotze von dieser Frau lecken, ey, ich sag euch, ich red dir keinen Scheiß, aber, ich versuche jetzt mal halbwegs was, was, was Konstruktives und Intelligentes zu droppen, und ich weiß, René, bei dir bin ich eh schon undurch, aber es ist okay, ähm, ich hab mich eine lange Zeit jetzt mit dem auseinandergesetzt, was man macht, warte, warte, pass auf, was man macht, und was man denkt, und wie man handelt, ich hab mich wirklich damit auseinandergesetzt, und hab auch reflektiert, wofür ich mich entschuldigen müsste, wofür ich heute noch stehe, und ich glaube, Raven, wenn ich das höre, was du sagst, es erinnert mich das an eine Sache, die ich halt von jemandem gehört habe, dem ich seit langer Zeit zuhöre, nämlich das, wenn du versuchst, Dinge an dich ganz nah ranzuziehen, dann schaffst du das vielleicht sogar, aber die entfernen sich, und dann gibt's Dinge, die versuchst du, pass auf, warte, stopp, die versuchst du von dir wegzudrücken, und die kommen mit voller Wucht auf dich zu, die Antwort, natürlich bin ich eine Freundsau, stopp, stopp, Paolo, ich bin eine Freundsau, ich will polarisieren, ich will auf besochener Basis, ich bin für vorne, nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, ja, ja, ich brauche diese Aufmerksamkeit, ich glaube, die Antwort liegt in dir, und nicht in der Frage, als was dich bewegt, das sage ich dir jetzt als Freund. Aber ich habe einen anderen Weg gefunden, ich habe, Guck mal, ich war schon lange hier nicht mehr am Start, Werner weiß doch selber, ich war doch schon lange hier nicht mehr am Start, live, in dieser AO Community, ich habe einen anderen Weg gefunden, ich habe einen ganz anderen Weg gefunden, so, natürlich, 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 natürlich bin ich, natürlich, Lügenpresse, Lügenpresse, natürlich bin ich an Eikloss Atze, natürlich bin ich ja ein eitler Fatzke ich bin natürlich natürlich hab mich den Alkohol nicht komplett abgeschworen aber ich hab ein anderes Tool gefunden ich hab ein anderes Tool gefunden ähm ich bin heute reingegangen, weil Andi da war Paolo, ey, ich hab, guck mal ey, mir hat jemand geschrieben, ich sag nicht wer, weil ich snitche nicht, ne ey, Paolo ist da Andi ist live, ey Raven geh mal da rein, so ich hab vorher, ich hab vorher mit jemandem mit jemandem zusammen ich hab gesagt, guck mal, geh mal geh mal, Baby ich hab jetzt Bock auf ganz andere Action hat den nicht verstanden ist auch egal, weil manche Frauen sind dumm so, ähm, ich hab einfach Bock gehabt, hier mit rein zu gehen und ich hab auch das gute Recht so, weil es mir Spaß macht ja, weil es mir auch Spaß macht also nochmal, mir ging's ja ähnlich da ging's ja wieder über die NWO, ne, Ente wieder in seiner alten Bubble, so, ne Mann, ich liebe dich, meine Ente ich liebe meine Ente, Ente, wenn du das hörst ich liebe dich und guck mal, guck mal, Menschen können auch sagen NWO, ach wie Kacke und auch sagen über Cap und, aber nochmal ich stehe zu dem, was ich was ich vor Jahren gesagt habe die NWO ist aus meiner Sicht ein reinigen wirklich ein reinigendes Element wir können darüber reden wir können darüber reden dass die NWO auch Menschen ja, manchmal übertreibt doch das, das weißt du das weißt du, das weißt du nee, nee, verdammt lass mich das bitte zu Ende führen lass mich, lass mich das bitte zu Ende führen wenn du sagst, pass mal auf 16-Jährige ja, ähm, dann muss man sich vor Augen halten dass diese Kinder allein da waren in Gläser gepisst haben aus dem Fenster das waren ganz ganz verrückte Geschichten ich will das gar nicht nochmal, ich will das auch nicht schönreden aber wir müssen die Fakten auch nicht wegreden wir müssen auch darüber reden dass es YouTuber gibt die vor zwei, drei Tagen in einem Blog geschrieben haben sexuelle Fantasien aus der Sicht eines Kindes wie sie ihren Vater befriedigt werden und er schläft und wer stopp, warte und wer wer jetzt noch sagt dass die NWO asoziale sind weil sie da hab ich nie gesagt hab ich nie gesagt Paolo hab ich nie gesagt hör mal auf hör mal auf aber Paolo bei manchen Leuten bei manchen Leuten ich sag ey, bei manchen Leuten mit Paranoide Paranoide warte mal Werner warte mal Werner ich bin gleich fertig Werner ich bin gleich fertig aber bei manchen Leuten Paranoide Schizophrenie äh das das wirklich zum Ende zu treiben ist auch ein mieses Game weil die Leute haben echt wirklich Probleme am Start die müssen eher in Therapie als dass sie noch weiter gemobbt werden weißt du es gibt es gibt bei allem es gibt bei allem einen Spaßfaktor und es gibt aber auch irgendwo Grenzen weißt du ich bin auch nicht irgendwie der der wenn wir immer gewisse Dinge kritisieren aber niemals das objektiv betrachten was auch fälschlich auf der anderen Seite läuft also wo ist die Diskussion ja also wir können jetzt sagen NWO alles Hurensöhne oh guck mal was die machen hab ich nie gesagt ich war auch Teil ich war auch Teil der NWO man weiß doch selber ey das sind aber wirklich guck mal guck mal ich das ist eine eindimensionale Betrachtungsweise auf eine Handlung die stattfindet nicht nur bei diesen Personen und das ist das Einzige was ja aber nein noch mal die Frage warum kommen da Leute aus der Ecke weißt du wo man überhaupt nichts von weiß ok andere Frage andere Frage Berner warum bin ich ein Hurensohn wenn ich jemanden verurteilen ok warte andere Frage andere Frage andere Frage wer ist warte mal warte mal Paolo Paolo wer ist Ron Ron Billicki Ron Billicki im Augen der NWO wer ist Ron Billicki wer ist Ron Billicki wer ist Ron Billicki wer ist Ron Billicki NWO hat höhere angegriffen das ist einfach nur eine eindimensionale Betrachtungsweise weil die NWO hat ganz andere Menschen angegriffen aber das wipet einfach nicht den Fakt weg und wenn wir jetzt mal ganz kurz beim Thema bleiben wollen wir reden jetzt nicht von Ron Billicki drei Wochen ist mir auch scheißegal der vor drei Wochen noch cool war und jetzt hat er was gemacht und auf einmal ist der mega uncool wer hat denn vor drei Wochen diesen Namen im Kontext NWO und vor allen Dingen Menschen aber wer ist da nicht fair wer ist da nicht fair wenn er wenn guck mal mit diesem asozialen Verhalten wenn er andere Leute Türsteher und so als Geringverdiener betitelt wer ist da nicht auch auf Sache der NWO den mal auf den Boden der Tatsachen auf den Boden der Tatsachen zu holen und zu sagen Alter du hast eine Hybris die steht dir einfach nicht du kleiner Kelp Alter das war doch auch mal eine korrekte Aktion oder nicht oder weiss ich nicht wir drehen ja gut pass auf die Aktion ist jetzt wie lange 48 Stunden 72 Stunden alt ja 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 die NWO nee warte Christian bitte tritt nicht nach oben und dies und das alles gut ja ich weiß ich weiß was du meinst aber jetzt brechen wir das nochmal runter auch auf das was die NWO gemacht hat mit Leuten ja ja die wir beide kennen und damals auch noch Kappen glaube ich eventuell auch noch mit an Bord ähm wo gewisse Menschen aus dem äh norddeutschen Raum eventuell für das angesprochen wurden was sie gemacht haben mhm mhm da gab es Menschen die haben das begrüßt es gab Menschen die haben das verurteilt aber nochmal eins eine eine eindimensionale Darstellungsweise der NWO gibt's nicht weil das würde nämlich zu dem führen was was keiner von uns hier will nämlich eine eindimensionale Wahrnehmung von Content und vor allen Dingen Akzeptanz schlaf schön Leute ich muss weg ich muss auch oder nee komm gut zu liegen Baby ja schlaf schön ja schlaf gut wir haben den neuen Gast Hallo Joe Joe ist da Joe ist da mein Baby Joe ist da Alter Alter Olof Joe wie geht's dir ich wollte gar nicht viel reden ich bin ja so im Dichten ey Joe ich freue mich deine Stürze an wie geht's dir Baby Alter zähl mal wie geht's dir alles cool ich fühl mich ein bisschen ange in Bochum alles cool ja es ist frische Luft es ist in Bochum frische Luft das ist gut zu hören Alter wie geht's dir wer mag nicht frisch gemähten Rasen kennt ihr das das ist wie frisch geschnitten der Wurst ja in Bochum herrscht oder wie am Benzinschnüffeln oder Klebstoff Schnüffeln Joe 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 ist ja auch derjenige wo ich so sagen muss so ich fahre auch eine lange Zeit weg so aber Joe war ja auch wirklich einer der wenigen so wir haben uns beide immer wieder gebettelt so und ich glaube Joe und ich wir lieben uns auch nicht so das ist ganz klar aber ich muss ganz er war immer er war immer ein geiler Gegner so ich hab es geliebt mich mit ihm zu streiten aber er hat er hat teils das Herr Olaf am Leben gehalten so mit seinem mit seinem Real Talk und mit seinem er deshalb Joe Props an Joe 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 hat das Ding am Laufen gehalten obwohl wir nicht immer ein Alter du hörst mich gerade zu drehen so Raven dir viel ist das aufgefallen niemand hat das geschrieben vorher Alter ich war weg und wenn ich weg war wer hätte mich besser ersetzen können als du Alter du hast weiter Fitna gemacht und weiter Beef gemacht also ich feier dich dafür Alter wirklich Alter hast du gut gemacht hast du gut gemacht du bist einer der verlorenen Brüder du bist zurückgekehrt zum Haus Alter ich hab ich hab versucht mich anderen Dingen zu widmen wirklich ich hab guck mal ich bin in die Liebe gegangen ich bin in Beziehungen gegangen ich hab ich wollte ein straightes Leben führen ich weiß ich bin ein Hurensohn weißt du also guck mal ich bin sowieso ich will ja nicht so viel rumschnüffeln ist das denn gescheitert du musstest dich ja zügeln gar nicht gescheitert ist das noch aktiv ist das jetzt Freigang so nach dem Motto ich hab ich hab ich hab ich hab Ramadan durchgezogen ja ja ich meine also mit meiner Frau ich hab ich hab ich hab ich hab Ramadan durchgezogen mit meiner Frau genau aber als Ramadan vorbei war habe ich habe ich gemerkt dass ich dass ich ein scheiß Altmann bin und dass ich Ramadan einfach einfach nicht feiern kann ich hab gemerkt dass ich ganz anders gestrickt bin. Aber ich habe versucht, jeder versucht doch auf seine Art, seiner Frau gerecht zu werden. Ja, du hast für sie gefastet. Ja, sie war immer, sie war Kohle, wir haben zusammen Ramadan gemacht. Also ist es ein, ist abgehakt. Ich will da auch gar nicht rumbohren, nur so. Ich frage nur so. Ich bin jetzt mit der Chilene zusammen, die machen kein Ramadan. Ich fliege da Wechsel bei dir. Ja, bei mir ist immer so. Chilene machen gute Empowern. Ja, bei mir ist so, ich brauche einfach diesen kulturellen Austausch, weißt du. Keine Ahnung. Aber ich habe das so durchgezogen. Ich fand das auch gut. Ich fand das auch gut. Den ganzen Tag mal zu fasten und so. Ich hätte niemals online gehen können. Alter, ich war im Arsch, Alter. Ich habe nicht mal Wasser getrunken. Gar nichts. Alter, selbst auf diese Kippe zu verzichten war für mich, Alter, Horror, Horror. Ich habe es gemacht für meine Schababs. Ich küsse noch ihr Herz. Ich habe Ramadan durchgezogen. Alter, kannst du mal aufhören, hier mit deinem Kram da irgendwie so fucking irgendwie der... Ja, das erinnert mich auf einen Scheitplatz holen, wenn wir darüber reden. Kannst du mal bitte aufhören da am Chat? Wer tut denn irgendwas Böses im Chat? Irgendwie mal so 300 Sekunden zu geben. Er ist ja schädlich im Chat. Alter, keiner labert um dich und du kommst irgendwie da fucking... Du laberst jetzt über Rabie, Baby, hier so eine Scheiße. Ach, der Schäpe. Wer redet über mich eklig? Wer redet über mich eklig? Ja, guck doch mal, ein Chat hier. Hier, Schäpe-Shifter. Du wärst ein Verräter und lauter so ein Kram. Ja, du bist erledigt. Ach, Mann. Ach, Mann. Schäpe, Alter. Ey, Schäpe, ich würde dich vor allem und jedem beschützen, Alter. Schäpe, der einzige Mensch... Guck mal, Schäpe, du bist der einzige Mensch, der sich selbst im Weg steht und der sich selbst immer wieder selbst gefährdet, Alter. Aber das war auch eine Auszeichnung für einen Schäpe, weil der hat so einen großen Schwanz, dass er selbst draufsteht. Nee, Mann. Hör auf, Mann. Jetzt kommt der ja sogar noch mit deinem Klarnamen. Christian, du bist eklig. Alter, was hast du denn, Schäpe, Alter? Also, Schäpe... Da kommen die nicht drauf klar und vor allen Dingen auch differenzierende Analysen. Also, ich sag ja, ich glaube immer noch, der Schäpe könnte halt ein cooler Dude sein. Schäpe ist ein cooler Dude, Alter. Ich werde niemals so cool sein wie ich. Das... Ey, setz dem nicht irgendwelche Ziele, die er dir nie erreichen wird, okay? Ne? Ansonsten ist das... Ja, aber guck mal, äh, äh, Joe, Joe, guck mal. Weißer, weißer, vor allem aus dem Nichts, aus dem Nichts, aus dem Nichts kommt der mit... Joe, das ist doch das... Joe, das ist doch das Ding, dass da immer Dinge angehangen werden. Warum, Alter? Weil du irgendjemandem, irgendjemandem nicht gefällst, Alter. Und dass die Leute nicht akzeptieren können, dass du dein eigenes Ding durchziehst, dass du dein eigenes Ding... Warte mal, Werner, bitte, bitte, bitte. Ne, warte, ja, die hast du... Nein, das ist doch... Auch mit Mitleidsbonus, ey, ich... Ich peffle und effe. Hör doch mal die Schnauze, Joe. Was ist Mitleid, Alter? Ich geb dir Mitleid mit linker Hand. Ich will... Mitleid, Alter. Von wem will ich Mitleid? Ich zieh das durch, was ich mache. Ob es jemandem gefällt oder nicht, ist mir scheißegal. Ich mach das. Ja, aber du sollst mich nicht klein machen, wie so eine kleine... Wie so ein Gänse... Ey, Baby, ich freu mich, dass wir einfach mal wieder miteinander palabern. Ich mach das doch nicht klar. Ich komm nicht, dass du da bist. Ja, jetzt kannst du ja... Warum fühlst du dich in meiner Gegenwart klein? Das musst du dich hinterfragen. Nein, nein. Du musst dich hinterfragen, warum du dich in meiner Gegenwart klein bist. Du musst mich trösten, und das möchte ich nicht. Warum fühlst du dich in meiner Gegenwart klein, Junge? Du musst doch ein großer... Das möchte ich nicht, zur Hölle. Du bist doch ein großer kroatischer Krieger. Fühl dich doch nicht klein machen, Junge. Entschuldigung, Entschuldigung. Eben, das sind deine Komplexe, du Idiot. Das sind deine Komplexe. Raven, kannst du bitte aufhören, so zu schreien? Ich hab draußen so ein kleines Gehege. Entschuldigung, du musst erledigen mit Raven, ey. Es kann doch nicht sein, dass hier drei Leute noch dazwischen reden. Was ist das denn hier? Hey, die Tenor, oder was? Nee, Moment. Ich hab nur meine Güter zu beschützen. Wenn du in Zügelein bist, Joe, dann ist das halt erschwert. Ich hab nur meine Güter, war ein Kornesang hier. Shep, du hast... Ich küsse dein Herz. Ich weiß nicht, ich versuche so, wie es sonst was ist. Ich bin gefragt, es redet am meisten. Sheper, du hast eben gerade im Chip geschrieben, Raven, sei ein Klaverter. Ja. Shep, ich hab dich nie verraten. Ich hab im Gegenteil, ich hab gesagt, ich küsse dein Herz, Alter. Ich weiß, dass du ein guter Mensch bist. Aber du bist... Du musst... Der Typ ist erledigt. Das hat er geschrieben. Der Typ ist erledigt. Ja. Wie meinst du das, Sheper? Wer ist erledigt? Das macht doch auch keinen Sinn. Raven ist NWU, der Typ ist erledigt. Das hört sich mal an. Ja, jetzt komm mal auf. Ich komm ja gar nicht zum Reden. Ja, aber Raven... Warum ist Raven ein Verräter und so? Warum ist er erledigt? Jetzt komm, Herr Ross. Wer wird ihn erledigt? Raven, wie Raven sich gerade auffügt. Er ist sich selber. Raven ist doch voll pro NWU, Leute. Moment. Du hast schon ein Heuchler. Shep, du hast ja nicht verunreicht. Es gibt manche Leute, die von der NWU kommen, mit denen ich mich gut verstehe. Ey, der Sheper hat sich damit geschmückt, dass er pro NWU ist. Aber, aber... Ey, hier diese blonde Tochter mit dem Pentagramm. Damit schmückt er sich doch immer und sagt, guck mal, ich bin NWU. Aber ganz ehrlich, Joe, was hast du denn gut dazu beizutragen? Weil du bist ein Kosovare in Deutschland mit einem deutschen Ausweis und bist quasi heimatlos. Ich bin in Deutschland geboren. Ich bin in Deutschland geboren. Moment, Moment, du mahnt hier. Moment, du mahnt jetzt zugehörig. Ich habe Menschenrecht. Ich habe nur eine Klatsche. Ich habe keinen an der Klatsche, weil ich verdiene ich nicht mal Geld selbst. Das hat mir keiner was verschieben. Über extremere Sachen. Über Charaktereigenschaften gesprochen, Alter. Es geht doch gar nicht um Politik oder solche Sachen. Es geht nur darum, wie wir miteinander umgehen, Leute. eine Zugehörigkeit. Nein, Schäfe. Wir können uns alle gegenseitig beleidigen. Schäfe, du musst dich mal fragen. Warte mal, Warte mal, Warte mal. Ich kann mal ganz kurz mit Schäfe reden. Warte mal, Joe. Warte mal, Joe. Bitte, 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 ganz kurz. Schäfe, du musst dich mal bitte fragen, ob es klug ist, sich mit einer Allianz anzulegen, die dir in allen Bereichen, in allen, aber wirklich in allen Bereichen überlegen ist, oder ob es sich manchmal klug ist, einfach zu sagen, okay, ich reich dir die Hand. Weißt du, guck mal, wir sind hier im Internet. Pass auf, wir sind hier im Real Life. Guck mal, im Real Life würde ich sagen, du bist eine kleine Bitch. Aber im Internet würde ich dir sagen, guck mal, gegen diese Leute hast du keine Chance. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich selber... Alter, das ist doch ein Widerspruch an sich. Alter, das ist doch ein Widerspruch an sich, was du gerade gesagt hast. Das ist ein Widerspruch an sich. Das ist ein Widerspruch an sich. Also im Real Life bin ich eine Null und ich kippe das ein Toller, oder was? Bitte, bitte, hör mir doch mal zu. Hör mir doch mal zu. Hör mir doch mal zu. Hier sind alle toll online. Es ist doch lieber im Stock. Es ist ein Spiel. Schäfe, es ist ein Spiel. Schäfe, hör mir zu. Wenn du auf diesem Spielfeld nicht gewinnen kannst... Ganz kurz, Mann. Warte, Werner, bitte. Werner, bitte. Ich will nur Schäfe eins erklären. Wenn du auf diesem Spielfeld nicht gewinnen kannst... Schäfe, hör mir zu. Schäfe, hör mir zu. Wenn du auf diesem Spielfeld nicht gewinnen kannst... Spiel dieses Game nicht. Wenn du außerhalb dieses Spielfelds ein Game spielen willst, wo du meinst, guck mal, eins zu eins, die Stars, guck mal. Dann guck mir in die Augen. Ich geb ihm eine, guck mal. Ich geb ihm noch eine. Hier, Punch. Dann, guck mal, Haken. Dann mach dieses Game. Aber im Internet... Ja. Aber im Internet kämpfst du gegen Mächte, gegen Mächte. Die sind mächtiger als du. Und dann musst du auch mal... Guck mal, dann musst du deine Hybris auch mal ein bisschen runter... Guck mal, runterschrauben und sagen, guck mal... Das weißt du doch gar nicht. Raven, das weißt du doch gar nicht, wer mächtiger ist. Also ich lass mich auf Kankhändische... Ich weiß, dass du nicht mächtiger bist als die... Ja, aber Schäfe, du hältst dich für mächtig und hast Leute bedroht. Dann ist dir das um die Ohren geflogen. Das ist die Realität. Ey, das ist eine Sache Wirkung, was dir widerfahren ist. Und dann machst du einen auf der dumme Schäfe. Ey, weißt du, wie das Grund sind? Ey, Raven, Raven, Raven. Du willst von den Frauen... Du willst... Schäfe, 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 Schäfe. Du hast mich ja beleidigt. Du hast mich ja beleidigt im Schäfe. Du hast mich beleidigt. Du hast mich niedergegangen. Ich beleidige dich nicht. Ich sag dir nur eins. Ich sag dir nur eins. Auf diesem Spielfeld... Ich sag dir nur eins. Thomas Schäfe, ich beleidige dich nicht. Ich sag dir nur eins. Auf diesem Spielfeld bist du chancenlos. Bist du chancenlos. Und ich sag dir... Ey, und das ist ein freundschaftlicher Rat. Hör mir doch mal zu. Hör mir doch mal zu, hör mir doch mal zu. Jetzt frage ich dich. Bitte, ich zeig doch mal Beratungsbereitschaft und zeig mir diese Beratungsresisten. Ich fange die Fels auf die Schnauze. Hascha, was laberst du da? Da kannst du einen drauf lassen. Da kannst du einen drauf lassen, Raven. Die packe ich alle auf die Tüte. Paolo, Paolo, wurde ich nie gemacht? Wurde ich von der NWO nie gemacht, Paolo? Nein. Guck mal, guck mal, guck mal. Mit euch NWO-Verrückten will ich mich gar nicht unterhalten, Alter. Weil ihr alle... Nein, du spielst eins nicht. Du kannst, ey, wenn du ein Game spielst, dann musst du klug spielen. Aber du alleine... Ich spiele doch kein Game. Nein, aber du alleine kannst nicht... Ich spiele doch kein Game. Ich mache hier kein Game, Alter. Ihr macht Games, Alter. Und wenn ihr euch mit verkwerten Leuten anlegt, Alter, müsst ihr die Konsequenzen daraus tragen, Alter. Lass mich mal bitte eben einladen. Lass mich bitte eben was sagen. Komm mal, Shape. Du denkst, die NWO hängt dir am Arsch, weil du denkst, dass Namen dazu irgendwie NWO sind. Wenn die richtige NWO dir am Arsch hängt, ich schwöre dir bei Gott, nicht, weil ich dir drohen will, Shape. Ich drohe dir nicht. Aber ich sag dir eins. Ich sag dir eins. Natürlich drohst du mir gerade, Alter. Lass mich doch bitte ausreden. Alter, halte deine Fresse, Alter. Mich tickt keiner, Alter. Eine Warnung ist keine Drohung. Schäpe, immer dran sehen. Alter, du hast gar keine Feuer, Alter, hier nach Emmertal zu kommen, Alter. Mir einen Schnauztau. Alter, ich weiß gar nicht, wo Emmertal ist. Ich mache dir ein Angebot. Pass auf, pass auf. Ich mache dir ein Angebot. Jetzt hör mir zu. Jetzt hör mir zu, du Baulich. Halt die Fresse, du dummes Schwein, Alter. Halt die Fresse, du dummes Schwein, Alter. Schäpe, reden wir schon mit meinem Freund. Nein, du bist die Warnung. Guck mal, da haben wir schon wieder. Schäpe, da haben wir schon wieder. Paolo ist mehr mein Freund, als du es jemals sein würdest, Alter. Ich habe ihn real getroffen. Er ist ein gerechter Kerl. Warum bin ich so ekelhaft? Nein, Schäpe, hör mir zu. Warum bin ich so ekelhaft? Ich habe meine Hand versorgen, Alter. Nein, nein, nein. Du pauschalisierst. Ich lege so Kontakt. Schäpe, du pauschalisierst. Schäpe, du pauschalisierst. Schäpe, du pauschalisierst. Du kennst Paolo ein Stück. Lass mich selbst reden, Raven. Guck mal, Schäpe, ich habe dir nicht gedroht. Guck mal, ich habe dir nicht gedroht. Ich habe dir nicht gedroht. Ich versuche, dir nur zu erklären. Das Cap, eigentlich, ja, das ist ein... Also, ich will nicht sagen... Also, ich würde mich jetzt im Internet nicht mit dem irgendwie biefen wollen. So, aber das ist keine Drohung. Nochmal. Ich bin Paolo. Ich rede für mich selbst. So, das Einzige, was ich dir sage, guck mal. Ihr seid alles dreckig, Alter. Ihr seid alles dreckig, Alter. Ihr seid alles dreckig, Alter. Es dauert 30 Sekunden. Ich habe keine Freundin hier online. Da hast du die Message. Da hast du die Message. Guck mal. Du kannst mich beschimpfen. Du kannst denken, das ist die NWO. Wenn die NWO kommt, dann weinst du. Und wenn du dich mit einem Boxen willst, mit deinen... Hör mir zu. Mit deinen Internet-Gangstern, mit den bärtigen Huren, die dir irgendwie deinen Dope verticken und du denkst, das sind deine Freunde. Ey, weißt du was, Paolo, Alter, da kommt ihr nach Barcelona und ich schwöre dir, ich kriege dich verdünnig, ich bin nach Paris zurück, du Hurensohn. Du kannst ein Internet-Theater machen, Paolo Winkel, Alter. Du kannst ein Internet-Theater machen. Ansonsten seid ihr alle unfähig, Alter. Ihr seid alles dreckig, Alter. Ihr seid alles dreckig, Alter. Du bist innerhalb der NWO, du bist innerhalb der NWO, wenn du dich mit manchen Leuten festst und du gerade bist, du gerade bist und liest so ein Fähnchen im Wind, dass du deinen Freund, dass du deinen eigenen Freund mal gut redest, mal wieder schlecht redest, das ist deine Charakter. Das ist meine Karin, die ihr seid alle dreckig, das habe ich sehr gerade gesagt, der Schäpe wollte nicht, das ist meine Charakter-Schwäche, das ist meine Charakter-Schwäche. Da habe ich den mal erst mal erzählt, wie der Schäpe. Aber wenn du dich mit einzelnen Leuten in der NWO treffst, Schäpe, Schäpe, das ist meine Charakter-Schwäche. Keiner würde dir was Wörses tun. Wenn du gerade bist, 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 würde keiner was tun. Aber du hast dich selbst den besten Freund verraten. Wer ist denn jetzt der Charakter-Schwache? Schäpe, wer ist denn der Charakter-Schwache? Wer ist denn jetzt der Charakter-Schwache? Du oder die NWO? Nein. Jetzt hör mal eben auf. Jetzt hör mal eben auf. Pass mal auf. Da steht hier fünf Leute bei dir vor der Mitte, vor der Mitte, und zeigen dir, und zeigen dir mal wo du sagst. Ich liebe dich, Schäpe. Ich liebe dich. Richtig so ekelhaft. Richtig so ekelhaft. Ich liebe dich. Du dummes Schreie. Schäpe, hör doch zu. Du kriegst doch deine... Ach, du stehst... Du würdest dich niemals prügeln, alter Paolo. Du würdest dich niemals prügeln. Du würdest dich niemals prügeln. Du würdest dich nicht prügeln. Du würdest dich nicht prügeln. Ey, der haut dir einen Ding und du fällst rum, Alter. Du kennst ihn doch gar nicht. Der haut dir einen Ding und du fällst rum. Ey, ey, ich schreie dir. Geht es nicht um physisch. Ich hab Paolo getroffen, Alter. Ihr seid nur unter einem Schaden, Alter. Der haut dir einen und du liegst. Mann, du liegst, Alter. Du hättest einen großen Stress, Alter. Raving. 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 Die kriegen so eine Jechtreise, solche Leute, Alter. Ich bin nicht mehr von dir. Mann, Alter, du kannst froh sein, wenn er dich tot prügelt, du Idiot, Alter. So, jetzt hören wir eben zu, Shade. Wir machen das hier ganz kurz. 20 Sekunden hörst du mir jetzt zu. Ihr kommt nach Barcelona. Ich überweise von mir aus, das Geld, was ihr bezahlt für eure scheiß Flüge mit Ryanair, überweise ich... Was, Ryanair? Ich fliege mal. 20 Sekunden, du hältst jetzt... Was, Ryanair? Bin ich flug hier und du jetzt hier einstürst? Das ist von Ryanair, Alter. Ich fliege mal Luft an. Du warst da erst mal, Alter. Hör mir jetzt genau zu. Ich fliege mal Luft an, Alter. Ich bin nackt, das Tier hat das natürlich. Als wenn ich Ryanair fliegen würde, Alter. Als wenn ich Ryanair fliegen würde. Du kannst von mir aus auch mit Lufthansa fliegen, Digga. So, pass auf. Was wir machen ist, du und deine Kachbars, ihr bucht euch Flüge, kommt nach Barcelona und ich stehe da und ich bezahle diese Flüge als Sicherheit an Raven in Krypto, BTC, ETH, mir scheißegal. Sagst du, was du willst. Und dann prügeln wir uns und du kannst das Handy rausnehmen und Livestream machen und kannst zeigen, wie du mich, Fotze, Paolo Pinkel, wegboxt mit deiner Crew. Mann, Paolo, macht keinen Sinn. Ey, du weißt ganz selber, du gibst ihm eine Schelle einfach um. Und ansonsten, wenn du das nicht machst, hältst du einfach die Fresse und bleibst in deiner Rolle, du Hurensohn. Nein, Paolo, du weißt. Ey, du gibst Schäppi eine Schelle, er fällt um, Alter. Du weißt, das ist unfair, Alter. Du weißt, guck mal, du weißt, du kennst uns. Ich mach das, Schäppi. Ich mach das. Sag mir, sag mir, sag mir, du brauchst heute... Pass mal auf, Schäppi redet gar nicht davon, dass er sich boxen. Er lässt Leute boxen und das sind ja seine Freunde, die eigentlich nur Geld haben wollen. Wenn er nicht zahlen kann, hat er keine Freunde. Was Schäppi denkt ist, NWO sind alles nur Lappen und Dürre Lappen. Aber Schäppi, ich sag dir eins... Lass mal den Hurensohn antworten. Lass mal den Hurensohn antworten. Und wenn du... Andrew Eckstein alleine, Andrew Eckstein alleine, Andrew Eckstein alleine, Andrew Eckstein alleine ist ein Kopf größer, er ist Kugelstoßer. Andrew Eckstein gibt dir eine Bombe, du fällst um. Aber ich hab doch gar keinen Ärger. Man, Raven, ich schätze die ganzen YouTube... Nein, ich sagte nur, die Leute, die ich kennengelernt habe. Ich sagte nur, die Leute, die ich kennengelernt habe. Paolo... Paolo ist eine braute Sau, die zuhaut. Und Paolo haut zu. Und es ist feier. Scheiße, was du für ein Scheiß-Gangster bist. Schocke ist jetzt 20 Minuten. Und, 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 und. Kipfeift läuft... Ich hab mich schon wieder schockt. Kilometerweise... Warte mal, warte mal, bitte. Kipfeift läuft Kilometerweise durch Berlin, hat er eine Condi, Alter, mit keinem anderer. Welchen Scheißer willst du traben? Den roten oder den grünen? Ach du... Alter, mach mal bitte die siekelhafte Penisscheiße da weg. Alter, warte, ey. Ich hab mir dann nicht meine Klosteine. Ich bin nicht für leeres Rauschen bereit. Mach doch mal bitte diese Scheiße da weg, bitte. Und gepfeift ist jemand... Ja, weißt du nicht, was er da gezeigt hat? er ist exzellentiell und top. Er ist auch körperlich jemand, der Kilometer läuft, also der hat eine Kondition... Ich hab ihm doch gar keine Schläge angeht, rot, du mit deinen Ausführungen. Also lass mal... Ich hab mir ja gerade mal gar nichts mitbekommen, was war denn jetzt wieder los? Shape war doch eben noch hier drin. Jetzt komm ich jetzt zurück, kommst du wieder raus und ging's wieder nur NWU. Shapey gegen Paul. Shapey will die Welt hinrichten. Der Shapey... Guck mal, genauso gut. Ich hab immer, ich hab immer... Na, bist du gerade da, Und ich küsse dir dein Herz. Ich hab immer gesagt, ey, lass den Jungen... Lass Suat in Ruhe. Ich hab immer auch... Ich hab auch immer für Suat gekämpft. Aber Suat war nie NWU. So, da könnte man mir... Könnte man mir auch glatt unterstreichen, ja, guck mal, ey, du bist immer auf der Seite von Suat, weil Suat ist NWU. Und der Suat ist nicht NWU. Und trotzdem hab ich gesagt, ey, lass den Jungen in Ruhe. Ich hab mit dieser Scheiß-Vereinigung nichts am Hut, Mann. Das interessiert mich auch nicht. Ja, aber ich hab trotzdem für dich... Ich hab trotzdem für dich gesprochen. Suat, ich hab trotzdem für dich gesprochen. Oder was? Seitdem ich im Infektion... Ich war ein Gegner von Neuer. Ey, Suat, ich hab trotzdem für dich gesprochen. Suat, ich hab trotzdem für dich gesprochen. Suat, ich hab trotzdem für dich gesprochen. Es ist unabhängig von... Ja, in welchem... Ja, in welchem... Soll ich dir jetzt ein Schweinemedaillon um den Hals binden, oder was? Guck mal, guck mal, was Schwein, Alter. Gehen wir mal weg mit diesem Schwein, Alter. Ich will so eine Ehre... So ein Ehrenmetter, ey. Nein, ich will nur sagen, dass Leute, die ich mag, da stehe ich dahinter. Und Leute, die ich nicht mag, stehe ich dahinter. So, so... Und das ist unabhängig, ob sie NWU sind oder ob sie Suat sind. Es ist mir scheißegal, wer ich mag. Guck mal, genauso bei Andi. Ich liebe Andi. Es ist mir scheißegal, ob derjenige gerade beliebt ist oder nicht. Wenn ich jemanden mag, stehe ich dahinter. So. Das ist mir scheißegal. Ich habe eine andere... Ich habe mal eine Frage. Fändet ihr das okay, was ich gerade gemacht habe? Weil ich nach dem Einkauf... Ich weiß nicht, was du gerade gemacht hast. Sag mal, was hast du gerade gemacht? Ja. So, der Ehrenmann, dann halt noch zwei Sekunden. Warum musst du immer dazwischenreden? Halt doch mal deine Fresse. Weht doch mal. Weht doch mal. Weht doch mal. Bitte. Ich habe vergessen, ein Zuckergetränk zu kaufen. Sowas wie Eistee oder Cola oder so. Und jetzt habe ich... Jetzt musst du holen. Ich habe jetzt meinen... Ja, jetzt überleg ich... Und da ist mir dieser Einfall gekommen. Ich tue einfach zwei Tabletten von diesen Magnesium-Dingern rein. Die sind doch auch mitgekommen. Aber was hast du dir denn geholt? Was hast du denn geholt und hast keine Fresse getränkt? Wodka. Was hast du dir geholt? Wodka? Habe ich auch gerade gesagt. Ja. Eine Wudi habe ich getränkt. Und deswegen... Was mische ich damit am besten? Suat, was hältst du von... Joe, ich habe eben eine Unterhaltung mit einer 61-Jährigen gehabt. Also... Ja, da muss ich jetzt... Oh, hast du sie gebankt? Hast du sie gebankt? Hast du sie gebankt? Oder hast du... Hey, jetzt hast du die Ausstellung als wenn ich der Gruntyjäger wäre. Nein, ich sage das... In deine Kinder... Quatsch, ich meine nicht jetzt wegen dir, Joe. Ich meine das generell so. Nee, nee, aber warte. Also du sagst, du hast dir eine 61-jährige Frau klargemacht. Ja, sag mal, was halten deine Eltern davon? Nein, aber ich habe dir gesagt... Und hat er doch auf der Straße so schmink, schmink, beng, schmink, beng. Mann, ich habe mir eben... Ich musste eben extraktionen an so einen Geldautomaten und dann war ich auf dieser Highlight-Strand. Ey, Suat, das sieht aus, als wenn du ein Fahrrad... Hast du sie ordentlich? Hast du sie ordentlich schminkt? Hast du sie ordentlich schminkt? So, das sieht aus wie so ein... Wie diese Lüftungsschliff von so einem Fahrrad. Nee, das ist so ein... Ey, Suat, das ist... Nein, ich meine das Polo-Hemd. Ey, ey, warte mal. Suat, du siehst gerade großartig aus. Ey, ich feiere den Style. Ja, also das sieht... Das sieht... Du musstest doch wieder die Hunde anders suchen. Hast du die Frau gebengt? Jetzt musst du dir nur so einen Pullover über die Schultern legen, so wo die Ärmel runterhängen. Noch nicht. Hast du die Frau gebengt? Guck mal, 61 ist doch kein Jahrgang, Alter. Da bengt man, bengt man, weg, Alter. Ey, chill mal, Alter. Die ist älter als meine Eltern. Mann, scheiß drauf, Alter. Hat sie gut geblasen? Komm, ey, auf... Ja, da gibt dein Papo. Da gibt's ein Sprichwort. Auf dem alten Gaul hört man's reiten. Der hat ein bisschen rumgeschickt, hatte ich. Das müsst ihr ja nicht sofort sexuell sehen. Meine Güte, ich weiß schon. Mann, ich hab mit 15, 16... 60-Jährige gebengt, Alter. Ich hatte den Spaß, man ist im Lebensalter. Aber ich war schon immer asozial. Was hast du eigentlich für ein geiles Shirt an, Suat? Welche Marke präsentierst du? Koko, würde ich sagen Krokodil? Ist das Krokodil? Nein, nein. Es sind drei Florenen. Lacoste, Lacoste. Ich sag schon Krokodil. Lacoste, Lacoste? Ja, aber sieht geil aus. Also, ich find die Farbkombination sehr... Sitz, ich bin da wieder her. Ey, Suat, ich will dich auf, wenn du Halbsteifen haste. Alter Schwede. Sehr steil mit Suat. Ey, Suat, ich küss dir doch dein Herz an. Ja, aber zeigt Profil mit Halbsteifen so. Guck mal, Hose ist ausgebohnt. Lass bitte den Boy in Ruhe. Fick den Boy nicht an. Ey, Suat, das beim... Ich hab Beule gesagt, nicht Boy. Boy. Ey, ey, lass deinen Boy gelaufen. Mein König hat den ganzen Abend. Ja. Ich keine Ahnung, warum, aber Fick Suat nicht an. Fick Suat nicht an, Alter. Ich mag Suat. Ey, du wickst halt. Ja, ja, ey, ne, du kennst ja dieses Mistress. Mistress. Und hier, Raven, merk dir das mal. Alter, weißt du, ey, weißt du, was ist Schatz? Gib das mal ein. Ich hatte mal einen Freund. Ich hatte mal einen Freund. Ich hatte mal einen Freund. Ja, be a good boy. Los, komm für mich. Be a good boy. Ey, Joe, Joe, ich hatte mal einen Freund. Ich hatte mal einen Freund. Der war genauso wie Suat, ne? Der hat sich von Zucker geschmissen. Und irgendwann, irgendwann kann Suat, ey, und ich hab mit Suat verlabert. Achso, ich hab ja mit Suat verlabert. Achso, ja, das hab ich mal gehört. Okay, ne? Also, ich zieh das. Und nicht nur online, was ihr gehört habt, sondern ich hab mit Suat auch privat verlabert. Und ich hab, und ich dachte so, Alter, das ist, das, das ist der Räume, wo du bist. Wie Reinkarnation, meinst du? So hab ich das verstanden, Alter. Ja, ja, so in der Art, ja, so, sowas in der Art, Alter, so. Und ich hab den einfach, ich hab den einfach gerne, ich hab den einfach gerne, Alter. Und ich mag nicht, wenn der irgendwie gedisst wird. Ich werde allergisch. Weil, ich bin nicht derjenige, dessen Mutter du gefickt hast. Und der sich deswegen... Aber ich hab, ich hab, ich hab seine Mutter gefickt, aber ich werde deine Mutter nie ficken. Inschallah, du weißt gar nicht. Boah, Raven, alter Schwede, ey. Ich bin eher... Ich bin eher... Alter, ich liebe dich, ich werde deine Mutter niemals ficken, du weißt, Alter. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab... Was war das so denn für ein Lebenszeugnis, Alter, Schwede? Das ist ja gar nicht. Ey, 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 Joe, ich mach... Das geht null, Alter, was ist das für ein Moloche, die scheiß Berlin, Alter. Nein, ich war in Luckenwalde, Alter, ich hab in Luckenwalde von meiner Mutter, da haben wir damals... Wir haben damals Pugnenstange und, äh, Soda-Album gehört, so, auf Platte-mäßig. Äh, ey, du fickst die Mutter von deinem Kollegen und der ist nachher tot und dann machst du einen... Ja, also, wenn man alle besoffen hat, dann die Mutter rein... Der hat seinen Kopf gefickt, du Idiot. Dann kam die Mutter rein und die war einfach horny, Alter. Und dann redet er noch, dein bester Freund. Was soll ich machen, Alter? Ich hab... Ja, und dann flext er damit, ich hab seine Mutter gefickt, mein bester Freund tot, äh, jo, jo. Ey, fick dich, Alter. Ey, bester, ey, bester Freund, Alter. Zur Hölle mit denen. Alter, ich bin nicht mehr stolz drauf, Alter, ich bin nicht mehr stolz drauf, Alter. Die war so horny, die war so geil, Alter. Ja, ist doch so. Ey, Mann, die war so, die war, die war so 38, 37, Alter. Ich hab, ey, Mann, ich hab reingesprückt, Alter. Ja, gut, wenn du sagst, du bist so ein Stier, du musst alles besteigen, Alter. Alter, ich sag nicht mal, dass ich... Ey, ich war... Ey, vom Bett... Komma, ist doch egal, ob es die Mutter war, wenn du... Neck, ey, ey, neck, ey, neck. Ui, Ui, daible. Nix, das wird mir hier noch nicht normal gemacht, Raven. Mit einem geflexten. Es war ehrenlos. Es war ehrenlos. Ey, hör mir, wenn das sein Sohn wäre, mit Ehren... und alles ist für dich normal. Was für ein Arsch ficken, ich hab mir niemals den Arsch ficken lassen. Was laberst du von Arsch ficken, ich hab mir niemals den Arsch ficken lassen, ich hab die Mutter von meinem Freund gefickt. Du lässt dich in den Arsch besteigen, alles mögliche machst du. Du fickst die Hörer von deinem Westen. Was bist du denn für ein Müllhaufen, Alter? Weil ich so einfühlsam war, hatte ich... Weil ich so einfühlsam war, hatte ich das zweite Mal gepflegt. Und apropos Lady Vampiras blutige Binde, du bist ein Typ mit Ausstrahlung, der Leute mitreißt, du bist einer, der sehr viel über Psychologie weiß, wie er die Leute einholt. Für mich ist es unfassbar, dass du wirklich die abgrundtiefsten Abartigkeiten auslebst und alle applaudieren. Ey, weißt du, dass du... Aber was du tust, das werden die gar nicht... Ey, du bist mir auch total sympathisch, aber soll ich dir mal sagen, was so geil war? Ey, zu diesem Zeitpunkt gab es noch gar keine Intimrasur. Alter, sie hatte ein Bär, Alter. Weißt du, so behaarten Bär, Alter. Ich habe da reingebohrt, Alter. Ey, Alter, so... Ich habe auf ihre Schamhaare gespritzt, Alter, diese geilen Milf, Alter. Und jetzt... Ey, 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 und jetzt mach mich fertig. Und dann frisst du... Alter, das war geil, ey. Was soll ich sagen, was war... Schickenschummel und so... So ekelhaftes Stück. Ey, 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 das... besten Kollegen, muss er sagen, was hast du gut gemacht? Er darfst du sagen, das findet er nicht gut. Als wenn es mich scheiß interessiert. Alles, was ich gemacht habe... Guck mal, guck mal. Ich würde nie von Kollegen, die Mutter ficken. Ich wurde mal angebaggert von der Mutter, von einem Kollegen. Hätte ich nie gemacht. Die war besoffen. Hätte ich nie durchgezogen. Nie. Hast du was verpasst, Idioten? Ich konnte mal die Mutter... Die Freundin von Johannes, seiner Mutter, konnte ich mal bujern, aber selbst das habe ich nicht getan. Der Freundin habe ich auch nie gemacht, ne? Das ist für mich auch immer eib gewesen. Ganz im Gegenteil. Ich habe sogar Freunde gehabt. Ich war immer... Guck mal, ich war sowieso derjenige... Wo meine Freundin... Meine Kumpels standen auf meine Freundinnen. Meine Kumpels standen auf meine Freundin. Und ich habe gesagt, so... Ey, Alter... Dann bist du selber schuld, du Idiot. Warum stellst du deine Freundin... Weil ich immer die geilsten Bräute am Start hatte. Das war einfach so. Und auf einmal... Auf einmal... Auf einmal... Ich mache Schluss. Ich mache Schluss. Fick mein bester Freund mit meiner Frau, Alter. Denkst du, dass der noch... Dass der noch irgendwann mein bester Freund war? Nie wieder. Nie wieder. Ey, du bist doch... Du bist doch in dem Moment dann der Aggressor, weil du hast die vorgestellt... Aggressor, wenn ich Schluss mache? Was glaubst du? Ja, nicht... Okay, ich denke... Aggressor war jetzt falsch. Wenn mein bester Freund meine Ex-Freundin ballt... Wenn mein... Mein bester Freund meine Ex-Freundin ballt... Ist er der Huchensohn, nicht ich, Alter. Nicht ich, Alter. Das ist er der Wichser. Warum stellst du deine neue Braut jeden vor? Und du weißt doch... Mann, wir waren eine Klicke. Wir waren eine Gang, Gang, Bang. Wir waren eine Gang, Bang. Mann, wir haben zusammen... Wenn du lebst, Bang. Mann, wir waren... Bang, Bang, Bang. Schmuss, Bang, Bang, Gang. Guck mal, wir haben alle zusammen abgehangen, Alter. Ach, Gang, 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 Bang. Ach, ja, dann wundere dich. Guck mal, wir haben alle zusammen abgehangen. Er hat gesagt... Guck mal, deine Frau, Alter. Das hat jeder hier heutzutage durchgemacht. Alter, aber er hat sich doch exposed, er hat sich doch exposed, Alter. Er fickt meine Ex, Alter. Er fickt meine Ex. Alter, guck mal, guck mal. Und selbst wenn ich mich getrennt habe, 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 hab ich doch immer noch Emotions gehabt. Wenn du nur Hemmungslosigkeit und sagst, du bist doch auch immer noch Emotions gehabt für die Frau. Aber wenn mein bester Freund die Frau binkt, Alter. dann durch sich selber relativieren kann. Die Schwerter werden niemals gekreuzt. Nee, nee. Was gekreuzt? Ich hab nicht was gekreuzt. Ich hab niemals gekreuzt. Guck mal, aber wenn mein bester Freund danach meine Freundin streichelt und sagt, ja, Christian, das ist ein Arschloch. Ey, du kennst diese Moves, Alter. Dein bester Freund geht dann hin, streichelt deine Ex und sagt, ja, guck mal, Christian, das ist ein Arschloch. Christian ist, äh, Christian benutzt Frauen immer nur irgendwie ja lustig. Ich weiß nicht, was so gerade aber ich, aber ich, aber ich, aber ich, aber ich, aber ich, ich gehe gut mit dir, ich gehe gut mit dir um. Ich gehe gut mit dir, Alter. Ey, die Situation im Dorf ist perfekte. Ich erkenne, wer ist, äh, Freund, wer ist Feind. Das hab ich ja auch erlebt. Alter, da, ey, ey, äh, da wusste ich, da wusste ich, ey. Äh, eine virtuelle Freundin trösten, ah, Joey, ist ja ganz schlimm, guck mal, wie toll. Alter, weißt du, diese Durst da, diese Durst da, die die ganze Zeit gesagt, ey, 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 die 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 ganze Zeit, die gesagt habe, ey, mit der Frau bist du zusammen, guck mal, guck mal, die ruft dich immer an, guck mal, die lässt dir gar keine Freiheit, die lässt dir gar keine Freiheit, die ist das, Alter, dann machst du Schluss, dann machst du Schluss und der Typ, der durch die ganze am Palabern ist, geht da hin und streichelt ihren Kopf und sagt, ja, Christian ist böse und ja, du hast ja recht und guck mal, guck mal, guck mal, du bist voll die Süße und dann fickt der die, Alter. Ey, was, ey, Junge, der Junge ist für mich erledigt, erledigt. Ja, was bist du für ein super Kumpel, wenn du die Mutter an den Kumpel fängst? Eine Fotze, eine Fotze, die ich nie wieder anfassen würde, Alter, Huren, Huren, Bitch, Alter, weg damit. Aber weißt du, das ist doch ein Prüfstein, einer Prüfstein, einer Prüfstein einer sozialen, einer sozialen Beziehung. Deine Frau, dein Kumpel, wenn sowas abgeht, Alter, dann weißt du, mit welchen Menschen du es zu tun hast. Und, weißt du, sei dankbar dafür, für die Erfahrung, dass du mit diesen Menschen nicht, nicht weiter, weitermachst, Alter. Sei froh, dass du die loswirst. Sei froh, dass du so ein, so ein Dreck loswirst, Alter. Weil guck mal, mein bester Freund, seine Freundin war in mich verliebt, Alter. An seinem Geburtstag haben wir in der Bar rumgehangen, ich hab sie nach Hause gefahren, die wollte mich knutschen. Ich hab gesagt, nein, guck mal, das ist mein Boy, Alter, das ist mein Kumpel, Alter. Geht nicht, mach ich nicht. Dieses Beuge-Laber, Alter, das ist dein Boy. Alter, mein Freund, ich hab gesagt, ey. Als du erschienen bist, war der Chat voll mit gay. Gay, 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 gay. Alles war gay, tränk, gay, 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 gay. Nein, aber guck mal, ich tickte anders. Ich tickte anders. Alter, ich tickte anders. Ich tickte anders. Ich hab sie hinterher bestellt. Und sie war eine schöne Frau. Warte mal, sie war eine schöne Frau. Lass mich mal, lass mich mal, bitte die Story zu Ende erzählen. Sie war eine wunderschöne Frau. Sie war eine wunderschöne Frau. Sie saß bei mir im Auto. Ich hab gesagt, guck mal, Petra, guck mal, guck mal, Petra, es geht nicht. Er ist mein Freund, Alter. Was ist denn das für eine Freundin? Peter? Petra hieß die Frau, Mann. Ach so, Petra. Die Frau im Auto. Ich hab gesagt, Petra, guck mal, es geht nicht, er ist mein Freund, Alter. Ich kann nicht. Ich mach das nicht. Geh bitte, geh bitte. Und sie war wunderschön, Alter. Ich sag dir ganz ehrlich, Alter. Boah, ich hätte gerne. Aber er war mir wichtiger, weil er mein Freund war. Verstehst du? Das ist ja Prinzip hier. Wie kommt es denn überhaupt dazu? Warum fährt er sie nicht nach Hause? Oder warum bringt er sie nicht? Er hatte kein Auto, er hatte gar nichts. Er ist mit der U-Bahn nach Hause. Ich bin derjenige, der fährt hier nach Hause. Mann, sie hat mich gefragt, kannst du mich noch... Guck mal, wir haben beide im Kreuzberg. Ich will das auch nicht hören. Wir wollen beide im Kreuzberg. Also ich würde nicht... Ich hab da meinen Kimmel reingehalten und mein Kollege hat zugeguckt. Guck mal, wir haben beide im Kreuzberg gewohnt. Sie hat gefragt, kannst du mich noch ein Stück mitnehmen? Guck mal, sie hat mich gefragt, kannst du mich noch ein Stück mitnehmen? Wir werden die Hörner, so ein Mülle. Kannst du mich noch ein Stück mitnehmen? Ich sage, ja, kann ich. Das tut so ein hart vor Alkohol. Ich würde mich nicht mit dir... Mein hart vor Alkohol. Mann, es geht gar nicht im Hacker. Guck mal, erkennst du diese Situation, Alter. So, pass auf, sie hat ein bisschen was getrunken, ich hab was getrunken. Ich fahr mit dem Auto vor ihre Tür, Alter. So, auf einmal Rain Again, Alter. Also, wahrscheinlich wollte die was von... Ja, dann wollte die eher was. Mann, die wollte schon an der Bar was von... Komm, wir haben sein Geburtstag gefeiert. Wir saßen die ganze Zeit an der Bar. Die war die ganze Zeit an der Bar schon am Baggern. Ja, da musst du vorher deinen Kumpel Bescheid sagen, dass die Hure... Ich hab ihm doch gesagt, ich hab... Ey, ich hab mit ihr nichts gemacht. Ich hab ihm danach gesehen und gesagt... Ja, aber du hättest ihm vorher sagen. Hab ich doch gesagt, ich hab ihm gesagt, ey, Alter, die Frau kannst du vergessen, Alter. Ich hätte die gestern Nacht ficken können. Aber weißt du, was passiert ist? Ich sag dir, was passiert ist. Ich war auf einmal sein Feind, Alter. Er ist abgehauen von mir, hat er gesagt, hm. Ey, es ist nicht immer so einfach, wie du denkst, Alter. Du bist dann sein Gegner. Ey, ich hab zu ihm gesagt, guck mal, ich hätte eine große Liebe gestern ficken können, Alter. Ey, ich sag dir ehrlich, Braden. Was denn, was denn? Ey, ich sag dir auch ehrlich. Ey, ich hätte die Frau an diesem Arm bänken können. Ich hab doch noch gar nichts gesagt, Mann, Wichser. Halt doch mal dein Maul jetzt. Also, jetzt mal ehrlich sprechen. Wenn der selber so labil ist und sich in eine Nutte verliebt, dann ist das auch nicht dein bester Kumpel. Man ist so behindert oder was. Er war mein bester Kumpel. Er war mein bester Kumpel. Er war mein bester Kumpel. Die Kinder verlieben sich in irgendetwas. Aber Suhr, aber Suhr, er war verliebt, er war verliebt, er war verliebt. Wenn die Nutte aus diesem Milieu rauszuziehen, nennst du ehrenlos? Er war verliebt. Erklär doch mal, ein verliebter Mann, dass die Frau, in der er verliebt ist, dass die ehrenlos ist. Alter, dann kriegst du von deinem Freund... Ich weiß ja nicht, wie sein Absicht war, aber wenn er die aus dem Milieu rauszuziehen will, dann ist das eine Ehrenaktion. Dann bist du von deinem Freund erst mal abgestoßen. Aber nicht, wenn er das ausnutzt. Weil seine Ehre gekränkt ist. Seine Ehre ist gekränkt, wenn du ihm das sagst. Du sagst ja, er war verliebt. Aber wie lange war er denn mit ihr zusammen? Bevor dieses Szenario... Zwei, drei Wochen vorher, da war diese Geburtstagsparty. Zwei, drei Wochen verliebt. Was ist denn das für eine Schwucht? Ja, aber er war voll verliebt. Er war auf diesem Liebesfilm. Keine Ahnung. Zwei, drei Wochen und dann ist er schon verliebt. Alter, ich bin mit ihr nach Hause gefahren. Also ich hab zu ihrer Wohnung... Können wir Themawechsel machen. Sobald Raden da ist, geht es nur noch darum, wer welchen Schwanz reingesteckt hat. Ich hab doch... Joe, ich hab doch gar keinen Schwanz reingesteckt. Ich hab gesagt, nein, das ist mein Freund. Ich fass dich nicht an. Verstehst du den Unterschied nicht? Ich hab da nix gemacht, Joe. Ja, aber trotzdem... Nervt, Alter. Joe, ich hab da nix gemacht. Wenn du reinkommst, geht es da um den Benen, hab ich gefickt. Joe, ich hab... Joe, 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 ich hab da nix gemacht. Warum redest du mir etwas ein, was ich gemacht habe? Ich sag doch, Sotamut Camorra, haut euch die Köpfe ein. Junge, ich kipp dir den Kopf und halt die Schnauze. Ich hab da nix gemacht, Mann. Ich hab da nix gemacht. Ja, wenn das euer... Alter, ich hab die nächste Woche gesagt, guck mal, lass... der den Schwanz reinhaltete... Ich hab die nächste Woche gesagt, lass, ey, ey, die Frau ist nix für dich. Dann erzähl du, Joe, komm, dann. Nimm Abstand, nimm Abstand von der Frau. Ich will gar nicht erzählen so. Die Frau... Warum ist das immer so? Weil es ganz oft so ist. Weil am Ende... Ja, das geht um die Häufigkeit. Mir geht es darum, warum das hier diese Häufigkeit thematisiert wird. Ständig. Keine Ahnung. Weil es die Gesellschaft... Weil es die Gesellschaft spiegelt. Weil es die Gesellschaft spiegelt. Weil wir... Ja, diesen Abschaum, den will ich nicht hier im Dorf auch noch haben. Und du repräsentierst diesen Müll auch noch. Ich bin derjenige, der gesagt hat, Nein, geht nicht, Alter, das ist mein Kumpel. Ich fasse es nicht an, weil man... Ey, weil du von meinem Freund... Genau. Und du sagst, ich bring diesen Dreck hier rein, Joe. Überleg, denk doch mal bitte nach. Du bist doch schlau, Alter, Joe. Red doch nicht so eklig. Red doch nicht so eklig über mich. Ey, übrigens, white trash, Alter. Boom. Aber Joe, red doch nicht so eklig. Ich hab zu der Frau gesagt, nein. Er ist mein Freund, ich mach das nicht. Mann, Ray, wenn ich rede nicht eklig über dich, mich nervt dieses Thema immer. Immer, wenn du hier drinnen bist, ist es immer irgendwie wegstecken lastig. Egal, ob es ein Erscher ist oder ein Kerl oder was weiß ich was. Der andere hat ihn, wo man sich steckt hat und blablabla. Immer dasselbe. Boah, ich rede nicht mehr über Frauen. Wir reden jetzt nur noch über homosexuelle Männer. Wollen wir ja so reden? Richtig, richtig. Lass uns mal über Gay reden oder was, Alter. Ja, genau, Raven. Sag mal, warum... Mann, ey, Joe, Alter, wie geht's, ey? Wie geht's dir noch, Alter, Baby? Ich muss gerade nachladen, also kann ich jetzt nicht mehr mit Apple kennen. Ey, weißt du, Joe, wie viele Leute mich gefragt haben, ob das Treffen mit dir und du, Logos, echt war? Und ich hab immer gesagt, ich hab keine Ahnung. Obwohl ich weiß, wie es war. Und ich hab immer gesagt, ich hab keine Ahnung. Weißt du, ey, Joe, das bin ich, Alter. Du weißt überhaupt nicht, wie ich ticke, wie ich drauf bin, Alter. Ich halt meine Schnauze. Von mir erfährt niemand, ob ihr euch getroffen habt oder nicht. Obwohl ich die Weile erkenne. Ja, Raven, ich hab mir auch gedankt, was du damit suggerieren willst, aber da gibt es doch nichts zu verheimlichen, so wie es ist und fertig. Nein, aber lass die Leute doch im Dunkeln tappen. Ich sag dazu gar nichts, aber du würdest mich immer verteufeln als jemand, der... Du hast die Fotokontage erkannt. Willst du mir erzählen, dass du das erkannt hast? Wer hat dir das erzählt, dass das Fake ist? Man glaubt mir, ich bin... Ich weiß von Minute eins bis Minute... Alles, was passiert ist. Und alle, die mich gefragt haben, ich sag, keine Ahnung, aber ich weiß alles, Joe, boy. Wirklich. Ja, mir wurden Grüße bestellt. Und wenn immer noch Leute hinterfragen, ob das Foto-Mutter... Ich sag, ja, maybe, kann sein. Na, ich verrate hier niemand. Verstehst du, Joe? Das bin ich, Alter. Und akzeptier das mal. Verstehst du? Mach mich mal zum Kälb, Alter. Ja, ich hab... Das ist ja gut, ist ja gut. Nein, hab ich... Alles klar, alles klar. Gut, gut. Ey, der Dönerladen-Besitzer meinte neulich hier, Kalb für den Kälb. Wieso, aber ihr Hübschen? Ich mach jetzt hier den Kram hier zu. Ich will jetzt essen und dann möchte ich was speisen und also was speisen und... Werner, wie geht's dir ab, Baby? Werner, wie geht's dir ab, Baby? Ja, ich... Ja, alles klar. Ja, Werner, wie geht's dir ab, Werner? Also ich geh nicht bei Ente rein. Also Werner macht jetzt... Mit Garantie rein, so hat du auch. Bei White Fox, bei dir White Fox. Werner, wer... Werner, wer... Werner, wie geht's dir eigentlich, Werner? Ja, Werner, lass mal... Das war Werner ausreden, ihr Idioten. Ja, aber ich mach hier Schicht, weil ich will auch nicht weiterlaufen lassen. Nee, komm. Ich bin jetzt auch hier neun Stunden. Hast du... Ja, gut, Werner, dann poste mal hier den Link von Ente und dann gehen alle rüber. Und ja, und dann... Ja, keine Ahnung, dann kann ja jeder hier irgendwie hingehen, wo er will und fertig, aus Ende. Und ja, wie gesagt... Genau, irgendein Schlüsselträger kann ja mal den Link von Ente posten. Dann gehen alle rüber. Vielleicht kurz mal noch. Werner, Werner, ich glaube... Werner, ich glaube...